Schönen guten Vormittag, herzlich willkommen zu unserer Konferenz Transformation durch Kooperation 2, die DorfUni als interkommunales Bildungsnetzwerk. Mein Name ist David Steinwender und ich leite heute die ersten Worte ein hier an der Universität Graz am Institut für Geografie und Raumforschung. Transformation durch Kooperation sind zwei sehr starke Worte und ich bin ganz stolz, dass wir nach der ersten Ausgabe letztes Jahr, vor genau 15 Monaten, heute wirklich eines der Beispiele von damals als Hauptthema haben und uns mit den nächsten zwei Tagen darüber beschäftigen, was bedeutet eigentlich die Bildung im ländlichen Raum, wie ist die Verknüpfung zwischen Städte und ländlicher Raum, zwischen Hochschulen und Praxisakteuren, Forschung und Bildung. Transformation ist eine Notwendigkeit. Die ökologische Basis ist ein wichtiger Punkt, die uns vielleicht verloren geht. Klimakrise, Biodiversität, Wasser, alles Mögliche. Aber auch im gesellschaftlichen System sind Transformationsschritte notwendig, das heißt Bildung, im Umgang miteinander, wie wir miteinander wirtschaften, all diese Themen sind Kernstück oder auch inhaltlicher Bestandteil, was die DorfUni machen möchte. Wie erreichen wir das? Kooperation. Kooperation. In einer Gesellschaft, wo das Credo Konkurrenz lautet, obwohl, wie Christian Felber auch schön sagt, Konkurre miteinander, nicht gegeneinander laufen, heißt, müssen wir neue Wege suchen, um miteinander in Kooperation zu kommen. Nicht nur auf lokaler Ebene, um wettbewerbsfähige Regionen zu schaffen, die sich wiederum mit anderen konkurrieren, sondern auf allen Maßstabsebenen Cross-Level. Das heißt nicht nur auf lokaler Ebene, sondern diverse Akteure und Akteurinnen diverse Themen miteinander verschränken, um auf lokaler Ebene wirklich die Transformationsprozesse einzuleiten. Wir haben heute ein sehr spannendes Programm und auch morgen. Heute werden Sie eher, und das werde ich später noch genauer ausführen, Inputs hören. Zuerst am Vormittag ein theoretisches Framing, auch schon mit einigen praktischen Beispielen. Und am Nachmittag haben wir hervorragende Beispiele für die Bildung, für Beispiele für wie Bildung im ländlichen Raum organisiert werden kann und wie sie auch zur Entwicklung der Region beiträgt. An dieser Stelle möchte ich auch kurz hervorheben, wer dieses gemeinsame Werk geschaffen hat. Das ist natürlich ein größeres Konsortium. Unter der Dorf-Uni steht einerseits auch die Transition Austria Bewegung, die ich vertrete, und die GIF Forschungsgesellschaft. Franz Navarter wird später auch noch ein paar Worte verlieren dazu, aber in seinem Vortrag. Deswegen richte ich die Grußworte aus dem Kern der Dorf-Uni. Natürlich auch mit Unterstützung, vor allem hier an der Uni Graz, um es zu realisieren, vom Regionalzentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation der Uni Graz, RCE Graz-Thyria, vertreten durch Anke Strüber, die auch einen Vortrag halten wird und entsprechend ihre Grußworte dabei euch mitteilen wird. Und das Interdisziplinäre Forschungszentrum für Technik, Kultur und Arbeit, kurz IFZ Graz, vertreten durch Sandra Kanner, die dann auch den Vormittags-Blog moderieren wird. Ja, ich möchte auch mal die Besonderheit dieser Konferenz unterstreichen, weil wie wir angefangen haben zu planen, im Frühjahr sind wir davon ausgegangen, dass wir im Juli eine reine virtuelle Konferenz machen und nachdem es die ersten Lockerungen gegeben hat, haben wir uns gedacht, greifen wir wieder das Format auf der virtuellen Konferenz der innovativen Dörfer, die wir schon bei unserem Auftakt am 7. März damals zum Thema Klima hatten und haben nun eine Doppelkonferenz oder eine Konferenz mit zwei Standorten, nämlich nicht nur in Andoni Graz, sondern auch in Obergrafendorf in Niederösterreich, wo ich nachher gleich übergeben werde. Wenn Sie dies auch sehen, sind Sie vielleicht am YouTube-Stream, am Facebook-Stream oder auch auf DorfTV und am Abend, da sind wir auch ganz stolz, haben wir noch ein paar Zuschaltungen aus anderen Gemeinden, die sich damit beschäftigt haben, wie es mit der Bildung, der Situation und der Bildung in ihrer Region aussieht. Das genaue Programm stelle ich nachher vor und möchte jetzt übergeben an Obergrafendorf, an den dortigen Bürgermeister Rainer Handelfinger, um auch dort erste Grußworte zu sprechen. Wir erleben den Klimawandel, wir spüren den Klimawandel, wir merken, dass es mit den Starkregenereignissen Änderungen bei uns in der Region gibt, wir merken, dass es aber auch vor allen Dingen in der Mobilität Änderungen gibt, wir spüren einen gewaltigen Fahrradbund und wir haben als Gemeinden sehr, sehr viele Aufgaben zu bewältigen, die es vor 50 Jahren so noch nicht gegeben hat für uns Gemeinden. Und aus diesem Grunde finde ich das Format der DorfUni sehr spannend. Ich möchte mich gleich zu Beginn beim Franz Narada und seinem Team für das Engagement, für diese Technik, die hier aufgebaut wurde, in aller Form bedanken, für die Initiative, dieses Wissen zu sammeln, zu bündeln und weiterzugeben, recht herzlich bedanken. Vor allem Dingen, weil das alles aktuell ehrenamtlich passiert beim Franz und darf mich nochmals recht herzlich bedanken, dass ihr heute zu Gast in Obergrafendorf seid. Ich wünsche der Konferenz der DorfUni alles erdenklich Gute, einen großartigen Verlauf und viel, viel Wissen, das an viele, viele weitervermittelt werden soll. Herzlichen Dank und einen tollen oder zwei tolle schöne Tage bei uns. Ja, das war Rainer Handelfinger. Vielen Dank. Und das Stichwort mit dem Klima möchte ich nachher noch aufgreifen. Aber zunächst einmal, worum geht es eigentlich im Programm? Wir haben ungefähr drei Blöcke heute und morgen vorgesehen. Heute eben über Stream, morgen über Zoom. Das heißt, wenn Sie auch morgen dabei sein wollen, bitte nachher an Anmeldung unter DorfUni.at. Und heute am Vormittag werden wir zunächst einmal hören, worum geht es eigentlich? Was ist die Situation? Was ist der Kontext, in dem wir eigentlich agieren? Und wir hören nachher Vorträge von Franz Narada, Anke Strüber und Gerald Mattis, der nachher aus Dornbirn zugeschaltet wird. Ehe wir am Nachmittag sehr inspirierende Beispiele hören aus verschiedenen Regionen in Österreich, vorwiegend aus Nieder- und Oberösterreich, nämlich die Bildungsregion Weinviertel-Mattharsberg, dann von Stefan Schmidt, ein Bürgermeister aus Schattental, Klaus Thien vom Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung. Elisabeth Leitner und Roland Gruber haben auch eine sehr spannende Initiative, die Orasmus heißt und wir hier ein Videointerview zugespielt bekommen werden. Dann Katharina Spannlang und Magdalena Hubauer zur Initiative Landprobe und dann noch vom Regionalmanagement Oberösterreich, Stefanie Moser zum Thema Multilokalität. Am Abend haben wir dann eine, wie ich schon erwähnt, unseren Reach Out, das heißt wir schalten auch andere Gemeinden zu, teilweise auch einzelne Teilnehmerinnen, die zu ihrer Region etwas sagen wollen. Plus wir machen davor auch noch eine Zusammenfassung des Tages, das heißt sollten sie einen oder anderen Beitrag während des Tages vergessen oder nicht teilnehmen können, versuchen wir zumindest die wichtigsten Essenzen, mit ich, mit wir meine ich, ich und Franz Narwatter zusammenzufassen, ehe wir dann drei Fragen, die wir diesen Gemeinden oder diesen AkteurInnen ausgeschickt haben, nochmal zusammenfassend, was wir schon an Antworten haben, präsentieren werden und noch weitere Stellungnahmen einholen. Ich möchte auch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es auf YouTube und auch auf Facebook die Möglichkeit gibt, mit uns in Interaktion zu treten, das heißt, wenn Sie Kommentare oder auch Fragen haben, posten Sie einfach diese unter dem Livestream oder auf der Kommentarspalte oder im Chat, beziehungsweise Chat auf YouTube oder eben auf Facebook. Das heißt für all jene, die auf DorfTV zuschauen und auch mit interagieren möchten. Die zugehörigen Links finden Sie auf jeden Fall auf dorfuni.at, gleich auf der Startseite, damit Sie sich auch dort einfinden können. Was wird morgen passieren? Morgen ist unser Workshop-Tag, wo wir nur ein paar Impulsreferate haben und dann auch schon ins Arbeiten gehen. Michael Narodowslawski, emeritiert von der TU Graz, wird nachher die Frage stellen, wie lassen sich virtuelle Inputs für die Aktivierung von Bildungs- und Entwicklungszusammenarbeit vor Ort einsetzen. Cornelia Sensenberger, die auch mit uns im Dorf Unitim ist, wird dann die zwei weiteren Impulse gestalten, nämlich wie kann man die Vernetzung zwischen Gemeinden untereinander herstellen auf Ebene der Bildung. Und welche Methoden braucht es dafür, damit das Ganze auch auf lokaler Ebene fruchtet. Das heißt, wir haben eine Konferenz oder vor allem den Samstag auch dazu gedacht, weil wir eine spezifische Herangehensweise oder auch Ideen haben, wie die Dorf Unitim funktionieren kann, aber auch gern euch als NutzerInnen, als MitgestalterInnen der Dorf Unitim einbinden möchten, um die Dorf Unitim konkret zur Wirklichkeit werden zu lassen, über die paar Veranstaltungen hinaus, die wir jetzt haben. Und am Nachmittag dazu wird es wiederum drei Impulse eben von Andreas Exner, der auch am Regionalen Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation forscht, geben zum Thema Genossenschaft und wie dies eventuell im Rahmen der Dorf Unitim aussehen kann. Johannes Brandl von Spees wird noch einmal fokussiert mit euch einen Input geben, aber mit euch auch arbeiten, was es braucht, um die Dorf Unitim, um eine lokale Gruppe für die Dorf Unitim vor Ort zu haben. Und Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement Oberösterreich wird den thematischen Leitfaden. Es soll ja nicht eine bunt zusammengewürfelte Themenlandschaft sein, sondern es soll ja auch die Dorf Unitim dazu beitragen, dass ihr Impulse bekommt oder auch Inhalte, die ihr auf Ort nutzen könnt. Ehe wir nachher am Abend noch einen gemeinsamen Abschluss machen. Also ein sehr dichtes Programm. Wir haben natürlich auch Pausen eingebaut. Und an dieser Stelle möchte ich die Moderation jetzt übergeben an Sandra Karner vom IFZ Graz, die den Vormittagsblog moderieren möchte, wird und ja gleich auch weiter ausführen wird. Dankeschön David für deine einführenden Worte. Es ist mir eine besondere Freude, den ersten Vortragenden einzuführen. Franz Narada, wie bereits angesprochen vom Armin, ist einer der Masterminds dieser Veranstaltung und er ist Gründer der Forschungsgesellschaft GIF, die Globally Integrated Village Environment Initiative. Und der Franz ist jemand, der sehr brennt für dieses Thema ländliche Entwicklung und Revitalisierung des Lebens am Land. Und er ist ein sehr, sehr wichtiger Impulsgeber für die Dorf Universitätsinitiative. Und ich freue mich jetzt sehr auf seinen Vortrag zum Thema Bildung im globalen Dorf. Anwesend oder auch zugeschaltet sind. In Graz anwesend, in Obergrabendorf anwesend und über Facebook, YouTube, Dorf.de.v und einiges andere zugeschaltet. Und unserem Aufruf gebeugt sind, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Spezifisch die Zukunft der Bildung im ländlichen Raum. Aber diese Zukunft ist eingebettet in eine zunehmend offene und widersprüchliche Gesamtentwicklung. Ich glaube, es hat noch niemals einen spannenderen Zeitpunkt gegeben, sich über dieses Thema zu unterhalten. Ich glaube, das werden wir heute noch in vielen, vielen Facetten berühren. Der Ausgangspunkt ist ja nicht nur, dass wir gerade in mannigfaltigen Krisen stecken. Die Corona-Krise betrifft uns ganz aktuell, aber dahinter steht auch eine Krise unserer gesamten Lebensweise. Im Verhältnis Mensch-Natur, in unserer Art zu wirtschaften. Und die Klimakrise ist nur ein extremer Ausdruck dieser Not. Sie setzt wiederum Migrationsströme in Gang, die zeigen, wie brüchig unser ganzes geistig-moralisches Gefüge geworden ist. Wie gesagt, Ausgangspunkt sind nicht nur die Krisen, sondern, was uns interessiert, noch viel mehr sind die Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeiten, die viele, die möglichst viele der krisenhaften Entwicklungen wirksam konterkarrieren und uns die Aussicht auf eine gute Zukunft ermöglichen. Eines, glaube ich, kann vorweg gesagt werden. Diese Zukunft kann weder in der alten Normalität liegen, wie die krisenhafte Entwicklung herbeigeführt hat. Sie kann auch nicht in einer bloßen Umstellung einiger Verhaltensweisen liegen, im Sinne des Schlagworts von der neuen Normalität, das von politischer Seite ausgegeben wird. Wir werden, glaube ich, um einen bewusst eingeleiteten und von vielen gemeinsam getragenen Wandelprozess nicht herumkommen, in dessen Zentrum Initiativen aus der Zivilgesellschaft stehen, die in Partnerschaft mit Gemeinden, mit politischen Organisationen, mit dem Staat diesen Wandel vorantreiben, der eigentlich von der Politik nicht vorangetrieben werden kann. Ja, und wir haben mehr Ressourcen, mehr Bausteine für diesen Wandelprozess als je zuvor in der Geschichte. Die maßgeblichen Subjekte, um einmal vom penetranten Wir wegzukommen, haben ja nicht nur Scheiße gebaut, sondern auch dazu beigetragen, dass Infrastrukturen, Erfindungen, Einsichten und Werkzeuge aller Art bereitstehen, die der Menschheit in dieser Form noch nie zur Verfügung standen. Unter diesen vielen neuen Bausteinen ist vielleicht einer ganz wichtig, nämlich das, was ich den Komplex der digitalen Technologien nennen möchte. Ich sage ganz bewusst, das ist ein ganzer Komplex und nicht bloß die Digitalisierung, Digitalisierung. Das ist Automation, das ist die Möglichkeit, synchron an Dingen zu arbeiten und so weiter. Also darauf möchte ich dann auch noch kurz eingehen. Aber die Grundfrage ist eigentlich, wer hätte gedacht, dass wir jegliche Form von Wissen, jegliche Idee, jeglichen Entwurf, Artefakte, Prozesse, Ideen, Methoden, Anweisungen, Gebrauchsanweisungen in nahezu Nullzeit und mit sehr geringen Transaktionskosten teilen können. Wir stehen an einer Wende und diese Wende hat sich vielleicht langsam entwickelt, nämlich dass der Raum nicht mehr nur ein Kontinuum ist, sondern es gibt raumübergreifende Technologien, die quasi von einem Punkt der Erde zu einem anderen Wirkungen erzeugen. Und diese Wirkungen, die summieren sich, die beschleunigen sich und sie werden immer mehr. Zunächst einmal hat diese raumübergreifende Technologie einen Effekt gehabt, den man als das Wachstum der globalen Städte bezeichnen könnte. Sie hat also im Grunde genommen dem ländlichen Raum zunächst einmal noch nicht sehr viel genützt. Aber es könnte sein, dass jetzt eine kritische Masse erreicht ist und zusätzlich bestimmte Erfahrungen mit den Städten, die immer ungemütlicher werden, uns in eine völlig neue Richtung drängen. In dieser Situation ist das, was uns hier zusammenbringt, ein vager Konsens, dass nämlich die Gestaltung und die Funktionsweisen von ländlichen Räumen sowohl bei der Verschärfung der Krisen als auch bei ihrer Mitigation, bei ihrer Linderung, bei ihrer Lösung oder sogar Überwindung ein ganz wichtiger Faktor sind. Wir merken das ganz unmittelbar im Fall der Corona-Krise, wo viele, und ich sage bewusst die, die es sich leisten konnten, ganz selbstverständlich den Dichtestress der Städte ausweichen und sich zumindest in temporär in großen Zahlen ländliche Räume als Orte des Aussitzens und alternative Orte des Wohnens und Arbeitens aufsuchen konnten, ausgesucht haben. Was ist passiert? Erstmal seit langer Zeit erscheinen Stadt und Land nicht als getrennte Pole, sondern in Limes, also auf lange Sicht, als Facetten eines Lebensraums mit vielen verschiedenen Zonen, Bestandteilen miteinander kommunizierenden Gefäßen. Auch unsere Identitäten als Städter oder Landei, sie werden flüssiger als je zuvor. Eine erste Auswirkung der oben angesprochenen digitalen Vernetzung ist ja, dass wir Arbeit und Bildung überall hin mitnehmen können und multilokal werden. Das wäre ja grundsätzlich eine positive Entwicklung, wenngleich die verschiedensten Mauern in den Köpfen noch immer dagegen stehen. Mentalitäten lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern, ebenso wenig wie überkommene Systeme von Finanzausgleich und Bedarfszuweisung von Hauptwohnsitz und Nebenwohnsitz. In dem neuen Bild unserer Lebensräume sind Städte nach wie vor wichtig und zentral. Also ich wage jetzt sozusagen auch ein bisschen über diese Änderungen, die wir jetzt erleben werden, zu spekulieren. Städte sind wie Knoten in einem Netzwerk, wie Hubs in einem Netzwerk von Beziehungen. Sie sind starke Zentren, die Dezentralisierung überhaupt erst ermöglichen. Also das Zusammenarbeiten von vielen, den Gleichgang von vielen, die weit weg sind, das lässt sich tatsächlich mit den Mitteln einer Stadt wunderbar organisieren. Hier speichern sich Wissen, Daten, kulturelle Erinnerungen, fachlich spezialisiertes Know-how. Hier können komplexe Produktions- und Dienstleistungsvorgänge just in time stattfinden. Und ja, wir werden gleich sehen, dass das auch eine Schattenseite hat. Natürlich, wie gesagt, ist und bleibt diese Rolle der Städte bedeutsam. Aber die Frage ist, haben nicht unser Wissen und Können gerade aus den Städten heraus einen Grad erreicht, der ländliche Räume mit neuen und spannenden Werkzeugen auszustatten erlaubt. Diese Werkzeuge könnten ein verstärktes Eigenleben ländlicher Regionen unterstützen, ohne dass der Kontakt zur Stadt darunter leidet. Das heißt, dass die traditionelle städtische Betrachtung des ländlichen Raums, die dem alle möglichen Funktionen zugewiesen hat, wie Land- und forstwirtschaftliche Produktion, Gewinnung von Rohstoffen, Mineralien, Standort für Gewerbe und neuerdings Megafactories, Kraftwerke, Sonderwilddeponien, Flugplätze und so weiter. Ren Kohlhaus, der Architekt, ist ganz fasziniert, was alles im ländlichen Raum passiert. Aber es passiert immer noch von den Städten sozusagen funktionalisiert. Und das ist das Problem. Eine weitere Funktion, die langfristige Sicherung der Wasserversorgung, ökologische Ausgleichs- und Regenerationsfunktion, Naturreservat und Bewahrung von Biodiversität, Erholungslandschaften und so weiter und so weiter. Also alle diese Funktionen, glaube ich, werden zunehmend ergänzt und in Teilen sogar abgelöst werden durch eine Wiederhinwendung zum ländlichen Raum als neu und intelligent gestalteter Lebensraum. Tja, weltweit herrscht freilich immer noch, oder herrschte bis vor kurzem, ein breiter Konsens, dass die Zukunft der Menschen in den Städten liegt. Aber ganz prinzipiell gefragt, kann das wirklich so harmonisch verlaufen unter Bedingungen, in denen städtische Wirtschaftssysteme miteinander konkurrieren? Wie die Mortal Engines, wer von Ihnen diesen dystopischen Film gesehen hat, wo rollende Städte andere Städte aufreißen, der hat sich in dieser Überzeichnung vielleicht auch ein bisschen an unsere heutige Realität erinnert. Wir konkurrieren gegeneinander und das ist der Grund, warum diese Superkorridore, Megametropolen und so weiter nach wie vor wachsen, sozusagen um industrielle und marktmächtige Schlagkraft anzuhäufen. In diesem industriellen Produktionsprozess wird aber zunehmend künstliche Intelligenz und flexible Automation dominant und Menschen werden obsolet gemacht. Es ist wie ein Ringelspiel. Die Beschleunigung der Städten führt dazu, dass es immer ungemütlicher wird, mit einem der Atem immer mehr wegbleibt und am Schluss immer mehr Leute rausfliegen. Viele träumen von einem bedingungslosen Grundeinkommen, um diese Situation aufzufangen. Doch sind wir nicht schon längst damit konfrontiert, dass das Industriesystem überhaupt nur noch durch gewaltige Schulden bis heute überlebt hat? Wie soll denn das weitergehen? Ein anderes Schlaglicht. Laut der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO verliert die Menschheit gegenwärtig jedes Jahr 10 Millionen Hektar fruchtbaren Boden. Das bedeutet, die Humus-Schicht, die Humus-Elemente, die Lebendigkeit des Bodens wird durch die industrielle Landwirtschaft zerstört. Und seriöse Prognosen sagen uns heute, dass wenn das auf diese Art weitergeht, jetzt einmal abgesehen von der Klimakatastrophe und allen anderen Entwicklungen, dann werden wir genau noch 60 Ernten haben und dann keine fruchtbaren Böden mehr. Auch hier wird wiederum geträumt von vertikalen Agrikulturen in Städten. Aber ist es nicht verrückt, etwas völlig neu aufbauen zu wollen, wo doch die Lösung vor uns aller Augen liegt, in einer kleinteiligen Landwirtschaft, die auf ökologischen Prinzipien fußt und natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass wir nicht unbeschränkt Menschen durch Maschinen ersetzen. Was bedeutet das alles? Liegt die Antwort nicht auf der Hand? Anstatt weiterhin in die Städte zu flüchten, ist die umgekehrte Richtung, der umgekehrte Weg angesagt. So wichtig das Städtische, das Urbane für unser Leben geworden ist. Wir müssen es mitnehmen in den ländlichen Raum, wo wir wiederum eine neue Möglichkeit finden, Teil- und Mitgestalter von Natur zu werden. Der ländliche Raum der Zukunft verspricht vieles, was uns verloren gegangen ist auf unserer Reise in die Industriegesellschaft. Wir haben unlängst eine Radiosendung gemacht unter dem Titel Klage einer dorflosen Mutter, wo eigentlich gezeigt wird, dass die Krise unseres Bildungssystems tatsächlich damit zusammenhängt, dass Kinder keine authentischen Erfahrungen mehr machen können in städtischen Umgebungen. Das also das afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, dass das eine ganz substanzielle Wahrheit in sich trägt. Ich behaupte, das Dorf ist die optimale Umgebung für menschliche Entwicklung und Gestaltung. Ich behaupte, dass die Stärkung ländlicher Räume auch eine Voraussetzung ist für kulturelle Diversität, für Menschen, die Lebensumgebungen nach ganz verschiedenen Vorstellungen, Idealen und Wünschen gestalten. All das ist möglich, aber das alles ist nur möglich unter einer Bedingung. Wir müssen eine immense Bildungsoffensive für den ländlichen Raum lostreten. Wir müssen uns dessen gewahr werden, dass wenige Menschen vor einer gewaltigen Aufgabe stehen, in jedem Dorf, in jeder Gemeinde, nämlich ein den Städten adäquates Lebens- und Problemlösungsniveau herbeizuführen. Das hieße automatisch, dass ein Land ein mehr Bildung braucht als ein Städter. Aber in der Realität haben wir heute noch die völlig umgeklärte Situation. Wir haben die Stadt, die ein Bildungsprivileg hat. Wir haben junge Menschen, die wegen der Bildung gezwungen sind, Jahre ihres Lebens und wahrscheinlich dann auch, wenn sie sich dort heimisch fühlen, ihr ganzes Leben außerhalb und jenseits ihrer Heimat zu verbringen. Das heißt, wir müssen, wenn wir das alles ernst nehmen, die Bildung im ländlichen Raum ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Und da gibt es eine Produktivkraft, die die gegenwärtige Gesellschaft schmählich vernachlässigt hat. Das ist Kooperation. Kooperation ist sowieso das Lebensblut einer jeden Gemeinde. Ich brauche also jetzt hier, glaube ich, niemanden darüber informieren, dass Dörfer nur funktionieren, weil immer noch von der freiwilligen Feuerwehr bis zu den Vereinen unglaublich viele gemeinschaftliche Lösungsmöglichkeiten, Gemeingüter, Commons existieren und diese auch das Funktionieren unserer Gemeinden gewährleisten. Aber diese Kooperation kann vom einzelnen Dorf, von der einzelnen Gemeinde weiter gespannt werden in die Region. Zum Beispiel ist die Ergänzung von Gemeinden in einer Region der beste Weg, die städtische Lebensqualität in den ländlichen Raum zu bringen. Ich habe Fälle davon im Waldviertel gesehen, wo sich drei Gemeinden einfach verabredet hat, jede hat ein Thema und ergänzt die andere. Und der Sprung im Lebensstandard, in der Lebensqualität ist enorm. Aber da hört es nicht auf. Diese Kooperation kann viel, viel weitergehen. Wir können Spezialprobleme, detaillierte Probleme durch Kooperation um die ganze Welt lösen. Und ich glaube, dass wir damit die Welt verändern werden. Ich danke. Vielen herzlichen Dank für den inspirierenden und vielschichtigen Einführungsvortrag. Und bei uns geht es jetzt weiter in Graz mit der Anke Strüber. Die Anke Strüber ist Professorin für Humangeografie. Und sie leitet das RCE, das Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation. In ihren Forschungsarbeiten beschäftigt sie sich vor allem mit Stadtforschung und der urbanen Mensch-Umwelt-Beziehung. Sie hat auch einen Schwerpunkt im Bereich feministischer Geografie. Und jetzt, heute hier, wird sie über das Thema Smart Villages und urbane Dörfer sprechen. Bitte, Anke, wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Sehen die Leute die PowerPoint? Gut. Ja, vielen Dank. Und vor allen Dingen, vielen Dank auch für die, nicht nur die Einführung, sondern die Einladung, dass ich heute als Stadtgeografin mich mit einem neuen Themenkomplex beschäftigen durfte und den sehr anregend fand. Und ich glaube, ich werde meine Forschungsportfolio etwas erweitern. Wunderbar. Ich habe mir für meinen Vortrag heute vier Thesen bzw. Fragen überlegt, die ich jetzt abarbeiten werde und zur Diskussion stelle. Also das sind keine quasi Fakten, die ich präsentiere, sondern sind ganz viele Fragen drin enthalten. Ich beginne mit der Frage urbane Dörfer. Das ist für eine Stadtgeografin tatsächlich gleich ein Riesenkomplex. Und stelle Ihnen und euch meine Assoziation zu Dualismen und Relationen vor, die daran gebunden sind. Und stelle dann als nächstes eine altbekannte Forderung in der Stadtforschung vor, nämlich das Recht auf Stadt von Henri Lefebvre und frage, inwiefern die Qualitäten, die unter anderem Lefebvre fordert, aber auch die sozialen Bewegungen, die sich daran anschließen, inwiefern das eigentlich eher ländliche oder dörfliche Qualitäten sind. Dann beschäftige ich mich mit sogenannten Smart Villages, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Ich mache Forschung zu Smart Cities und habe aus dieser Forschung zu Smart Cities mir einiges überlegt, was ich für Smart Villages sinnvoll fände. Und vor allen Dingen werde ich hier auch so ein paar Dinge zur Diskussion stellen, die ich aus der Smart City Forschung beobachte, die sehr problematisch sind. Und ich befürchte, dass sie sich auch in Smart Villages abzeichnen werden. Und ich schließe mit Überlegungen zu einem Recht auf Land und wie das aussehen könnte. Urbane Dörfer, wie gesagt, bei mir ist unter diesem Schlagwort, sind extrem viele Assoziationen losgerattert. Und ein großes Problem, was damit angegangen werden könnte, ist das der urbanen Dichte, was eigentlich erst in der jüngeren Zeit in der Forschung auch als Problem erkannt worden ist. Es galt lange Zeit als ein positives Merkmal des Städtischen, dass alles ganz dicht ist, sowohl in räumlicher als auch in sozialer, wirtschaftlicher und so weiter Hinsicht. Ein Phänomen, wie dem Problem der Dichte zunehmend begegnet wird, ist, dass man im Bereich der Wohnbebauung mehr Grünelemente integriert. Gar nicht unbedingt mehr Grünräume oder Flächen im engeren Sinne, sondern tatsächlich, wie auf diesem exemplarischen Bild, dass man halt die Wohnbebauung stärker begrünt. Und so eine Form von Begrünung hätte auch viele andere Vorteile, gerade im Bereich der Klimaadaption. Wenn ich mir das für den eher ländlichen Bereich angucke, habe ich auch ein Problem der Dichte, und zwar das der fehlenden Dichte. In den Forschungen zur regionalen Entwicklung, gerade im ländlichen Raum, wird das immer als allererstes genannt. Die starke Entleerung in den meisten, zumindest europäischen Ländern, und dieser starken Entleere, also der fehlenden Dichte, soll ganz stark im Rahmen der breit angelegten Digitalisierungsmaßnahmen durch verstärkte Bandbreite gelöst werden, dadurch, dass plötzlich das Leben am Land für Städter, Städterinnen attraktiver werden soll. Und es wird in einigen Zusammenhängen angenommen, es würde ausreichend, wenn die digitale Infrastruktur gerade für das Homeoffice gut genug ist, dann ziehen die Städter auch ans Land. Das ist meines Erachtens viel zu kurz gegriffen, weil das hier einfach eine technokratische Lösung ist. Trotzdem, wenn ich über urbane Dörfer nachdenke und mir das sowohl für das Städtische als auch für das Ländliche überlege, ist das Problem der Dichte, der fehlenden oder der zu starken zentral. Als nächsten Schritt habe ich mir überlegt, kann man sich tatsächlich das Städtische eigentlich ohne das Ländliche denken erst mal? Und die Antwort ist sofort nein, denn ich kann eine Stadt nicht definieren, ohne sie vom Ländlichen abzugrenzen. Und wenn ich das sofort öffne, die Frage, dann kommen Fragen, kann das Städtische ohne das Ländliche existieren? Und auch umgekehrt, das Ländliche ohne das Städtische? Und auch hier ist die Antwort nein. Denken wir vor allen Dingen an wirtschaftliche Verflechtung, an Ernährungsfragen, an Arbeitsplätze und vieles mehr, weiter gedacht, auch an kulturelle Einrichtungen, dann brauchen sich beide gegenseitig. Die Städter vielleicht noch mehr, das Ländliche, um Freizeitmöglichkeiten auch außerhalb des Kulturellen zu nutzen. Aber es ist auf jeden Fall gar kein Dualismus, der dem zugrunde liegt, dem Städtischen und dem Ländlichen, sondern eine Relation. Das heißt, wir müssen uns, und das ist überhaupt keine neue Forderung, wir müssen uns von dualistischem Denken, das A nur existiert, weil es nicht A ist und so weiter, verabschieden und dieses dualistische Denken stärker als untrennbare Relationen adressieren. Und zwar sowohl in funktionaler Hinsicht, zu den Beispielen, die ich gerade schon genannt hatte, dass das Städtische nicht ohne das Ländliche existieren kann und umgekehrt, aber halt auch im symbolischen Bereich. Es gibt von Georg Simmel, einem Soziologen, der oftmals als Vorreiter der Stadtsoziologie gehandelt wird, sich dagegen aber zu seinen Lebzeiten noch gewehrt hat, von Georg Simmel gibt es schon den Ausspruch, dass man doch stärker sich die Metapher einer Brücke als die einer Tür vor Augen halten sollte. Und ich habe das hier aufgegriffen, weil ich das ein wichtiges Element finde, tatsächlich diese Relation zwischen Ländlichen und Städtischen eher als Brücke zu denken, denn als eine Tür, und zwar als eine geschlossene Tür. Georg Simmel ist auch dafür bekannt, dass er gesagt hat, nicht die Stadtluft macht frei, aber die Großstadt macht frei. Das Leben in der Großstadt ist so anonym und man kann so vereinzelt und kontaktlos leben, dass das ein bestimmtes Element von Freiheit bietet, und zwar ein Element von Freiheit innerhalb der sozialen, wie auch räumlichen Dichte. Das ist mittlerweile so ein bisschen hinterfragt worden, und da gehe ich auch jetzt im Zusammenhang mit dem nächsten Stadtsoziologen, den ich ganz kurz vorstellen möchte, drauf ein. Der nächste, den ich hier präsentiere, ist Henri Lefebvre, der Ende der 60er Jahre einen ganz, ganz kleinen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Recht auf Stadt, der enorm bekannt ist und auch mittlerweile sehr breit, zumindest im globalen Norden, von sozialen Bewegungen übernommen worden ist. Vor allen Dingen diese Forderung Recht auf Stadt. Viele der sozialen Bewegungen, die sich heutzutage darauf beziehen, kennen den Aufsatz nicht und denken auch, das sei ein 300 Seiten langes Buch und nicht nur 10 Seiten lang. Das ist auch egal. Man kann diese 10 Seiten tatsächlich auf einen Satz zusammenfassen, würde ich sagen. Es geht ihm nämlich nicht in der Forderung des Rechts, um das Recht in der Stadt leben zu dürfen, sondern es geht ihm um drei Qualitäten, die für ihn ausschlaggebend für das städtische Leben sind, nämlich das Recht auf Differenz, ist, dass man nicht in einer homogenen Masse leben muss, sondern dass man anders sein darf als andere Menschen, um das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am wirtschaftlichen Leben, am kulturellen Leben teilhaben zu können und um das Recht auf Aneignung. Und gerade im Bereich der sozialen Bewegung ist dieses Recht auf Aneignung ganz stark übertragen worden, auf räumliche Aneignung, jetzt gerade im städtischen Zusammenhang und auch auf räumliche bzw. ortsgebundene Infrastrukturen. Was Lefebvre ganz stark von Simmel unterscheidet, und das ist ein Punkt, den ich hier wichtig machen möchte, ohne hier auf eine stark innerwissenschaftliche Diskussion einzugehen, ist, dass Lefebvre auch das räumliche, als gesellschaftlich produziertes Element voranstellt. Das ist ein Punkt, mit dem sich Simmel einfach nicht beschäftigt hat. Deswegen kann man Simmel im Prinzip so lesen, dass der Raum, wie die Großstadt, das determiniert, was in ihm lebt. Also alle Großstädter sind anonym, weil die Stadt so groß und so dicht ist. Das lässt sich mit Lefebvre widerlegen, weil er als Schritt davor erst mal legt, wie Raum und auch vor allen Dingen urbaner Raum durch gesellschaftliche Prozesse sozialer, ökonomischer und kultureller Art überhaupt entsteht, wie Segregationsmuster entstehen und vieles mehr. Und dass diese Formen des gesellschaftlich produzierten Raumes dann auch bestimmte städtische Qualitäten zulassen. Daraus kann man ableiten, dass Lefebvres Idee, von was das Recht auf Stadt ausmacht, nämlich das Recht auf Teilhabe, das Recht auf Differenz und das Recht auf Aneignung, dass das genauso für den ländlichen Raum gilt. Ganz kurz ein paar Illustrationen, die mir in den Kopf gekommen sind, als ich mich mit dem Begriff urbane Dörfer beschäftigt habe. Das ist zum Ersten der große Trend zur Suburbanisierung, vor allen Dingen in den 1960er Jahren, wo damals städtisches Leben eigentlich noch sehr attraktiv war, aber auch viele große Wirtschaftsstandorte noch in der Stadt waren. Und es führte zu einer anderen Form von Dichte in der Stadt. Es gab einfach keinen Platz für neue Wohnbebauung, sodass ganz stark an den Stadträndern gebaut worden ist, in zwei großen Formen, nämlich in Hochhäusern und in Einfamilien- und Reihenhäusern. Und gerade diese Form der Suburbanisierung in Einfamilien- und Reihenhäusern könnte man als auch eine Form von urbanen Dörfern lesen, weil das oft Strukturen sind, die mit dem innerstädtischen Leben so gut wie gar nichts zu tun haben. Das Zweite, was mir eingefallen ist, ist der anhaltende Trend zur Reurbanisierung. Es gibt ungefähr seit der Jahrtausendwende ein ganz starkes Wachstum an Bevölkerung in innerstädtischen Bereichen, in vielen oder in fast allen Teilen Europas und Nordamerikas. Und auch da zeichnen sich Prozesse ab, die man vielleicht als urbane Dörfer verstehen kann, weil diese Art des neuen Zusammenlebens in der unmittelbaren Innenstadt tatsächlich nicht darauf ausgelegt ist, die Qualitäten wie Anonymität zu praktizieren, sondern eines neuen Miteinanders. Diese Form der Reurbanisierung, diese neue Form der Dichte forcieren, also das Recht auf die Qualitäten städtischen Lebens, wie es Henri Lefévre formuliert hat. Aber es ist natürlich alles andere als unproblematisch, weil wenn die Dichte zunimmt und der Raum im wahrsten Sinne des Wortes begrenzt ist, führt das auch zur Verdrängung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Der wird als Gentifizierung bezeichnet, worauf ich heute nicht eingehen möchte. Ich halte es aber als für erwähnenswert, um diese Form der Reurbanisierung nicht so als heile Welt Prozess darzustellen. Reurbanisierung kann man also quantitativ beobachten. Das spielt auch an etwas an, was Franz gerade schon erwähnt hat, dass die Zukunft des Lebens eigentlich im Städtischen gesehen wird, dass der Urbanisierungsgrad global stark wächst und für 2050, glaube ich, bei mittlerweile über 80 Prozent angesiedelt wird. Das sind quantitative Merkmale, die mich nicht so interessieren. Die muss man natürlich berücksichtigen. Mir geht es allerdings etwas stärker um die Qualitäten des städtischen Lebens, wo ich mich, wie gesagt, auf Lefebvre beziehe und die These aufstelle, ob das nicht vielleicht auch eher ländliche sind, die jetzt innerhalb des Trends der Reurbanisierung praktiziert werden. Nämlich tatsächlich enge Sozialkontakte. Das, was früher vielleicht einseitig als soziale Kontrolle verstanden worden ist, eher im ländlichen Bereich. Heute werden diese engen sozialen Kontakte wieder stärker gepflegt, und zwar auch schon in den Zeiten vor Corona. Der Aufbau von lokalen Netzwerken, gerade ein Zelebrieren von Miteinander statt ein Zelebrieren der Anonymität, dass sich meine Nachbarn und Nachbarinnen nicht kennen. Ein neuer Fokus, der sich unter anderem jetzt bei Corona auch noch mal intensiviert hat, auf eher Teilen statt auf Trennen, sowohl von Räumen als auch sozialen Prozessen. Und genau da setzt, und nur deswegen habe ich es vorhin vorgestellt, fällt auch wieder diese Metapher von Simmel ein, ob es nicht tatsächlich eher um Brücken statt um geschlossene Türen gehen, die in dieser Form der neuen Reurbanisierung praktiziert werden und die sicherlich auch ein Indiz dafür wären, dass die Auflösung von dualistischem Denken längst überfällig ist. Ich hatte eingangs schon gesagt, mein Forschungsgebiet ist Stadtforschung und ich, wenn es um Digitalisierung geht, konzentriere ich mich tatsächlich auf die sogenannten Smart Cities und zwar nicht in affirmativer Weise, sondern eher kritisch, was da eigentlich passiert. Ganz kurz, es gibt keine einheitliche Definition von Smart Cities, man kann es aber vielleicht zusammenfassen als die Digitalisierung urbaner Infrastrukturen und zwar nicht jeglicher Art, sondern der Infrastrukturen, die raumbasiert und ortsgebunden sind und das urbane Leben quasi am Leben halten sollen beziehungsweise meistens ist daran gebunden in den großen Narrativen über Smart City Installationen, dass sie die Nutzung von Ressourcen effizienter werden lassen. Die ganz großen Beispiele sind sowas wie Energieversorgung und die Mobilitätssteuerung, also dass der Verkehr durch automatisch geschaltete Ampeln besser fließt. Smart Villages hatte ich auch einfach anfangs schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich forsche dazu auch nicht, ich lasse also meinen Assoziationen freien Lauf und habe mich dann gefragt, was sind denn digitale dörfliche Infrastrukturen, für die das Gleiche gilt. Also sie sind raumbasiert, sie sind ortsgebunden und sie halten das dörfliche Leben am Laufen und ich werde nach einem kleinen Exkurs gleich in die Smart Cities darauf zurückkommen. Vorweg noch kurz, ich sehe gerade in der medialen Repräsentation eine sehr problematische Gleichsetzung, dass Smartness immer mit digital gleichgesetzt wird beziehungsweise darauf verkürzt wird und dass gerade im ländlichen Bereich dann Digitales auf eine möglichst hohe Bandbreite reduziert wird und alles andere gar nicht weiter betrachtet wird. Smart City ist seit ungefähr 10 oder 15 Jahren ein dominantes Stadtplanungs- und Stadtsteuerungsideal, was sich in ganz, ganz viele Teilbereiche aufbröseln lässt. Ich habe jetzt hier mal zwölf mitgebracht, die dominant sind. Bildung und Wissen ist eins, auf das ich jetzt hier gleich prompt gar nicht eingehe, sondern ich möchte drei kurz erläutern. Das eine ist Verkehr und Transport, ein verbessertes Verkehrsflussmanagement, nicht dadurch, dass es zum Beispiel weniger motorisierten Individualverkehr gibt, sondern dadurch, dass sich die Ampelschaltungen dem PKW-Aufkommen anpassen und den Verkehr besser fließen lassen. Dazu gehören aber auch die verschiedenen Car, Bike und sonst wie Sharing-Systeme, entweder als stationsbasierte Sharing-Systeme oder als sogenannte Free-Floating-Sharing-Systeme. Das heißt, man kann ein Fahrzeug oder ein Fahrrad an einer Stelle entleinen und ganz woanders abgeben. Das heißt, es gibt hier positive wie negative Teile im Bereich des Verkehrs und Transport. Ich bezeichne das sensorbasierte Verkehrsfluss und auch Parkraummanagement als negativ, weil es nicht dazu führt, dass weniger Autos fahren, sondern dass die Autos weiterhin schnell fahren können und sofort digital gesteuert einen Parkplatz finden. Und an den Leihsystemen sehe ich tatsächlich einiges Positives. Im Bereich Energie und Wohnen zählt dazu sowas wie die Smart Meter oder Smart Grids, also die automatische verbesserte Auslastung zum Beispiel der Stromsysteme, aber auch die automatische Überwachung. Wer verbraucht wann, wie viel Strom, wofür? Also man kann dann sehr gut sehen, wann der Nachbar zu viel Fernsehen guckt und wann er seine Wäsche wäscht. Im Bereich Abfall und Recycling geht es zum einen um die wahrscheinlich bekannteste Maßnahme, dass sich die öffentlichen Mistkübel automatisch, quasi automatisch entleeren, weil sie nämlich melden, ich bin voll und dann fährt ein Fahrzeug los und es leert das. Das wird mittlerweile auch im Bereich des privaten Hausmülls vorangetrieben, dass die also nur geleert werden, die privaten Mistkübel, wenn sie melden, ich bin voll. Auch da gibt es schon zahlreiche Studien dazu, die klargemacht haben, das ist eigentlich eher negativ, weil die Leute gerade ärmere Haushalte anfangen, ihren Müll nicht mehr zu Hause in die Mülltonne zu werfen, sondern in die öffentliche Mistkübel, was dazu führt, dass die Recyclingquote sinkt. All diese Beispiele und viele mehr führen zu sogenannten Rebound-Effekten. Das heißt, das, was gut gemeint war, geht nach hinten los und gerade die immer angepriesene Ressourceneffizienz ist bisher nicht beobachtbar, sondern geht, ja, diese Art der digitalen Überwachung und Steuerung braucht einfach so viele andere Ressourcen, sowohl monetärer wie auch energetischer Art, dass man das als Rebound-Effekt bezeichnen kann. Monetärer Art deutet auch darauf hin, dass solche Infrastrukturen natürlich extrem teuer sind und von den Städten und Stadtregierungen finanziert werden müssen, dass das Gelder sind, die woanders fehlen und die gerade im Hinblick auf eine soziale Gerechtigkeit auch dazu führen, dass andere soziale oder soziokulturelle Maßnahmen vernachlässigt werden, weil das Geld dafür fehlt. Es gibt mittlerweile eine Weiterentwicklung dieser Smart-City-Strategien oder Smart-City-Narrative und das wird auch gleich meine Überleitung zu meinen Ideen für Smart-Villages sein. Smart-Cities sind in vielen Bereichen immer noch dominant als Narration, also nicht unbedingt als etwas, was wir in jeder Stadt schon als komplett durchdigitalisierte Infrastruktur beobachten können, sondern auch etwas, was weiterhin als ideal medial vermarktet wird. Daran ist gebunden eine automatische Steuerung und Überwachung, das sehen die einen positiv, also utopisch, die anderen sehen das eher negativ, nämlich dystopisch und in beiden Fällen basiert es, wie schon erwähnt, eher auf zurzeit noch Visionen von bestimmten Firmen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, die diese Technologien an die Städte und Stadtregierungen verkaufen wollen. Das heißt, es ist ein klassisches Beispiel für ein angebotsorientiertes Phänomen. Die Firmen bieten den Städten ihre Infrastrukturmaßnahmen an, um die Infrastrukturen besser steuern zu können, besser überwachen zu können. Und es ist nicht zuerst das Problem da gewesen, was bestimmte Städte haben, die sagen, wir brauchen das, sondern es gab zuerst die Lösung, die Infrastruktur. Mittlerweile gibt es unter einem Stichwort des Platform-Urbanismus oder Platform-Urbanismus auch Manifestationen der raumbasierten Digitalisierung in städtischen Zusammenhängen. Auch daran ist eine gewisse Effizienz, Utopie geknüpft, weil plötzlich alle individuell steuern können, inwiefern sie eine digitale Infrastruktur benutzen. Damit ist so etwas gemeint wie, ich bestelle meine Pizza online und sie kommt dann mit Lieferando. Auch daran gebunden ist weiterhin die Intelligenz-Dystopie. Da natürlich, wenn ich meine Pizza online bestelle, das noch sehr lange zu überwachen sein wird, wann ich die bestellt habe, welchen Belag ich hatte und wann ich das nächste Mal bestellt habe. Mir geht es hier jetzt aber gar nicht so stark um Pizzadienstleister, sondern tatsächlich um Infrastrukturen, die im Bereich der städtischen und auch der städtischen Plattformen sehr dominant sind. Dazu gehört zum einen das Carsharing, was ich schon erwähnt hatte und zum anderen bestimmte Sorgedienstleistungen, die Plattformen vermittelt vorangetrieben werden. Und die bestimmt die meisten von uns, die in Städten leben, schon mal auf die ein oder andere Weise entweder in Anspruch genommen haben oder schon mal darüber nachgedacht haben, spätestens dann, wenn man dachte, ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder zu putzen, ich gucke mal, was care.com so bietet oder betreut.at. Das sind Formen des Plattform-Urbanismus, die meines Erachtens eine Manifestation des digitalisierten Urbanen darstellen. Wenn ich das jetzt versuche zu übertragen auf ein Recht auf Land, also die Qualitäten des städtischen Lebens, das Teilhabe, Differenz und Aneignung und versuche voranzutreiben, was ich mir unter Smart Villages vorstelle, dann habe ich vor Augen eine Art Plattform-Ruralismus. Der ist, glaube ich, zurzeit noch utopisch. Zum einen, weil solche Plattform-Urbanism-Unternehmen immer auch unternehmensgetrieben sind und natürlich bestimmte finanzielle Interessen verfolgen. Also das sind keine Gemeinwohlunternehmen. Und solange das unternehmensgetrieben ist, funktioniert es nur in urbanen Zusammenhängen, weil eine bestimmte Dichte sowohl an Nachfragenden als auch an Anbietenden dafür Voraussetzung ist. Zugleich sind diese beiden Beispiele, die ich gerade schon erwähnt hatte, für Plattform-Urbanismus, nämlich Carsharing und gerade Free-Floating-Carsharing, also Autos, die man an einer Station mieten kann und ganz woanders abgibt. Und auch sowas wie plattformvermittelte Sorgearbeiten sind im ländlichen Raum zurzeit eigentlich viel wichtiger und viel sinnvoller als im städtischen Raum. Gerade für den Carsharing-Bereich gibt es mittlerweile genügend Studien, die klar machen, dass das eigentlich nur als lustiges Freizeitauto benutzt wird, um zum Beispiel in Wien oder auch in Hamburg Strecken von unter drei Kilometern zu fahren. Dafür ist einfach kein Auto in der Stadt notwendig. Also es ist eher so ein Fun-Element. Aber in vielen ländlichen Regionen wäre so eine Form von Carsharing viel sinnvoller, damit nicht jeder Haushalt selber drei Autos besitzt. Auch plattformvermittelte Sorgearbeit wäre sicherlich im ländlichen Raum viel sinnvoller, weil die Strecken zum Beispiel viel weiter sind zwischen verschiedenen Haushalten. Aber bisher ist es zum Beispiel so eine Firma wie Care.com, die in Österreich unter Betreut.at läuft, bietet im ländlichen Raum überhaupt keine Dienstleistung an. Also es ist ein rein stetisches Phänomen. Und Carsharing gibt es bisher in der Form mit Free Floating auch nicht im ländlichen Raum. Das heißt, meine Form der Assoziation, was ich mir unter Smart Villages im positiven Sinne vorstelle und aus meinen Erfahrungen mit Smart Cities und der Kritik an Smart Cities ableite, ist tatsächlich eine Form von Plattform-Ruralismus, der dann auch gar nicht so stark unternehmensgetrieben und profitorientiert ist, sondern tatsächlich eher auf Peer-to-Peer oder People-to-People-Comments basiert. Und ich denke, es ist mittlerweile genügend Wissen auch vorhanden, um solche Plattformen jenseits der unternehmensorientierten Strukturen, die dafür notwendig sind, aufzubauen. Vielen Dank für den spannenden Vortrag, liebe Anke. Ganz kurz zum Ablauf. Also wir werden nach den Vorträgen immer die Möglichkeit haben, an den Standorten Fragen, Anmerkungen zuzulassen. Und der Christian Fuchs sammelt Fragen, Anmerkungen aus dem Chat. Gut, wir sind jetzt am Standort in Graz und dann möchte ich mich gleich ans Publikum hier wenden. Das ist unglaublich ungewohnt, dass ich gegen eine Wand sprechen muss. An das Publikum hier wenden. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen zum Vortrag von der Anke? Wenn es keine gibt, dann hätte ich eine Anmerkung oder eine Frage. Ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, das Aufzeigen der Möglichkeit, dass man aus dem Smart City-Konzept und aus bereits gemachten Erfahrungen natürlich viel ableiten kann dafür, wie denn Smart Villages ausschauen. und ganz interessant habe ich das gefunden, Stadt als gesellschaftlich produzierter Raum, Dorf als gesellschaftlich produzierter Raum und ich selber komme ja aus dem SDS-Hintergrund, das heißt, technologische oder technische Infrastrukturen sind auch immer sozio-technische Systeme. Also die sind auch gesellschaftlich gestaltet. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das denn mit Smart City als sozio-technisches System in Städten ausschaut und was man daraus für Dörfer lernen könnte? Ich weiß, es ist eine große Frage. Also ich glaube, Voraussetzung wäre, und das schließt sicher an den STS-Kontext an, Voraussetzung dafür, und das ist unabhängig, ob das etwas Ländliches oder etwas Städisches ist, ist tatsächlich auch hier die Relation zu betonen zwischen sozio-technisch, also technosozial, also wir sagen ja immer technosozial und streiten uns immer, ob es sozio-technisch oder technosozial ist. Das können wir irgendwann anders austragen. Aber eine Voraussetzung ist tatsächlich, diese Unterscheidung aufzuheben. Also alle Formen des gemeinschaftlichen Lebens und Raumproduzieren sind mittlerweile technosozial oder meinetwegen auch sozio-technisch. Und wenn man das akzeptiert hat, dann erst mal zu differenzieren, was ist eigentlich rein profitorientiert, was ist gemeinwohlorientiert, was ist überhaupt gesellschaftlich orientiert, und dann zu gucken, welche Systeme kann ich, welche technischen Systeme kann ich für das Soziale stärker in Wert setzen und dann auch tatsächlich zum Beispiel vom Städtischen in das Ländlich übertragen. Also meine Idee des Plattform-Ruralismus, das ist wirklich nur eine Idee und die ist entstanden aus der Forschung über den Plattform-Urbanismus, wo wir halt sehen, dass ja bestimmte Interaktionen im sozio-technischen Bereich stark vorantreibt und viele Städter, Städterinnen mich eingeschlossen denken, ach, das macht das Leben ja so einfach, aber gleichzeitig ich mit jeder Interaktion, mit jeder Pizza und mit jedem Carsharing nicht nur meine Daten riesigen Konzernen liefere, sondern natürlich auch jeweils die Konzerne mit finanziere. Also dass, wenn man das überträgt, zum einen in der Sinnhaftigkeit, was bräuchte man eher am Land, was für Formen von Plattformen die Dienste vermitteln und natürlich diese unternehmensorientierte oder das unternehmensorientierte Profit oder auch Dateninteresse daraus zieht, dann könnte man, glaube ich, diese Relation zwischen technischen und sozialen auch viel produktiver und vor allen Dingen auch positiver betrachten. Also bei den meisten eher kritisch Forschenden ist er ja immer noch so ein bisschen so, oh, lieber nicht, sicherlich berechtigt, aber ist tatsächlich auch zu wenden. Und es gibt mittlerweile Ideen für einen anarchistischen Plattform-Urbanismus, der, glaube ich, technisch noch nicht funktioniert, sondern bisher nur sozial. Aber sobald er technisch am Laufen wäre, auch dann mal zu gucken, wie kann man das auch auf die ländlichen Regionen übertragen. Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich darf jetzt Obergrafendorf fragen. Gibt es Fragen vor Ort bei den Kolleginnen und Kollegen dort? Ich tue mir jetzt unglaublich schwer. Ich sehe nichts. Also ich weiß jetzt... Ich fange jetzt einmal in die Runde. Techniker geht schon mit dem Mikro um. Ja, eine Frage kommt schon. Aber der... Jawohl, wunderbar. Danke. Hans Feichtinger. Hier ein Kommentar. Ich habe mich mit Mobilität im kleinstädtischen Bereich befasst. Und ich glaube... Machst du dir die vorstellen ein bisschen? Ja. Ich bin Mistelbach-Gemeinderat und früher sprach ich an der Radlobby gewesen. Ich habe mich mit Mobilität und Carsharing in dem Bereich beschäftigt und festgestellt, dass es in kleinen Gemeinden viel leichter ist, einen Plan zu haben, weil dort das gemeinsame Elektroauto oder gewöhnliche Auto im Zentrum steht und die Leute dann einfach sich das ausborgen, um in die nächstgelegene Stadt zu fahren und nach zwei, drei Stunden wieder zurückzukommen. In einem kleinen Ort gibt es vielleicht dann 20 Leute, die interessiert werden an solchen Projekten. Die sind aber verstreut und wenn sie dann in der Früh das Auto ausborgen, um zum Bahnhof zu fahren und das Auto floated frei herum, ist auch nicht viel gedient. Das heißt, ich glaube, es kann in diesem Bereich dann nur eine Möglichkeit geben, Floating-Systeme mit entsprechenden Verbindungen, wo auch dann Freiwillige sich um die Rückstellung oder Bewegung dieser Automobile oder Fahrzeuge, wie auch immer, kümmern. Das ist meine Beobachtung. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eigentlich um die Digitalisierung nicht nur im städtischen Bereich, wo eben so Lieferdienste, Carsharing-Dienste eigentlich relativ einfach durch Unternehmen abgedeckt werden. Jetzt ist die Frage an die Expertin, welche Maßnahmen wir als Gemeinden treffen können, um diesen wirtschaftlichen Nicht-Faktor im ländlichen Raum zu kompensieren. Gut, dann gehen wir mal zurück nach Katz. Ja, also Free Floating ist genau, das ist eins der Probleme bei Free Floating, dass die Leute, die sonst wo abstellen und irgendwie entweder Firmenangestellte oder wie gerade genannt, Freiwillige, die zurückbringen müssen. Wenn es aber irgendwann viel mehr Fahrzeuge geben würde, weil es sich trägt, wird das wahrscheinlich sich mehr oder weniger, gerade durch die Unterstützung von Leuten, die auch was zurückfahren, aufheben. Das Problem ist, dass es ja überhaupt nicht versucht wird, gerade mit der Begründung, dass es nicht funktionieren wird. Also ich habe dazu überhaupt keine empirische Basis, ob es funktionieren würde. Meine Feststellung ist einfach so, wie es in den Städten funktioniert. Es ist ein Fun-Faktor und daher gerade in ökologischer Sicht das Gegenteil von sinnvoll. Ich habe mir dann überlegt, was am ländlichen Raum sinnvoller wäre und gerade auf Basis der Tatsache, dass da viele Familien zwei, drei oder auch fünf Autos haben, wäre es, glaube ich, ein guter Versuch wert. Und die zweite Frage habe ich nicht verstanden akustisch. Ich probiere es nochmal. Die Digitalisierung im städtischen Bereich wird sehr stark durch die Firmen selbst getrieben, weil sich die Digitalisierung im städtischen Bereich leichter rechnet und finanziell einfach sich für die Unternehmen einfach herausstellt, dass das vernünftig funktionieren kann. Im ländlichen Bereich ist meine Frage, ob die Gemeinden oder wie sich die Gemeinden engagieren müssten, um die Digitalisierung im ländlichen Bereich auch vorantreiben zu können. Ich glaube, man muss, also die Angebote, die die Firmen machen, sind ja bekannt und da gibt es sicherlich leichte Adaptionsmöglichkeiten für den ländlichen Raum. Der Schritt sollte aber sein, dass tatsächlich die Gemeinderegierungen stärker formulieren, was brauchen wir. Also brauchen wir die Mistkübel-Lehrung oder brauchen wir vielleicht doch stärker eine verbesserte Energieversorgung oder brauchen wir ganz andere Formen, die vielleicht auch ohne Digitalisierung funktionieren, wofür wir unser Geld ausgeben. Also ich glaube, die ländlichen Regionen hätten hier die Macht im Prinzip zu sagen, wir wissen, was es gibt und wir suchen uns das raus, was wir brauchen, was wir für unmittelbar sinnvoll in unseren Bereichen erachten. Und damit gehen wir auf die großen Firmen zu und sagen, wir brauchen meinetwegen ein Energiesystem, mit Sicherheit kein Verkehrsleit und Parkleitsystem oder wir brauchen meinetwegen ein plattformbasiertes Free Floating Carsharing. Also ich sehe da tatsächlich aus den Lehren der Dinge, die in den Städten abgelaufen sind in den letzten zehn Jahren, ja eine Möglichkeit eher für die ländlichen Regionen, um zu sagen, wir brauchen das und das und das aus dem Bereich digitaler Infrastrukturen und die anderen Sachen brauchen wir nicht, die braucht ihr uns auch gar nicht anbieten. Frage, ein Beispiel aus Zell am See. Dort hatten sie einen Gemeindebus und der war für die Gemeinde nicht mehr rentabel, aber für die Bürger extrem relevant und wichtig als Service, nämlich auch für Leute, die nicht mehr selber Auto fahren können. und die Lösung, die sie dann gefunden haben, war, dass die Gemeinde nach wie vor den Bus und das Equipment, die Beziehungskosten und so weiter stellt, die Fahrer aber aus der Gemeinde von Freiwilligen gestellt werden. Das heißt, dass die Leute sich bereit erklären, ein-, zweimal im Monat für gewisse Fahrten zur Verfügung zu stehen in gewissen Zeiten. Die machen das im Ehrenamt und führen die, meistens sind es ältere Leute oder eben die kein Auto haben, von A nach B und das Zusatzmoment, das dabei ist, ist der soziale Kontakt. Ja, also diese Leute, die das im Ehrenamt machen, sind oft einmal auch Pensionisten schon, die daraus sich einen gewissen Spaß machen, den Sozialkontakt zu haben, indem sie da als Fahrer dieses Gemeindebusses mit all den anderen quasi in Kontakt treten können und es war wirklich eine Win-Win-Situation, weil sie haben nicht nur das Mobilitätsbedürfnis abgedeckt, sondern auch diesen sozialen Anschluss wieder verbessert dadurch. Danke. Soll ich was sagen? Ich kenne das Beispiel und das war auch gerade mit dem sozialen Aspekt und will das Beispiel nicht schlecht machen, aber es ist was anderes als das, was ich meine. Bei mir geht es tatsächlich eher, was ich mir darunter vorstelle, dass Leute, die gerade in Familienkonstellationen, wie auch immer die gestrickt sind, viele eigene Pkw haben, dass die ihre eigenen Pkw reduzieren können, weil sie auf solche Free-Floating-Geschichten zurückgreifen können und das kann man nicht, wenn man im Berufsleben steht, kann man nicht warten, bis der Bus voll ist und die Pensionisten eine nette Fahrt machen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen radikaler denken, wobei ich das Beispiel, als ich das damals gelesen habe, auch extrem positiv fand, aber ich finde, es ist was anderes. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage weiterhin Jein, weil ich denke, das wäre sinnvoll. Gleichzeitig habe auch ich gerade ein Semester der digitalen Lehre hinter mir und kann nur sagen, es ist eine Katastrophe. Ich würde mich auf jeden Fall dagegen aussprechen, dass langfristig Universitäre und vor allen Dingen auch schulische Lehre digital stattfindet, weil es wird dann ganz klares, ich kriege was vorgesetzt und muss das auswendig lernen, auch wenn ich das in lustigen WhatsApp-Gruppen begleite oder sonst wie. Aber es fehlt die soziale Interaktion und soziale Kompetenzen werden nicht mehr erlernt und das ist ein ganz wichtiges Element der schulischen Laufbahn. Deswegen sage ich Jein. Ja, sehr spannendes Thema natürlich. Die Frage danach, wie Bildung, aber auch Forschung, die sehr stark im urbanen Raum angesiedelt ist, seinen Weg in Dörfer, in den ländlichen Raum besser findet. Also da gibt es ja schon eine Reihe von guten Beispielen, vor allem in der transdisziplinären Forschung. Gut, ich weiß jetzt gerade nicht, gibt es noch Fragen in Obergrafendorf? Jetzt endgültig bitte zum Christian Fuchs, der uns jetzt mit Fragen aus dem Chat versorgt. In den Chats schon, also es hat jetzt noch nicht viele Fragen gegeben, aber auch schon Anmerkungen im Facebook-Chat. Fragen sind derzeit vom Leopold Zyper gekommen im YouTube-Chat und zwar, hier an die Anke auch, die Frage, welche Smart City wäre vorbildhaft? Und gleich anschließend dann auch noch, was könnte man in Smart Villages besser machen, als in Smart Cities? Und eine Frage ist dann noch dazu gekommen. Vielleicht die Dame noch gleich dazu, würde ich sagen. Die Sandra Niedermeyer hat im YouTube-Chat auch gefragt, warum hat Lefebvre die drei Qualitäten, Recht auf Aneignung und Differenz, etc., auf die Stadt bezogen? Und ist das genauso am Land auch möglich? Und warum nennt ihr es Recht auf Stadt dann? Ich kenne kein einziges positives Vorbild für eine fertige Smart City. Weder für eine dieser Smart Cities, die komplett neu entstanden sind und auf dem Reißbrett erst geplant sind und dann auch gebaut worden sind. Da gibt es vor allem in Asien einige, wo es auch mittlerweile genügend Studien gibt, dass die zwar theoretisch gut digital gesteuert funktionieren, dass sie aber nicht angenommen werden. Also die sind relativ leer. Das klassische Problem der Stadt, also zu dicht, ist da jetzt erstmal nicht gegeben. Und aus den Beispielstädten, die ich aus europäischen Kontexten kenne, kenne ich keine Stadt, wo ich sagen würde, da funktioniert es jetzt uneingeschränkt gut. Und bis auf, Barcelona, was meistens als das Vorbild im Sinne eines kritischen Smart City Ideals behandelt wird, was allerdings gar nicht daran liegt, dass sie bestimmte Infrastrukturen benutzt haben oder nicht, sondern dass sie eine bestimmte Form der Stadtregierung haben, die viel stärker steuernd eingegriffen haben, an welche Firmen binden wir uns, von welchen Firmen lösen wir uns wieder, was wollen wir eigentlich tatsächlich digital gesteuert vorantreiben, was nicht. Das heißt, wenn ich eine benennen müsste, würde ich sagen, Barcelona. Aber der Grund dafür ist nicht, weil sie so eine tolle digitale Infrastruktur haben, sondern weil sie eine vergleichsweise konstruktive Stadtregierung haben. Zu der zweiten Frage mit Lefebvre, der hat es entwickelt meines Wissens, weil er das im Kontext von 1968 entwickelt hat, also die große Revolution in den Städten, Studierenden und Ruhnen, viele andere Formen von sozialen Bewegungen, die gerade in Form von Demonstrationen vor allen Dingen in den Städten stattgefunden haben, nicht nur in Frankreich, auch in Nordamerika später, auch in anderen Teilen Europas. Und für ihn war deswegen Stadt eigentlich der Untersuchungsgegenstand, weil da damals so viel passiert ist, meines Wissens nach. Aber dass man diese drei Prinzipien genauso gut aufs Ländliche übertragen kann, war ja genau mein Argument. Also dass er das zwar für die Stadt entwickelt hat und dass das sehr häufig, gerade in sozialen Bewegungen auf der Städtische, verengt wird, aber die Qualitäten kann man genauso gut aufs Ländliche übertragen. Und gleichzeitig würde ich sogar noch hinterher schieben wollen, vielleicht sind das gar nicht originär städtische Qualitäten, obwohl er sie so formuliert hat. Man darf dabei auch nicht ganz vergessen, dass die Stadtforschung eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin ist. Also die ist gerade mal 100 Jahre alt. Das also tatsächlich in dem Vorantreiben des Besonderen des Städtischen der Fähre Teil dieses Vorantreibens war. Christian, gibt es weitere Fragen noch oder ist es damit erledigt? Wir liegen so gut in der Zeit. Wir haben noch Diskussionsraum. Genau, also wir haben auf jeden Fall zum einen auch einen Visu, quasi einen Vorschlag in Facebook bekommen, auf eine Studie von Integral zu dem Thema Elektroautos und Bahnhof, also dass dort ein Floating Carsharing Modell wäre, was laut dieser Studie im Sommer 2018 auf wenig Interesse gestoßen wäre. und Leopold Züger antwortet auf YouTube, dass er der Meinung ist, dass er dem nicht zustimmt, dass es keine positiven Smart Cities gibt. Aber die Frage dann, wie würde ein ideales Smart Village aussehen? So wie es aussehen würde, ich weiß es nicht. Also habe ich ja anfangs schon gesagt, ich bin Stadtforscherin. Ich musste mich jetzt zum ersten Mal mit diesem Gedanken überhaupt auseinandersetzen und habe deswegen Kritikpunkte, die ich aus der Smart City Forschung und auch aus der Plattform Urbanism Forschung abgeleitet habe, auf das Dörfliche übertragen und versucht, etwas Positives rauszuziehen. Aber wie sich das konkret im ländlichen Raum materialisieren soll, ist tatsächlich jenseits meiner Expertise. Also ich hänge also im Stadt-Land-Dualismus fest und sage, Land kann ich nicht. Ja, tatsächlich muss ich mich auf meine Ideen, die ich hier gerade präsentiert habe, beschränken und möchte aber gleich hinterher schieben, dass das natürlich nur ein ganz kleines Idechen ist und kein fertiges System. Aber ist einfach nicht mehr ein Arbeitsbereich. Wie wir vorher darüber diskutiert haben, als technosoziales System Smart Village, das heißt, es ist ein Stück weit individuell und kontextbezogen unterschiedlich. Deshalb wird es auch sehr schwierig sein, diese Frage überhaupt in so einer generellen Form zu beantworten. Gut, ich habe gerade gehört, wir hätten noch ein bisschen Zeit, falls es noch Fragen an den Franz zum Einführungsvortrag geben würde. Christian, es waren Online-Kommentare bzw. Fragen zum Einführungsvortrag von Franz? Da hat man noch nichts bekommen. Also jetzt nur zum jetzigen Beitrag noch ein Kommentar kommen von dem Teilnehmer, wir im Klimawandel und das hätte. Und die haben das einfach noch bestätigt, dass sie ein Beispiel haben von einer Gemeinde, die eben genauso einen Taxidienst über einen Verein organisiert hat, wo quasi die Mitgliedsbeiträge Kosten für das Auto regeln und Mitglieder sich zu Fahrtendiensten verpflichten. Und dass dieses Beispiel gut funktionieren soll, wie im Klimawandel. und ein Kollege, eine Kollegin in der Dorf-Uni hat geantwortet, dass es Rob Hopkins erwähnt hat, dass die Stadt Liege von Smart City zur Transition Town wurde. Also da auch vielleicht die Richtung von Smart City hin zu Smart Village. Ja, es muss ja, also Transition Town muss ja nicht automatisch Smart Village sein, aber trotzdem sehr interessante Beobachtung. Das muss ich auch gleich nachgucken. Also weil das, es gibt ja einige Smart Cities, die sich früh daran versucht haben und dann auch sehr früh entschieden haben, unseres ist das nicht. Aber dann gleich zu sagen, okay, wir gehen, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, ins andere Extrem ist natürlich eine super Beobachtung. Wenn ich noch gleich hinzufügen darf. beziehungsweise Liebholzik hat auch vorgeschlagen, ob Franz vielleicht die Idealvorstellung von einem Smart Village hat. Und ob man da zum Beispiel jetzt noch eine kurze Zeit haben, ob uns das teilen mag oder ob das in einer späten Zeitung kommt. Wolte, hat das Franz einmal skizziert, was er sich unter einem Smart Village vorstellt. Also ich habe eigentlich in meinem Beitrag schon gesagt, Smart Village ist primär ein... dass ein Dorf, eine Gemeinde, ein Thema hat, eine, wie soll ich sagen, eine Attraktivität hat und dadurch auch für Außenstehende sozusagen eine Individualität hat. Smart Village ist natürlich dieses Andoppen des Dörflichen an die Welt und das natürlich auch, was wir schon von Anke gehört haben, auch das Nutzen von elektronischen Medien für die lokalen Kooperationsbedürfnisse. Aber für mich ist Smart Village eben auch diese Idee, dass wir das Village tatsächlich auch zum Ausgangspunkt oder zum Standort, wenn man es so sagen will, auch von Menschen machen, die sagen, ja, hier arbeitet es sich am besten. Nicht nur hier wohnt es sich am besten. Und dieses hier arbeitet es sich am besten, das ist sicherlich nicht einfach nur durch die landschaftliche Qualität, durch den Garten oder sonst irgendetwas gegeben, sondern wir brauchen auch in Dörfern zum Beispiel Coworking Spaces und wir brauchen Coworking Spaces, die vielleicht auch in irgendeiner Form die Menschen, die dort arbeiten, zu produktiven Ketten zusammenschließen. Also es könnte sein, dass ein Dorf beschließt, es wird ein Medienproduktionsdorf, es wird ein Handwerksdorf. Also Smart heißt in dem Fall, wir sind wenige, wir können nicht überall zu Hause sein, nicht von jedem Dorf einen Hund sozusagen machen, sondern wir haben ein Thema und durch dieses Thema können wir uns einklinken, auch in Netze der Produktion, der digitalen Produktion. Also das ist für mich ein Aspekt. Ein anderer ist eben auch zum Beispiel, du sagst, okay, Menschen, die alt sind, die vielleicht jetzt nicht mehr so gut mobil sind, denen eröffnen wir die Möglichkeit mit all den Bezugsgruppen, mit denen sie zu tun haben, von Lebensmittelhandel über das medizinische Support-System und so weiter. Also es gab schon einmal ein wunderbares Projekt von Bernd Eisinger, das hieß Windows Wide Open, der hat gezeigt, dass die ältere Generation wahrscheinlich dann erst so richtig in die Medien einsteigen kann, wenn man ihnen hochqualitative Bilder liefert. Also all diese Dinge sind jetzt auf der Tagesordnung, wenn wir Smart Village und da kommt jetzt wirklich ein Riesenschub an Forschungsgeldern aus der Europäischen Union auf uns zu. Wenn wir Smart Village als Idee auch zur Vernetzung von Dörfern in einer Kleinregion zum Beispiel begreifen, dann haben wir wahrscheinlich eine Einheit, die leistungsfähig ist. Und ich glaube, der Gerald Mattis, der nach mir spricht, der wird dazu sicherlich entscheidende Dinge sagen. Danke. 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 Danke schön, Franz. Und danke an die Diskutantinnen und Diskutanten. So, jetzt funktioniert es wieder. Gut, ich möchte mich entschuldigen für die technischen Probleme, die zu einer Zeitverzögerung geführt haben. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an den Ossi und an den Michi, die jetzt in dieser Viertelstunde auf Hochtouren gearbeitet haben, damit wir wieder zurück uns zurück gemeinsam finden können im virtuellen Raum. Gut, dann möchte ich jetzt den Herrn Gerald Mattis ganz herzlich begrüßen. Gerald Mattis ist Vorstand des Instituts für Standort, Regional- und Kommunalentwicklung in Dornbirn, wo er im Moment auch sitzt, Graz und Lindau. Und er leitet den Hochschullehrgang für Standort und Regionalmanagement an der Fachhochschule Vorarlberg. Darüber hinaus ist er auch in beratender Funktion tätig, nämlich für Länder, Regionen und Kommunen zu Fragen der Standort, Wirtschafts-, Regional- und Kommunalentwicklung und das auf einer internationalen Ebene. Und die Arbeitsschwerpunkte von Herrn Mattis liegen im Bereich von Wirtschaftsentwicklung auf kommunaler und regionaler Ebene mit einem besonderen Fokus auf den ländlichen Raum, aktive Bodenpolitik und Flächenmanagement, gesamthafte kommunal- und regionalentwicklung sowie Standortsoziologie. Und er hat auch zahlreiche Fachpublikationen veröffentlicht, unter anderem Bücher wie Standortsoziologie, der Einfluss von Denk- und Wertehaltungen auf die Wirtschafts- und Innovationskraft von Standorten. Und heute, hier jetzt endgültig, wird er einen Vortrag zum Thema Bewusstseinsbildung für den ländlichen Raum zum Guten geben und wir freuen uns sehr darauf. Bitteschön, Herr Mattis. So, können Sie mich hören? Ja, wir hören dich wunderbar. Okay, gut, okay. Ja, dann darf ich von meiner Seite auch noch einen schönen Mittag wünschen, Bewusstseinsbildung für den ländlichen Raum. Ich glaube, dass wir den ländlichen Raum in Zukunft anders und neu denken müssen, dass wir auch die Entwicklung des ländlichen Raums neu denken müssen. Das Buch Standortsoziologie ist schon angesprochen worden. Und ich habe mich dort mit individuellen und kollektiven Denk- und Wertehalt beschäftigt. Das heißt, was prägt eigentlich so das Psychogramm von Sozietäten, also von Ländern, Regionen und Kommunen? Und sehr oft sind es so Mainstream-Haltungen, die nicht einmal wahr sein müssen, die aber trotzdem als wahr angenommen werden. Also das sind dann im Grunde genommen Haltungen, wie David Bohm sie beschreibt. Das sind Annahmen und Meinungen, die wie Computerprogramme in unseren Köpfen stecken und damit unsere Haltung und unsere Gesellschaft determinieren. Das ist so wie mit Adalas. Man hat 300 Jahre oder hunderte von Jahren mit Adalas Krankheiten bekämpft und weiß inzwischen, dass das nur ganz wenige, wenig hilfreich ist, mit Blutegeln Blut abzusaugen. Aber trotzdem hat man das als wahr anerkannt und das war okay. Oder unter Kaiser Wilhelm, dass das Militärische über das Zivile gestellt wurde, das Militärische, das sich unterordnete, das nicht mehr Selbstdenkende, das wurde über alles gesetzt und hat letztlich zu diesen traurigen Szenarien des 20. Jahrhunderts geführt. Es wurde nicht geprüft, es wurde einfach als wahr angenommen oder etwa das Gottesgnadentum des Kaisers, auch in Österreich. Kaiserin Zitter, die letzte Gemahling des österreichischen Kaisers Karl, hat in ihren Interviews immer von diesem Gottesgnadentum gesprochen. Und beachten Sie bitte, wie auch in unserer Zeit nach wie vor der Adel hofiert wird eine Gesellschaftsschicht, die über Jahrhunderte hinweg mit Macht und Profitgier mit Krieg und zum Teil unwürdige Methoden auf Kosten ganzer Völker agiert hat. Und diese Gesellschaftsschicht wird nach wie vor von weiten Teilen unserer Bevölkerung, und dazu gehören nicht nur die Frauenzeitschriftleser, über die Masse hinaus hofiert. Und es ist nicht wahr. Das heißt, diese Muster, die sind nach wie vor verankert. Und ich glaube, es gibt auch ein Muster, das mit dem ländlichen Raum zu tun hat, nämlich, dass es Zeit ist, dass wir uns von diesem alten, nicht mehr gültigen Image der Rückständigkeit des Landes befreien. Auch das ist so eine Denkhaltung, die zu einem Bewusstsein führt, das einfach nicht mehr wahr ist, aber das von vielen einfach noch von vornherein als wahr angenommen wird. Der erste Ansatz ist, dass es nicht wahr ist, dass die Menschen nicht mehr auf dem Land leben wollen, weil ja alle in die Städte flüchten. Also wir haben Zuwächse beispielsweise in der Steiermark. Graz wird wahrscheinlich zu 30 Prozent wachsen, während rundum alle Bezirke in der Steiermark abnehmen werden. Das heißt, die Steiermark wird in etwa die gleiche Einwohnerzahl haben in 20, 25 Jahren, aber nur die Stadt Graz wird auf Kosten der umliegenden Regionen in der Steiermark weiter Zuwachs haben. Das heißt, der Rann auf die Städte und die Ausdünnung des ländlichen Raums, das macht auf den ersten Blick das Eindruck, als ob das Land nicht attraktiv wäre. Und die Menschen früher oder später alle in die Städte ziehen würden. Aber das ist so nicht wahr. In Wahrheit ist das Land ein hochattraktiver Wohnort und verfügt über zahlreiche inhärente Stärken und Qualitäten. Und vor allem auch in sozialer und jetzt sind wir bei der Bildung auch in intellektueller Qualität und bietet Entwicklungsmöglichkeiten, wie sie insbesondere jetzt im Zeichen der Digitalisierung und der veränderten Mobilität im urbanen Raum oftmals gar nicht zu finden sind. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion im Bregenzer Festspielhaus, da hat Alexander Mankowski, Zukunftsforscher der Daimler AG, allen anderen Zukunftsforschern widersprochen, weil die gesagt haben, die Zukunft liegt einzig und allein in den Städten nicht. Und er hat gesagt, er wohnt auf dem Land und er hat hier als Intellektueller und Zukunftsforscher ganz andere Varianten und Möglichkeiten wie etwa in Stuttgart oder München. Fakt ist auch, dass die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ihren Lebensmittelpunkt in einer Gemeinde im ländlichen Raum hat. Und für diese Menschen ist das Leben auf dem Land auch nicht zweite Qualität, sondern das ist ihre präferierte Wohnsitzsituation. Und ich glaube, wie gesagt, dass es wirklich an der Zeit ist, uns von diesem alten Image zu befreien. Hier diese glänzende Stadt pulsieren, modern, zeitgeistig und voller Leben, auf der anderen Seite das Land mit seiner Schwerfälligkeit, seiner Rückständigkeit und seinen Kühen. Das Bild ist falsch und überholt, denn die Zeit, die Mittel und die Rahmenbedingungen haben sich dramatisch verändert. Heute sehnen sich immer mehr Menschen danach, in einer intakten, in einem ländlichen Umfeld zu leben oder dort aufzuwachsen. Gerade die Corona-Krise hatte hier auch nochmal einiges an Veränderungen bewirkt. Und es kann doch nicht sein, wenn die ganze Welt in Indien IT-Leistungen einkauft, da kann es doch kein Problem sein, wenn man ein oder zwei Stunden von der Stadt entfernt ist und dort lebt und dass man diese Möglichkeit nicht auch mitnutzt. Wir haben zudem andere Verkehrs- und Transportsysteme, andere Bildungssysteme und einen Zugang in die letzten Winkel Europas und der Welt und eben auch neue Informationen zu Kommunikationsmöglichkeiten. Genau das, was wir jetzt im Augenblick gerade praktizieren. Und wir müssen das Land und die ländlich strukturierten Regionen daher auch anders positionieren und anders verkaufen. Auch was ihren Selbstwert und ihr Selbstverständnis anbelangt. Wir müssen dieses historische, veraltete Selbstverständnis der Benachteiligten auch dringend verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen zu einem Jammerverzicht kommen. Wir müssen mehr Selbstbewusstsein auch im ländlichen Raum entwickeln. Und wir haben auf dem Land auch eine Situation, wo das Leben und das Arbeiten kein Nachteil sein muss. Es hat inzwischen viele Vorteile und kann mit Lebens- und Freizeitwerten verbunden werden, wie wir es in der Stadt eigentlich gar nicht mehr finden. Und wir haben auf dem Land auch ein ganz anderes soziales Umfeld. In einer Zeit, die immer unpersönlicher und rauer wird. Die Kollegin vorher hat davon gesprochen, dass Videokonferenzen den normalen Unterricht und die normale Lehre an Hochschulen und Universitäten nicht ablösen können, weil die soziale Interaktion fehlt. Und da bin ich 100 Prozent Ihrer Meinung. Diese Sozialisation ist etwas ganz Wichtiges. Und das Land kann vor diesem Hintergrund Identifikationsmerkmal für ein anderes Leben und ein anderes Arbeiten sein, wobei das Hand in Hand geht. Und auch ist das Land im Zeitalter der Mobilität näher bei der Stadt als die Vorstadt beim Zentrum. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass das für die einen attraktiv sein mag, für die anderen weniger. Und das ist auch gut so, nicht? Und wir sollten auch aufhören zu diskutieren, was besser oder schlechter ist. Die Stadt oder das Land. Beides hat seine Werte, beides hat seine Qualitäten. Und es gibt Menschen, die die Stadt und andere, die das Land präferieren. Es ist genauso unnütz, wie Bergsteigen mit Segeln zu vergleichen. Und beides hat seinen Reiz und beides hat seine Qualitäten. Das heißt, das Land ist durchaus ein attraktiver Lebenswohn- und Arbeitsstandort mit vielen Chancen. Damit das jedoch so bleibt, müssen wir uns auch gezielt und nachhaltig um die Entwicklung des ländlichen Raumes kümmern. Wir müssen den ländlichen Raum kontinuierlich und aktiv gestalten und vor allem auch die neue Zeit. Also alles, was wir Digitalisierung und Breitband, ich komme dann noch drauf, auch anders nutzen. Und da sehe ich auch natürlich große, große Probleme in dieser Nutzung. Neue Studien übrigens des Zukunftsinstituts aus Berlin, Daniel Detting, und zeigen darüber hinaus, dass Menschen, wenn sie frei wählen könnten, und das ist jetzt interessant, zwischen zu 45 Prozent am liebsten in einer Landgemeinde, zu 33 Prozent in einer Mittel- oder Kleinstadt, und nur mehr zu 21 Prozent, und das sind dann vor allem die Jungen, in einer Großstadt leben würden. Es ist also keineswegs so, dass die Menschen den ländlichen Raum verlassen wollen, sondern vielmehr, dass sie dazu gezwungen werden. Die Menschen wollen dort Arbeit finden, wo sie auch ihren Lebensmittelpunkt haben, wo sie wohnen. Und das ist jetzt einer der ganz zentralen Sätze. Dort Arbeit finden, wo sie wohnen, ihren Lebensmittelpunkt haben. Und dennoch müssen derzeit knapp zwei Millionen Menschen in Österreich täglich in die Ballungsräume einpendeln. Wenn man sich so das ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich ein ökologischer Wahnsinn im 21. Jahrhundert. Die Frage ist, wieso ist das so? Denn der ländliche Raum wird ja in der Tat intensiv gefördert. Die Verwendung der Gelder und der daraus resultierende Nutzen, den muss man allerdings kritisch hinterfragen. Eben sind die Struktur der Regionalentwicklung und die diesbezüglichen Förderstellen. Diese Förderstellen sind in der Regel in ganz Europa bei den Agrar- und nicht bei den Wirtschaftsministerien angesiedelt. Und die Akteure der Regionalentwicklung sind Raumplaner, Geografen, Architekten, Ökologen und Soziologen. Jedenfalls keine Ökonomen. Und so liegen dann auch die Schwerpunkte der Regionalentwicklung im raumplanerischen, ökologischen, agrokulturellen, architektonischen, touristischen und soziologischen Bereich. Es werden Fuß- und Wanderwege konzipiert, Leitsysteme prämiert, Alp- und Vorsitzregionen gerettet, Alpinforschung betrieben, Kulinarikangebote, Naturparks und Dorfkerne entwickelt, für die es dann keine Einwohner mehr gibt, weil es am notwendigsten fehlt, nämlich qualifizierten Arbeitsplätzen. Und wir laufen zur Gefahr am Ende, nur noch eine riesige regionale Museumslandschaft zu fördern, die wir dann chinesischen Touristen wie Hallstatt als alpine Attraktionen vorzeigen können. Vielfach wird auch einfach das gemacht, was von Brüssel gefördert wird. Man orientiert sich an den angebotenen Finanzierungen und konzipiert entsprechende Projekte. Und es müsste eigentlich umgekehrt sein. Projekte müssen sich an den tatsächlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen orientieren, die wir auf dem Land feststellen. Und dann müsste die Finanzierung sichergestellt werden. Und so hat sich erst in den letzten Jahren die Wirtschaftsentwicklung als Beispiel vorsichtig in die Programme der Regionalentwicklung eingeschlichen, ist aber nach wie vor ein Stiefkind der Entwicklung des ländlichen Laumes. Letztlich fällt es hier vor allem an Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz. Denn Regionalentwicklung ist eine Domäne der genannten Akteure und Förderstellen. Und diese fokussieren ihre Arbeit natürlich auf die Umsetzung ihrer alten und bisherigen Ziele. Und so wird immer wieder um mehr von derselben Medizin verabreicht, die aber schon in der Vergangenheit die wirklichen Probleme nicht lösen konnte. Das ist für mich ein sehr dringliches Problem. Vor diesem Hintergrund müssen wir, und das ist jetzt Bewusstseinsbildung, und das ist auch Neu-Denken, wir müssen die Entwicklung des ländlichen Raumes neu denken. Und wir müssen sie auch verstärkt in der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land denken. Weil nämlich die Lösung der Probleme der Städte, und die Städte haben dringliche Probleme, und diese Probleme werden immer dringlicher, in der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land liegen wird. Und dazu möchte ich Ihnen sechs Postulate darstellen, wie wir diese Entwicklung sehen. Das erste Postulat heißt ganz klar, dass wir im ländlichen Raum ganz bezieht Arbeitsplätze in einer Zumutbahn, in einer Auspendelqualitativen Entfernung schaffen müssen. Denn zentrales Thema ist die Schaffung von produktiven Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Land. Wir müssen den Monopolismus der Arbeitsplätze in den urbanen Räumen verändern und müssen die Arbeitsplätze verstärkt auf ganz Österreich verteilen, um bei Österreich zu bleiben. Das heißt, es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen in den regionalen Räumen und Provinzstädten. Vor allem im ländlichen Raum gibt es nur mit Arbeitsplätzen. In Zumutbahnverfährung auch Zukunft und Perspektive. Sie sind die Grundlage der Daseinsvorsorge auch. Das wird in der klassischen Regionalentwicklung immer vergessen. Wir reden immer von Daseinsvorge. Wir reden von Schulen, wir reden von Kindergärten, wir reden von Wasser, wir reden von Energie. Aber im Grunde genommen kann man nur dort wohnen bleiben, wo man am Schluss auch etwas zu essen bekommt. Und Paul Collier, britischer Ökonom, hat in seinem neuesten Buch »Sozialer Kapitalismus« die Situation sehr klar dargestellt. Nämlich den Frust der Menschen auf dem Land und in den Provinzstädten und den Hochmut der gebildeten Eliten und politischen Entscheider in den Metropolen. Für ihn ist nicht mehr der Unterschied zwischen Arm und Reich die zentrale gesellschaftspolitische Agenda, sondern eine unübersehbare Spaltung zwischen urbanen Metropolen und dem Rest des Landes. Zwischen den meist städtischen Eliten und dem Rest der Bevölkerung. Und er orte natürlich diese Kluft zwischen dem ländlichen Raum und den urbanen Zentren und dem boomenden Städten. Und es war vorher auch ganz lustig, dass die Kollegin Strüwer immer wieder betont hat, dass sie Stadtforscherin ist. Wir forschen immer nur in der Stadt. Wieso forschen wir nicht auch mal am Land? Seit 100 Jahren gibt es Stadtforschung, Stadtsoziologie. Aber die Landsoziologie, die wird einfach links liegen gelassen. Das ist auch so symbolhaft für diesen Unterschied zwischen Stadt und Land und letztlich auch die Vernachlässigung des ländlichen Raumes. Kollier identifiziert übrigens einen zweiten Riss zwischen den Hochgebildeten und den weniger Gebildeten. Zwei Entwicklungen, die sich überlagern. Denn in den Städten leben überproportional sehr gut Gebildete. Nicht, weil es hier die gescheiteren Leute gibt, sondern die kommen ja in weiten Teilen auch aus dem ländlichen Raum, sondern weil ihnen hier auch alle Möglichkeiten, Infrastrukturen, vor allem adäquate Arbeitsplätze und karriere Möglichkeiten geboten werden, mit denen sie erfolgreich sein können, werden die Menschen auf dem Land und in den kleinen Provinzstädten diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Sie fühlen sich abgehängt, nicht ernst genommen und ohne große Zukunftschancen. Und als zentrale Lösung sieht Paul Kollier etwas, was wir auch schon seit vielen, vielen Jahren predigen, nämlich die Schaffung von produktiven Beschäftigungsmöglichkeiten in den Provinzstädten und im ländlichen Raum. Und er verweist im Übrigen auch darauf hin, und das ist, denke ich, ganz für uns wichtig, dass der Wohlstand und die Ressourcen der Metropolen ja auch jahrzehntelang durch nationale öffentliche Anstrengungen und Steuergelder generiert worden ist. Also das heißt, die TU Wien, die Uni in Graz, die Oper in Wien, die Oper in Graz, das sind alles Institutionen, die ja von der Nation als Ganzes geschaffen wurden. Die hat das ganze Land bezahlt. Und Kollier meint, dass es jetzt auch dringend Zeit für den Ausgleich zu schaffen. Und dabei geht es auch um gegenseitige Verpflichtungen und auch die Verpflichtung des Staates gegenüber dem ländlichen Raum. Und dazu bedarf es natürlich auch eines klaren politischen Bekenntnisses zur Entwicklung des ländlichen Raumes, das ich doch in manchen Fällen vermisse. Das heißt, der erste und wesentliche Punkt, die Schaffung von Arbeitsplätzen. Es nutzt nichts, wenn der MARA das 126. Start-up-Center in Wien ausruft, wenn wir dann im ländlichen Raum eben keine Arbeitsplätze mehr haben. Und dazu brauchen wir auch die entsprechenden finanziellen Mitteln. Dazu brauchen wir Konzepte. Auch die müssen bezahlt werden. Dazu brauchen wir Sicherung und Kauf von Betriebsgebietsflächen. Dazu brauchen wir eine Servisierung der Wirtschaftsentwicklung, wie das in den urbanen Räumen auch stattfindet. Und wenn man operativ wie wir in diesen Bereichen arbeitet, stellen wir fest, dass da überall das Geld fällt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass wir zwar ständig über Symptome, etwa die negative demokratische Entwicklung, fehlende Nahversorgung, Sicherung der Infrastruktur reden, aber dass der Kernpunkt des Problems, nämlich die fehlenden Arbeitsplätze, und da rede ich jetzt nicht Arbeitsplätzen in jedem Dorf das Wort, sondern Arbeitsplätze, die regional eben in zumutbarer Entfernung entstehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute glauben, die Arbeitsplätze sind wie der Strom, der aus der Steckdose kommt. Sie fallen von Himmel. Aber wir müssen auch im ländlichen Raum hier eine andere Bewusstseinsbildung für Unternehmensgründung, für eine andere Gründungsfertilität, für Ansiedlung von Unternehmen, für diese Visierung und Betreuung der Wirtschaft schaffen. Und nur dann wird es gelingen, hier eine Änderung herbeizuführen. Das Postulat Nummer zwei ist eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit. Das hängt auch ganz stark mit der Wirtschaftsentwicklung zusammen. Dazu gibt es auch genug Modelle. Wir haben in Osttirol mit 15 Gemeinden im Talraum von Lienz eine gemeinsame Wirtschaftsentwicklung konzipiert. Man kann die Kommunalsteuer aufteilen. Man muss die richtigen Betriebsgebiete identifizieren. Dann hat man auch keine Zersiegelung. Das ist raumplanrisch ein zentrales Thema. Auch das sind Themen, die zwischen Stadt und Land, also in dem Fall zwischen Lienz, also nicht sehr großer Stadt, aber trotzdem einer Stadt und dem Land eben entsprechend aufgeteilt werden müssen. Und dann geht es beim Postulat Nummer drei natürlich um Mobilität und Erreichbarkeit. Das ist ein Thema, das sehr, sehr weit geht. Hier geht es eigentlich um zwei Dinge, nämlich um die Frage der Pendelqualität. Wenn ich mit einem Schinkansen 300 Kilometer pro Stunde fahre, dann kann ich auch 150 Kilometer entfernt sein. Wenn ich aber auf einer Tiroler Bergstraße im Winter jeden zweiten Tag mit der 5-Uhr-Lawine zu kämpfen habe, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, es geht einfach auch um eine optimale Pendelqualität, die die Sozialisation der Ortschaften und der Gemeinden auch zulässt. Und ich habe vorher ein bisschen schmunzeln müssen, als wir von Digital Villages gesprochen haben. Da sind wir ganz, ganz weit weg, wenn einfach allein der öffentliche Verkehr nicht funktioniert, wenn der Bus nicht fährt, wenn man unter großen Mühen nur in den nächsten Zentralort kommt. Das sind Dinge, die ebenfalls einfach im Augenblick nach wie vor zu wenig ernst genommen werden und wo der Ländliche Reim nach wie vor im Nachteil liegt. Das nächste Thema ist Breitband- und Internetversorgung. Das ist überhaupt der zentrale Standortfaktor. Nur mit dem werden wir auch das Thema Bildung, wie der Franz das auch immer wieder anspricht, neu definieren können, ohne leistungsfähige Breitbandnetze ist wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den ländlichen Raumen sehr schwer möglich. Wir hören von der Politik zwar immer, das ist die Grundlage der Daseinsvorsorge, aber die Realität, die Realität schaut definitiv anders aus. Die Realität ist so, dass wir dramatische Finanzierungslücken haben. Da wird den Menschen auch etwas vorgespielt. Allein in der Steiermark geht man davon aus, dass wir zwei Milliarden Euro für den Gesamtausbau brauchen, aber mit allen Hebeln, die man nutzen kann, man wahrscheinlich nur 300 Millionen zur Verfügung hat. Das heißt also, man geht dann davon aus, dass man dann vielleicht im Jahre 2030, 2035, dann mal in diese Versorgungsnähe kommt. Das heißt, auch hier sind Smart Villages schon viel zu weit gedacht. Die Frau Kollegin hat vorher auch angesprochen, dass im ländlichen Raum dann immer nur sich das auf das Thema Breitband reduziert. Das ist völlig richtig. Und zwar darum, weil ohne Breitband auch die Digitalisierung einfach nicht funktionieren kann. Und wenn Sie zwei bis drei Megabit pro Sekunde irgendwo im ländlichen Raum haben, dann müssen Sie nicht über Smart Villages nachdenken. Das heißt, auch hier brauchen wir andere Finanzierungsmöglichkeiten, andere Finanzierungsansätze. Und unsere Erfahrung ist eigentlich tendenziell eine eher frustrierende. Es gibt nicht viel Alternativen. Also da wird man sich auch noch von der politischen Seite noch stärker, verstärkter engagieren müssen. Sonst wird das Land weiterhin eben nicht mit Daseinsvorsorge und nicht mit Digitalisierung versorgt sein. Das ist ein zentrales Thema. Der Punkt Nummer fünf hängt jetzt wieder mit Bewusstseinsbildung zusammen. Das ist der Umstand, dass wir davon ausgehen, dass Entwicklung auch auf dem Land immer von innen herauskommen muss. Das heißt, dass wir die endogenen Kräfte und Potenziale nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch unsere Erfahrung. Das ist auch unsere praktische Erfahrung mit den Psychogrammen von Standorten. Das heißt, Standorte denken sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir das Psychogramm als die kumulierte kollektive Haltung einer Sozietät definieren. Und hier geht es schon darum, dass wir auch die eigenen Endogenen und Kräfte und Potenziale nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Erfolgsparameter, dass wir nicht von außen aufoktroyierte Strukturen bekommen und dass Entwicklungsmodelle und Lösungsansätze auch von innen kommen. Das ist ganz wesentlich. Die Entwicklung muss von den Gemeinden und Regionen selbst getragen werden und gewollt sein. Dann ist sie nachhaltig und hat Kraft. Und wenn die das nicht wollen, dann funktioniert es halt nicht. Dann wird auch nichts passieren. Dann wird es so sein, dass die Naturschutzsorge-Tragenden wieder ein bisschen mehr Grün bekommen und die Häuser dann mit Grün auch überwuchert werden. Es ist ganz wichtig, dass wir vor diesem Hintergrund engagierte Menschen haben und dass diese Menschen auch das entsprechende Selbstvertrauen haben. Wir erleben sehr viele Regionen, die so eine gewisse Obrigkeitshörigkeit haben, die halt darauf warten, dass irgendwas von oben dann passiert, so wie man Weiland auf Kaiser Franz Josef gewartet hat. Da ist auch nie was gekommen. Und dieses Selbstverständnis des eigenen Könnens, dieses Selbstnarrativ, das nicht auf Erniedrigung oder Obrigkeitsdenken berührt oder auf Jammern, sondern das einfach die Dinge selbst in die Hand nimmt, ist wahrscheinlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir erleben das in unterschiedlichen Regionen in Österreich, in Orten in der Tiroler Südkette. Da begegnen sie Menschen, die können vor Selbstvertrauen kaum mehr gerade laufen, aber die haben etwas zu Wege gebracht. Das waren arme Bergbauern, das waren Regionen, die zuerst von den Räter-Romanen, dann von den Bayowalen, dann von den Walsern besiedelt wurden. Die Menschen haben dort gelernt, dass ihnen jemand hilft, dass sie die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Und so funktionieren dann auch die Dinge. Und alle diese erfolgreichen Touristikorte haben eigentlich diesen Hintergrund. Und umgekehrt erleben wir in Regionen Orte, wo die Bürger immer noch auf die Burg hochschauen und warten, dass der Burgherr irgendwas für sie regelt und erledigt. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wir brauchen eine progressive Provinz. Das hängt auch mit Gestaltung, Architektur, Attraktivität, mit Offenheit zusammen. Etwas, das den Menschen auch stolz gibt. Wir erleben das auch unterschiedlich in Regionen. Schauen Sie sich zum Beispiel in der Steiermark, die Region Altaussee an, das Altausseerland. Das ist authentisch, das ist stimmig. Das ist auch in seiner ganzen Außenraumgestaltung stimmig. Und dann erleben wir andere Regionen in Österreich, wo man das Gefühl hat, man fährt durch Ruinen, wo nicht mal das Unkraut gejätet ist, wo man das Gefühl hat, okay, hier droht Untergang und Ruin. Das heißt also, alle diese Dinge sind wichtig. Gestaltung, Offenheit, Architektur. Etwas, das den Menschen stolz gibt. Wir brauchen eine traditionsreiche Weltoffenheit und vor allem auch eine Offenheit gegenüber Neuem gegenüber. Und das kann auch der ländliche Raum nicht. Das beweisen Regionen, wie etwa der Prägung zur Wald nicht, das Walsertal und so weiter. Und wir brauchen urbane Dörfer. Natürlich, das ist vorher auch schon angesprochen worden. Wir brauchen progressive Pioniere. Wir brauchen Kooperation und Kreativität im Land, auf dem Land. Aber wieso soll das auf dem Land nicht funktionieren können? Die Schweizer, eines der erfolgreichsten Länder der Welt, waren pittlarm. In der Schweiz gibt es keine Rohstoffe und trotzdem haben sie es an der Spitze des Reichtums dieser Welt geschafft, weil die Schweizer natürlich ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein haben, das so in die Richtung geht, es kann niemand etwas besser als ein Schweizer. Das ist jetzt dann vielleicht nicht immer sehr sympathisch, aber man kann sich dem ja vorsichtig annähern. Das heißt, diese inneren, diese endogenen Kräfte, die sind wichtig. Wir müssen den Regionen und dem ländlichen Raum aber auch helfen, in diese Richtung zu kommen. Das heißt, wir brauchen Konzepte, wir brauchen Handlungsanleitungen, aber wir dürfen sie nur begleiten und sie müssen das am Schluss selber machen. Und wenn die Region das nicht selber macht oder nur von der regionalen Entwicklung sich führen lässt, die dann von Brüssel bezahlt wird und wenn die Förderungen weg sind, fällt alles in sich zusammen. Das wird so nicht funktionieren. Das Postulat Nummer sechs, das sind die üblichen Themen. Natürlich brauchen wir Wohnraum, natürlich brauchen wir Infrastruktur, natürlich brauchen wir Freizeitwerte. Hier geht es darum, dass wir auch wieder interkommunale Zusammenarbeit, das nicht alles zusammengefasst, an einem Ort haben müssen, sondern dass wir das auch regional entsprechend organisieren müssen. Darum ist auch die interkommunale Zusammenarbeit so wichtig und das ist auch die Meisterklasse der regionalen Entwicklung, denn nach wie vor herrscht natürlich viel Kirchturmdenken und da braucht es gute Moderatoren, da braucht es gute Entwicklungen, um hier entsprechend in die Gänge zu kommen. Wir machen im Augenblick gerade einen Prozess in Bad Rackersburg, wo wir mit vier Gemeinden gemeinsam dieses Thema angehen und wo die vier Gemeinden, und das ist ganz spannend, da war der Franz auch dabei, wo diese vier Gemeinden gemeinsam sich zu gemeinsamen Handlungsfeldern, zu gemeinsamen Handeln entscheiden und ich denke, das kann nur zum Vorteil aller sein. Lassen Sie mich abschließend noch einen ganz wichtigen, zentralen Punkt benennen, nämlich die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Die Lösung der Probleme der Städte liegt in den regionalen Räumen, das ist für mich eine wichtige Aussage, denn die demografische Entwicklung mit der Flucht von jungen Menschen in die Städte ist ein zweischneidiges Schwert. Es birgt nicht nur für den ländlichen Raum Probleme und ganz nahe Herausforderungen, sondern vor allem auch im städtischen Raum, denn die Städte müssen dem Dichtestress mit den überhitzten und engen Flächen und Räumen und damit verbundenen Verkehrs- und Infrastrukturproblemen begegnen, damit einhergeht vielfach eine dramatische, zunehmende Überteuerung von Wohnraum, Infrastruktur, neuer Armut und sozialen Problemen und sozialen Verwerfungen. Das heißt, die Städte stehen hier vor großen Problemen. Und mit anderen Worten, sowohl die Urbanen wie auch die ländlichen Räume stehen vor Herausforderungen und ich glaube, dass wir nur durch eine vorausschauende und zwischen Stadt und Land abgestimmte gemeinsame Planung zu guten Lösungen kommen. Die Lösung der Probleme der Städte liegt in den regionalen Räumen. Sonst haben wir die türkische Lösung. In der Türkei ist es so, dass jedes Jahr 300.000 Menschen aus Anatolien nach Istanbul zielen, einfach darum, weil die in Anatolien nichts hinkriegen. Und das sollte in Österreich und in Zentraleuropa nicht der Fall sein. Das alles ist ein Grund mehr, die Sicherung und Entwicklung des ländlichen Raumes gezielt zu initiieren, gezielt zu planen und hier auch neue Denkhaltungen und ein neues Bewusstsein für die Attraktivität, für die Qualität und für die Wertigkeit des ländlichen Raumes zu determinieren. Ich danke Ihnen. Herr Mathis und für das Vorstellen Ihrer Postulate. Ich habe sehr spannend gefunden, dass Sie irgendwie den Eindruck haben oder aus Ihrer Erfahrung wissen, dass ökonomische Aspekte im Zusammenhang mit der Entwicklung des ländlichen Raumes vernachlässigt werden. Also ich selber arbeite im Kontext von Nahrungsmittelversorgung, also zu diesen Themen, und da hatte ich irgendwie immer sehr stark den Eindruck, dass es eher in eine andere Richtung geht, nämlich hin zu einer sehr starken Ökonomisierung aller Aufgaben, die ja weit über ökonomische Aspekte hinausgehen im ländlichen Raum. Also das habe ich sehr spannend gefunden, dass da, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, die Perspektiven unterschiedlicher sind. Ich darf jetzt das Publikum hier in Graz fragen. Gibt es Fragen, Anmerkungen zum Vortrag von Herrn Mathis? Im Moment nicht, braucht man vielleicht ein bisschen Zeit noch zum Nachdenken, dann würde ich gerne nach Ober-Graffendorf übergeben, bitte. Wie schaut Sie aus? Johannes? Danke sehr für den Vortrag. Mein Name ist Johannes Auersberg. Weil Sie gleich zu Beginn weg, also zu Beginn die alten Familien und den Adel erwähnt haben, als die zu denen, das, was Sie da gesagt haben, trifft nicht zu. Wer heutzutage hofiert wird, ist der Geldadel, und da ist es ziemlich egal, womit die ja Geld machen. Gäbe es diese alten Familien nicht, die immer noch Wälder bewirtschaften, nach dem Prinzip, dass man es für die nächste Generation erhält, dann würde Österreich längst ausschauen wie Portugal oder Griechenland usw. Man hätte um 1870 herum alles an Wald für die Eisengewinnung und Kohle verheizt. Es wäre damals schon die Wirtschaft zusammengebrochen. Also das nur als Punkt, um darüber nachzudenken, dass diese Familie, mein Bruder zum Beispiel in Kerten, führt einen Wald, er erhält ihn nur mehr. Er zahlt eigentlich schon längst drauf, weil die Holzpreise im Keller sind. Ein anderer Nachbar hat Wald verkaufen müssen, den hat ein Privater gekauft, hat ihn komplett weggehackt und hat das bisschen Strafe bezahlt, weil es diesem Privaten egal ist in der Gemeinschaft dort. Jemand einer alten Familie erhält das. Das ist auch im Sinne der Gemeinde usw. Und diese Familien erhalten Grundflächen, in die jeder Private sofort verscherbeln würde, gerade weil es ja jetzt um Versiegelung geht. Versiegelung hat mir bisher komplett im Thema gefehlt, weil wenn man mehr Leute aufs Land holt, wird auch mehr gebaut, gibt es mehr Parkplätze, der neue Bewohner bekommt mit zwei bis vier Autos, es gibt mehr Verkehr, was auch nie erwähnt wird, ist die Bewerbung der Öffis. Die Leute sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber man wird nie irgendwo daran erinnert. Es gibt erstklassige Apps, mit denen kann man sich den Tag einteilen. Hier in Obergrafendorf kann man zu jeder halben und vollen Stunde wählen zwischen Bussen und einer Panoramabahn, wo Touristen aus der ganzen Welt hinkommen. Das Land ist nicht imstande zu bewerben, dass es diese Apps wie jeder andere am Handy zu verwenden gibt. Also die Probleme sind schon ausgemacht. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu reden. Also Karl von Karlowitz, wer das nachlesen will, mit der Nachhaltigkeit wieder, wieso es das überhaupt gibt, diesen Begriff. Jetzt wäre nötig ein Begriff Generationennachhaltigkeit, dass man für die nach uns noch etwas übrig lässt, damit die unser Pensions- und Sozialsystem erhalten können. Damit nicht wir hier, die wir hier sitzen, dann ohne Pensions- und Altenpflegesystem dastehen, weil der Klimawandel dann zum Beispiel den Wald weggeräumt hat. Bezüglich Arbeitsplätze sind die meisten Gemeinden einfach nicht imstande, eine Infrastruktur zu erhalten, Obergrafenhof ausgenommen gleich, dass man dort auch die Sachen bekommt, die man braucht. Drucker für die Tintenbadrone. Ich habe in Osseach, im Osseacher See, einen Kurs gemacht, drei Monate Forstschutzorgan. Ich war zwei Stunden unterwegs für einen Leuchtstift, weil die Gemeinde nicht imstande war, der Trafik, dem Krimskramsladen und der Bäckerei, das einzuteilen, dass dort immer jemand offen hat. Dann ist es den ganzen Wieter sogar der Zigarettenautomat tot. Mit einer der Gründe ist, das habe ich durch den reiner Handelfinger erfahren, wie hart man lernt, Bürgermeister zu werden. Man darf 2020 Bürgermeister werden, ohne irgendetwas darüber zu wissen. Das gibt es in keiner anderen Branche auf der Welt, glaube ich. Gemeinschaftlich, man könnte via Öffis regionale Produkte liefern, mit einem Lastenfahrrad zum Beispiel. Man könnte mit den Öffis, mit dem Bus, mit der Himmelstreppe nach Obergrafendorf liefern, sodass nicht jeder wegen einer Schraube oder sonst was nach St. Pölten fahren muss. Ich habe gerade mit dem Herrn Handelfinger geredet über Repair-Cafés vor Ort, wo man auch Radfahrräder reparieren könnte. Alle sagen, die Leute sollen Fahrrad fahren. Man kann in Obergrafendorf kein Fahrrad reparieren lassen. Man braucht ein Auto, damit man nach St. Pölten kommt und dort das Fahrrad und wenn es fehlt, kann man... Und deswegen hat sicher jeder in Obergrafendorf ein bis drei Fahrräder im Keller, die alle mehr oder weniger kaputt sind. An der Tankstelle wäre das aber durchaus möglich. Der hat das Werkzeug, der hat das Ersatzmaterial. Also das Ziel für mich ist mit der Dorfuni Pakete zu schnüren, wo es dann jede Gemeinde einfach eins zu eins nachmachen kann. Dass wenn ein neuer Bürgermeister kommt, der fragt, was soll ich denn tun? Dass man sagt, hier, liste es durch, das funktioniert überall. Verkehrsknotenpunkt, mit einem Rainer Handfinger auch schon besprochen, wo eben alles zusammenkommen kann, wo man problemlos mit allen... Es gibt eine tolle Studie, die heißt Die letzte Meile. Wie kommen die meisten bis zur nächsten Haltestelle? 80% der Leute, die hier vorbeifahren, fahren nach St. Pölten, könnten alle mit den Öffis fahren, weil die meisten fahren an Zimt holen, an Schraube holen oder holen sich die Gratis-Zeitung vom Bahnhof. Das sind Probleme, die jede Gemeinde betreffen. Man könnte zum Beispiel eruieren durch Umfragen, welches Angebot bräuchte die Gemeinde hier? Was wäre sie bereit einzukaufen? Was braucht sie eigentlich immer? Was braucht sie eigentlich? Wäre sie bereit, diese Geschäfte, und wäre sie bereit, dann hier in die Pizzeria zu gehen und nicht zu fahren? Etliche Milliarden unseres Geldes gehen wir Erdöl an die Scheichs, die nicht mehr wissen, wohin damit, während wir hier nicht im Stande sind, die dich wohl wiederholen, ist, weil es so wichtig ist, die Öffis zu bewerben mit großen Plakaten und den Leuten zu erklären, da gibt es eine App, da schaust du drauf und da siehst, boah, in 10 Minuten geht der Bus und drückst auf ein Dings und weißt, wann du wieder zurück bist. Und das mache ich seit Jahren. Okay. Ja, das sind alles Themen, die daraufhin, was der Herr eben... Dann gibt es jetzt in Kooperation mit der Dorf-Uni in dem Klimabündnis die Konsultative, konsultative.org. Das ist im Endeffekt ein Versuch, alles Wissen, das es gäbe, zusammenzuführen. Wenn man sich jetzt Corona, ja, im Grund, wieso nur wenige da sind, als Interesse wäre, anschaut, diese Regierung hat absichtlich Wissenschaft ausgesperrt, um machen zu können, was sie wollen. Die konsultative.org wäre eine Möglichkeit, alles Wissen zusammenzuführen. Einmal, dass man weiß, wieso funktioniert es dort. Ich wollte, dass man einmal an einem Tag sieht und die Dorf-Uni könnte diese Inhalte auch später hinaus kommunizieren. Okay. Und der letzte Punkt als Potenzial für die Gemeinden ist das Klimabündnis. Das Klimabündnis kann den Gemeinden Ideen liefern, wie sie mit Nachhaltigkeit, mit Klimaschutz investieren, können, den lokalen Installateur und Elektriker beschäftigen können. Es gibt 2000 Gemeinden in Österreich, 1000 ungefähr sind Klimabündnisgemeinden und von diesen 1000 machen nur 30% irgendetwas. Das heißt, dieser Bürgermeister hat keine Ahnung über das Potenzial, das das Klimabündnis liefern könnte, was diese Gemeinde investieren könnte mit Fördergeldern, die nicht abgerufen werden. Das weiß ich alles. Okay. Herr Bürgermeister Handelfinger, danke vielmals an alle und für eure Zeit. Danke für die vielen, vielen Punkte. Ich glaube, es ist natürlich so, dass die Dorfuni auch und besonders davon leben wird, dass sich Netzwerke, dass sich Initiativen zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen wirklich ihrer bedienen. Wir sind in der Phase der Entstehung eines interkommunalen Bildungsnetzwerkes und alle diese Probleme, die du jetzt da aufgezählt hast, die sind eigentlich ein Aufruf für Bildungsarbeit. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich viel Zeit verbraucht, aber ich fand das sehr wertvoll. Gibt es noch hier im Saal weitere Kommentare zu Gerhard Mattis oder Fragen? Ja, Rainer? Ich würde mich für die Postulate bedanken. Ich würde mich freuen, wenn wir die Postulate auch irgendwo abrufen können, dann im Anschluss, weil das einfach für alle Gemeinden interessant ist. Meine Frage generell ist, die betrifft aber nicht nur dieses Thema, sondern viele andere Themen auch. Es geht natürlich im Moxam am Beispiel der Eltern Dingfest. Wenn wir einen Elternabend zu einem Thema machen, machen wir eigentlich nicht Sorgen um die Eltern, die zu dem Elternabend hinkommen, weil die machen sich eh Gedanken um dieses Thema. Ich mache mir auch nicht um die Bürgermeister Gedanken, die sie mit dem Thema schon auseinandersetzen. Die Frage ist eigentlich, wie können wir Gemeinden oder generell Akteure, müssen nicht nur Gemeinden sein, Akteure mit diesem Thema auf dieses Thema so sensibilisieren, dass sie Eigeninitiative beginnen. Weil erst wenn diese Eigeninitiative passiert, kommt es von innen heraus und wir wissen alle, wenn man selber was tun will, tut man es anders, wie wenn es einem aufoktroyiert wird. Und insofern, oder zulassen, das heißt, die Frage ist, welche Schrauben, welche Maßnahmen finden wir, dass wir Akteure generell inspirieren, hier in diesem Thema aktiv zu werden. Danke. Noch jemand? Dann gehen wir zurück nach Graz. Danke. In der Zwischenzeit Fragen, Kommentare noch aufgetaucht. David, bitte. Wo setzt man, wenn man sagt, man möchte jetzt einen Prozess anstoßen, der, sagen wir auch unter anderem Bewusstsein schafft, aber auch, wenn es darum geht, diese Arbeitsplätze oder so überhaupt auch mal zu schaffen. Also wo fangen Sie zum Beispiel an, Herr Mathis, diesen Prozess, vor allem wenn Sie in eine Gemeinde oder in eine Region kommen, wo da noch kein Bewusstsein ist, an, überhaupt darüber zu reden und welche Schritte empfehlen Sie da? In der Regel muss irgendwo das Problembewusstsein da sein in dieser Gemeinde. Es muss wahrscheinlich auch ein bisschen Leidensdruck da sein, wo dann die Gemeindepolitik und die Führung der Gemeinde zum Entschluss kommt, wir müssen hier was tun. Und dann finden die ersten Gespräche mit der Gemeinde statt und der nächste Schritt ist der, dass man sich überlegt, inwieweit man das interkommunal entwickeln kann. Also das heißt, dass man die umliegenden Gemeinden, vielleicht auch Wettbewerbsgemeinden mit ins Boot nimmt und dass man dann eine Arbeitsgruppe, eine Bürgergruppe bildet, in der Stakeholder, in der die Politik, weil die Politik muss es ja auch entscheiden, integriert ist und dass man von dort ausgehend dann praktisch mal definiert, was können wir als Gemeinde überhaupt, was haben wir für Stärken, was haben wir für Potenziale und dass wir darauf aufbauend dann entsprechende Handlungsfelder entwickelt. Im Beispiel Osttirol, 15 Gemeinden, das ist sehr groß natürlich, sehr schwieriger Prozess, haben wir diese ersten Workshops in Südtirol gemacht, damit die Bürgermeister und die Teilnehmer nicht auswuchsen konnten und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir sieben Handlungsfelder gemeinsam bearbeiten wollen in Osttirol, das ist natürlich auch touristisch ein sehr sensibles Land, haben wir dann gemeinsam Betriebsgebiete definiert, haben wir gemeinsam Kommunalsteuer Ausgleich festgelegt, ein sehr schwieriger Prozess, wie soll das alles stattfinden, haben wir Maßnahmen festgelegt, wie in Hinkunft das auch gemanagt werden soll und haben das dann sukzessive auch in den entsprechenden Gemeindestufen verabschiedet. Jetzt stehen dort die entsprechenden Finanzierungen und Unterstützungen auch durch das Land an und so gesehen sind das einfach Prozesse, die im Grunde genommen initiiert werden können, die aber dann von den Gemeinden und den Entscheidungsträgern und den Stakeholdern in diesen Gemeinden und Regionen auch selbst und gemeinsam getragen werden können. Aber es ist keine Hexerei, es funktioniert. Wichtig ist, dass wir die vorgegangenen Wortmeldungen haben. Herr Matthies, wollen Sie noch zu einem der voran Wortmeldungen jetzt zum Christian schalten, mit der Bitte noch Fragen aus dem Chat, eventuell uns wissen zu lassen? Derzeit gibt es noch keine Fragen aus dem Chat. Ich habe nur eine Anmerkung von der Seite Wir im Klimawandel wiederum, was zum Vortrag zum Mathis gut dazu passt, weil Wir im Klimawandel schreibt, zum Thema Arbeitswelt gehört auch erwähnt, dass in Zeiten vom Klimawandel auch eine neue Form von Wirtschaft mit weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch bzw. Arbeitszeiten angedacht werden sollte. Genau, und die Idee dabei ist, dass Menschen nicht nur zwingend Erwerbsarbeit brauchen, um zufrieden leben zu können, sondern einfach Angebote brauchen, um sie sinnvoll in die Gesellschaft einbringen zu können. Da verweist er noch auf den Rahmen eines Hotellus möglich ist. Das wissen wir alle, dass diese Notwendigkeiten bestehen, weil es sich ein bisschen mit Wirtschaft auskommt, weiß, dass wir in Richtung Menschen der Republik gehen, dass wir unsere Steuern anders verteilen müssen in Hinkunft. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft ist zu diesen Themen einfach nicht reich, nicht weit genug. Es gibt immer nur Ausschnitte zu diesen Diskussionen, aber das würde jetzt hier natürlich weit über unseren Rahmen hinaus gehen. Kommentare, die man müsste, man könnte, ja, natürlich, man könnte alles, aber der Teufel liegt dann im Detail, der Teufel liegt dann natürlich an der realistischen Umsetzung. Natürlich wollen wir alle diesem Klimawandel positiv begegnen, natürlich wollen wir alle in einer gesunden Umwelt entgelegen, aber das wird nichts nutzen, wenn wir nur sagen, man müsste und man könnte, man wird hier schon mit konkreten Maßnahmen angehen müssen und das beginnt natürlich auch auf kommunaler Ebene. Wir haben in Vorarlberg mit unserem E5-System, einen Großteil der Gemeinden sind inzwischen klimaneutrale Gemeinden, haben ihre E5-Audits und achten ganz, ganz streng auf diese Dinge. Das ist zum Beispiel in anderen Bundesländern noch lange noch nicht so weit, aber man muss es tun, das ist der springende Punkt und dem ist nichts entgegenzusetzen. Das ist etwas, was wir alle wollen und das wir wahrscheinlich alle über kurz oder lang tun müssen, weil sonst werden wir wahrscheinlich auch dazu gezwungen. Vielen herzlichen Dank was tun können und man muss es gemeinsam tun, so wie Sie vorher angesprochen haben, also mit möglichst vielen verschiedenen Akteuren, die relevant sind für anschließende Umsetzungen. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, dass wir uns die Mittagspause gut verdient haben. Es geht weiter um 13.45 Uhr mit dem Thema die wissensgierige Region unterschalten wir dann nach Obergrafendorf in der Zwischenzeit. Genießen Sie die Stunde, um etwas Gutes zu essen, um sich die Beine ein bisschen zu vertreten und ich freue mich schon sehr auf den Nachmittag. Dankeschön noch einmal an alle Vormittagsvortragenden und die Menschen, die sich eingebracht haben mit Beiträgen und Fragen. Dankeschön. Gut, wir haben ein paar technische Probleme, aber ich glaube es sollte jetzt so weit sein, dass wir loslegen können. Wir haben jetzt am frühen Nachmittag einen Sprung sozusagen von der Theorie in ein praktisches Beispiel. Das heißt, wir haben eine Region eingeladen, die das Thema Bildung in den Mittelpunkt auch ihrer regionalen Entwicklung stellt und ich darf einmal vorstellen, die Referentinnen Renate Miele, Erwin Mayer und außerdem hinter dem Vorhang warten noch Barbara Sturmlechner, Christoph Schönsleben und Brigitte Schönsleben Thierry und sie zusammen sind die Steuerungsgruppe des Projektes Wiss Begierig und dieses Projekt Wiss Begierig spielt sich ab in der Region Weinviertel Mannhardsberg, Renate Miele ist Leader Managerin, Erwin Mayer ist vom katholischen Bildungswerk, Barbara Sturmlechner ist Projekt Mitarbeiterin mit Schwerfund Öffentlichkeitsarbeit, Christoph Schönsleben ist Leiter der Bildungsdatenbank Niederösterreich und ist auch Mitglied der Steuerungsgruppe und Brigitte Schönsleben Thierry ist selbstständige Trainerin und auch Projekt Mitarbeiterin. Bevor wir diese Präsentation beginnen, die sehr viele multimediale Elemente enthält, möchte ich eine kurze persönliche Erinnerung einbringen. Eigentlich ist dort, wo dieses Regionalmanagement zu Hause ist, schon sehr viel früher was passiert, was die vielleicht sogar entscheidende Wurzel ist für den Dorfuniprozess. In den Jahren 1998 bis 2005 hat der Leiter der Niederösterreichischen Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung, Mag. Karl Trischler, in Hollerbrunn in der Landwirtschaftlichen Fachschule einen sehr interessanten Versuch gewagt. Er hat zwei Szenen zusammengebracht, die eigentlich vorher kaum miteinander gesprochen haben. Regionalentwickler und Erwachsenenbildner. Und damals ist eine vierjährige Initiative entstanden, die sich nannte Bildung und Begegnung und diese Initiative Bildung und Begegnung hat vielleicht in irgendeiner Form unter der Oberfläche nachgewirkt und dazu geführt, dass es auf diesen Genius Lodsee jetzt wiederum ein ganz fantastisches Projekt gibt. Ich bitte die Renate Mille zu beginnen mit der Projektanstand. Herzlichen Dank von meiner Seite herzliches Willkommen hier in Obergrafendorf. Freut mich sehr, dass wir hier eingeladen wurden. Ich bin schon vorgestellt worden, Renate Mille. Ich bin Liedermanagerin einer Region, westliches Weinviertel, Weinviertel Mannertsberg und ich freue mich sehr, mit meinem Team heute, einem Projektteam, unsere wissbegierige Bildungsregion Weinviertel Mannertsberg vorzustellen. Bevor ich Praxis hier in Niederösterreich und wie wir Lieder- und Regionalentwicklung betreiben. Kurz darauf eingehen, ist auch das Thema, wo wir dann hinführen, natürlich Regionalentwicklung und Erwachsenenbildung und wie sich hier unsere kreative Spannung in der Region entwickelt hat und doch was Tolles schon auf die Beine gebracht hat und das wollen wir Ihnen jetzt in der nächsten Stunde präsentieren. Ich darf kurz auch meinem Co-Dredner Erwin Mayer übergeben, du bist bei uns der Erwachsenenbildner Part. Genau, ich darf fliegend übernehmen, komme vom katholischen Bildungswerk und für Menschen, die in der Bildung arbeiten, gibt es ein Faktum, Bildung ist immer wichtig, aber nie dringend. Und da ist es schwierig, es in die Breite zu tragen und da gibt es eine kogeniale Kombination mit der Regionalentwicklung, denn Erhöhung des Bekanntheitsgrad, der Angebote, die Einbeziehung möglichst vieler Menschen in die Entwicklung qualitätsvoller Bildung, die den Menschen im Alltag die Kompetenz erhöhen, Einsichten bieten, Menschen zusammenführen und vor allem Freude machen. Deshalb kann es nur eine Win-Win-Situation sein, wenn die Bildung und die Regionalentwicklung zusammenarbeiten. Dankeschön. Ich darf mal kurz auf die Region eingehen, möchte Ihnen kurz auch skizzieren, wie wir in der Liederregion arbeiten. Wir sind eine Region im westlichen Weinviertel, vielleicht darf ich die erste Seite meiner Präsentation dann schon haben, möchte Ihnen präsentieren, wir sind in Niederösterreich 18 Liederregionen, passt, kommt dann schon, eine von 77 in ganz Österreich und eine von über 3000 in ganz in der EU. Das ist, genau, man muss noch vorgehen, das ist die 12er Folie, ja, Regionalentwicklung, darf ich da ein bisschen an meinen Vorredner anschließen und sagen, mal zeigen, wie es wir eigentlich in der Praxis machen. Es ist schon vieles eigentlich bei uns auch in der Umsetzung, wie es auch der Kollege oder der Herr Professor Mattis gesagt hat. Wir versuchen hier wirklich breit in der Region zu arbeiten, möchte aber ein bisschen auf die Ziele eingehen, die sich Lieder gesetzt hat oder die wir in der Regionalentwicklung uns gesetzt haben. Ganz kurz vielleicht noch vorweg für jene, denen Lieder noch gar nicht sagt, Lieder ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Unterstützung der Entwicklung des ländlichen Raumes. Das heißt, hier werden ja, wie es eben auch Herr Professor Mattis schon gesagt hat, Fördergelder der EU in die Region gebracht, aber es ist eben die Frage, wie es funktioniert und welche Projekte wirklich umgesetzt werden können. Wir sehen uns eigentlich auch als Regionalentwickler durchaus, wir Leader-Manager, Managerinnen und ja, die Vorgangsweise oder auch so ein bisschen die Ziele möchte ich auch jetzt kurz skizzieren. Ja, nicht mit dieser Präsentation, egal, ich gehe mal die erste Seite hätte von der Präsentation, wir sind hier mittendrin schon, vielleicht klappt es noch, ja. Die Ziele, es hat auch eben Kollege Erwin Mayer schon angesprochen, was wollen wir eigentlich erreichen in den Regionen, wofür ist Leader installiert worden? Ganz klar, wir helfen und unterstützen Regionen bei ihrer Weiterentwicklung, Wir wollen natürlich auch die gesamte Region unterstützen, wir wollen Betriebe auch unterstützen, dass ihre Wertschöpfung erhöht wird, wir wollen natürlich die Bevölkerung unterstützen, dass hier die Lebensqualität verbessert wird, wir möchten als Ziel auch die Widerstandsfähigkeit, ah ja, besten Dank, kann ich mit dem jetzt auch vermutlich weitergehen, ja, sehr gut, hier sehen wir noch mal ganz kurz die Regionen in Niederösterreich, ach so, okay, gut, dann, ich gehe einfach weiter, so, hier noch ganz kurz, bevor ich noch mal auf die Ziele gehe, unsere Region, wir sind wir schauen nur, dass wir die Powerpoint-Folie in den Streamen bekommen, ja, ja, genau, sehr gut, vielen Dank, wunderbar, hier sehen Sie einmal noch ganz kurz vorgestellt unsere Region, wir sind eine ziemliche Durchschnittsregion in Österreich, wir sind 24 Gemeinden, die sich zusammengefunden haben zu einem LIDER-Verein, das ist die Voraussetzung, dass diese Fördergelder in die Region kommen, eben EU-Förderungen, aber eben auf Basis regionaler Bedürfnisse, das heißt, wir arbeiten natürlich mit den Menschen vor Ort, mit den Gemeinden, mit der Bevölkerung, aber auch den Betrieben, vielleicht nur kurz ein paar Fakten, wir haben bisher in dieser aktuellen Periode, die läuft jetzt bis 2020, es wird zwei Übergangsjahre geben, bis 2022, wir haben bisher 85 Projekte schon beschlossen und sind in Umsetzung oder schon abgeschlossen, ist Investitionen vor 4,6 Millionen circa schon getätigt oder werden getätigt, wurden getätigt und knappe 60 Prozent holen wir uns da wieder Förderungen zurück, also dieser Geldunterstützung muss ich schon sagen, ist ein wesentlicher Motivator hier, Regionalentwicklung und Leute zu mobilisieren, Projekte auch wirklich umzusetzen. Bildung ist wirklich schon seit 2009, also ich mache das schon jetzt über zehn Jahre, auch ein wichtiger Teil in unserer Region, auch in der Regionstrategie und da werden wir dann später noch mit unserem Projekt kommen. Wie gesagt, wir arbeiten, nein, mag nicht, nächste Folie, wir arbeiten, also wie gesagt, eben mit diesen Zielen, dass wir die Region unterstützen, dass wir die Widerstandsfähigkeit, auch Krisensituationen wie jetzt mit Corona viel besser meistern, wir versuchen auch neue innovative Ideen, Ansätze umzusetzen, das sollen diese Liedergelder nutzen, eben Lebensqualität verbessern und eben Wertschöpfung Das heißt, wir arbeiten wirklich mit der Bevölkerung, vor allem auch mit den Gemeinden, Gemeinderäte, ich war erst gestern wieder bei einer Gemeinderatssitzung, das sind unsere Multiplikatoren, aber hier versuchen wir an die Region, an die Bevölkerung heranzukommen und ihre Wünsche und Bedürfnisse hereinzuholen. Wir haben am Anfang auch einer Periode, ist es wichtig, und Voraussetzung jeder Liederregion, dass die eine Strategie machen, die muss sehr breit angesetzt sein, hier sollten möglichst viele Akteure der Region dazugeholt werden und eben in diesem Bereich soll wirklich breite Bevölkerungsbeteiligung sein. Wir gehen aber auch an die Betriebe heran, also wir versuchen auch, wie es der Vorredner schon gesagt hat, natürlich Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern, aber auch, wir haben auch einen sozialen Schwerpunkt, also gerade die Lebensqualität, Daseinsvorsorge, also auch in die Richtung ist ein Schwerpunkt im Liederbereich gesetzt. Wir sind sehr stark vernetzt in der Region, wir versuchen aber auch immer vor außen Impulse zu holen, wir vernetzen uns in Niederösterreich, österreichweit natürlich, wäre auch passend vielleicht auch europaweit, und auch die Organisation selbst, eine Liederorganisation, ist so aufgebaut, dass wir hier privat öffentliche Partnerschaften haben, eine lokale Aktionsgruppe, die nicht nur aus Politikern bestehen darf, sondern eben auch aus Zivilpersonen, und das soll schon mal rechtfertigen, dass hier auch die Information in die Bevölkerung kommt, das Wissen, welche Unterstützung es mit Wider gibt, und eben die Unterstützung der Regionalentwicklung. Ja, Netzwerken ist ein ganz wesentliches Prinzip, auch und eben Innovationen zuzulassen. Ja, dann darf ich zur nächsten, und eines eben dieser Schwerpunkte war in unserer Tätigkeit im westlichen Weinviertel, dass wir hier ein zartes Pflänzchen einmal gesetzt haben und gewusst haben, unsere Region, es gibt, Hollerbrunn ist eine Schulstadt, es gibt eben Bildungsanbiete, es gibt aber auch Erwachsenenbildungsorganisationen, zahlreiche und viele, viele Vereine, und da haben wir gedacht, da könnte doch ein Ansatz hier sein in der Region, und hier haben wir das zarte Pflänzchen mit der lernenden Region, die hören wir dann im Anschluss an unseren Vortrag, und ja, eben, wir haben einmal eine Strategie erstellt, auch im Bildungsbereich, eine eigene Strategie, die war fertig, wir haben viel in Richtung Qualifizierungsoffensive reingepackt, und dann war die abgeschlossen, und plötzlich kamen ganz viele Akteure aus der Region, ganz andere als in der Strategieerstellung dabei waren, und haben gesagt, so, und jetzt gehen wir es an, und jetzt machen wir wirklich, was wir wollen, wir zeigen einmal, was wir da haben in der Region, wir zeigen einmal unsere Bildungsanbieter, das muss einmal hinausgetragen werden, unsere Region weiß ja gar nicht, was sie selber hat, und da haben wir unser erstes Lernfest gemacht, ein regionales Lernfest, wo wirklich alle ganz breit, über 100 Anbieter waren dabei, in einem wunderschönen Park, einer Schule veranstaltet, und das war einmal so ein bisschen die Initiative unserer Bildungsregion, das Projekt ist echt gut angekommen, wir haben es dann auch in allen vier Vierteln in Niederösterreich gehabt, ja, und das Ganze ist auch ein bisschen weitergegangen, wir haben auch, wir waren beteiligt an der Bildungsdatenbank Niederösterreich, die es auch heute noch gibt, schauen Sie rein, www.bildungsangebote.at wird zumindest aus unserer Region, westliches Weinfiertel, sehr gut genutzt, intensiv genutzt, wir hatten natürlich die lernende Region hier schon sehr viel an Vernetzung, Vermarktung aller Bildungsangebote, und das läuft auch jetzt noch weiter, wir haben auch unsere Bildungsgemeinderäte, Bildungsanbieter in den Gemeinden geschult, mit einem eigenen Projekt, kommunales Bildungsmanagement, natürlich haben wir auch geschaut, was brauchen unsere Betriebe, welche Aus- und Weiterbildung brauchen die, können wir dann noch was anbieten, was es jetzt nicht so in unserer Region, oder nur in Wien, oder ich weiß nicht wo, gibt, das haben wir auch, und was ganz toll war, dieses Lernfest hat einfach sich fortgesetzt. Wir haben Jahr für Jahr wirklich lernfeste, kreativfeste gehabt, wir haben lange nach der Bildung gemacht, regionale Bildungstage, Bildungs- und Jobmesse, also das war jetzt schon mal so der Einstieg in der letzten Periode, das war bis circa 2014, und jetzt in dieser aktuellen Periode geht das eben mit dem Thema einer Bildungsregion, eine wissbegierige Bildungsregion, haben wir einfach fortgesetzt, und wie das jetzt läuft, darf ich einmal weitergeben an meine Kollegin. Achso, Entschuldigung, na? Genau, eigentlich Erwachsenenbildung, ja, das war jetzt so der Sache, war schon ein Projekt. Wenn die Erwachsenenbildung kommt, wird die Methode geändert, ich darf hier am Flipchart zeigen, regionale Entwicklung und Bildung, wir ergänzen uns, warum denn? Letztendlich geht es immer wieder darum, den Menschen zu stärken. Das ist unser beider Ziel. Es geht eigentlich immer um diesen Menschen, damit er gestärkt wird. Ich beschränke mich heute darauf, zu zeigen, was hat Bildung eigentlich für Wirkung. Sie hören von mir jetzt nicht, wie Bildung, Lernen, Ausbildung, da gäbe es einen eigenen Kurs, den wir anbieten und man muss sagen, die EU hat eine sehr tolle Studie gemacht, 2014, die Bell-Studie, Benefit of Lifelong Learning und das Ergebnis ist faszinierend. Es wurden von Rumänien bis nach Spanien, von Schweden bis nach Italien allgemeine Bildungsträger unter die Lupe genommen und man hat sich angeschaut, was ist eigentlich die Wirkung, wenn jemand Bauchtanzen geht, wenn jemand sich eine Reisegeschichte anhört, wenn jemand eine Sprache lernt. Und die erste Wirkung ist, die Bell-Studie, die erste Wirkung ist, die Leute sind gesünder, sie werden weniger krank. Die zweite Wirkung ist, es geht einem besser. Es ist signifikant ein erhöhtes mentales Wohlbefinden feststellbar. Spannend. Man fühlt sich am Arbeitsplatz wohler. Es macht mehr Spaß zu arbeiten. Und ich fühle mich selbstwirksamer. Ich habe das Gefühl, ich kann durch mein Tun wirklich was bewirken. Das braucht der Mensch. Das ist eines der Grundmotive, wirksam zu sein. Das Schlimmste ist, und das erleben wir heute, hat eh keinen Sinn. Leute, die ein, zwei, drei Mal in der Woche fortgehen oder zwei Mal im Monat, fühlen sich selbstwirksamer. Leute, die sich selbstwirksamer fühlen, brauchen wir lange nicht so aggressiv sein, weil sie eh wissen, dass was Kinder. Es bauen sich bei Menschen, die regelmäßig auf Bildungsveranstaltungen gehen, soziale Netzwerke auf. Also ganz einfach gesagt, du hast mehr fremd. Und zu guter Letzt, die Menschen empfinden ihr Leben als sinnvoller. Also jeder Politiker ist gut beraten, da zu investieren. Wenn Menschen weniger Krankenstand haben, wenn sie sich wohler fühlen und am Arbeitsplatz mehr Spaß haben, wenn sie das Gefühl haben, sie können mehr bewirken und tun das dann auch, wenn sie soziale Bindungen eingehen können und das Leben als sinnvoller empfinden, würde man wieder zu sagen, Krisensicherheit. Das heißt, Bildung ist halt Investition in die Bildung ist ein Umweg, eine Umwegeinvestition, wo du nicht gleich merkst, hoppla, und da steigen gleich dein Kommen. Aber letztendlich ist es der Humus einer Region, damit sie krisensicher wird. Ich will Ihnen gerne am Ende meiner Ausführungen den Menschen noch mal in den Mittelpunkt stellen. Und zwar so nach dem Motto von Antoine de Saint-Tuberry, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Man könnte jetzt viele, viele Punkte erzählen, die alle wichtig sind, dass ein Bildungsprozess gelingt. Das tun wir auch, die wir Profis in der Bildung sind. Bildung ist ganzheitlich. Deshalb lade ich Sie jetzt ein, drei Minuten Musik mit mir anzuhören. Und zwar ein Mensch will ich sein. Eine Ikone des Austropop, wo es darum geht, wie kann dein Leben gelingen? Was ist denn Lebensqualität? Es besteht in Persönlicheres Träumen und Visionen. Ich darf Sie einladen, genießen Sie mit mir das Lied und lassen Sie die Träume wachsen und Ihre Sehnsucht nach Bildung. Es besteht in Persönlicheres und das enlightenment, sie werden es allein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einspielung. Sie haben mal einen Geschmack gekriegt. Herren sind das Name an und spüren Sie auf das, was da an Sehnsucht kommt. Ich darf jetzt übergeben an unsere Organisationsfrau, die uns jetzt dieses Kind Bildungsregion im Detail vorstellt. Hallo, mein Name ist Barbara Sturmlechner. Ich darf Ihnen jetzt, nachdem wir viel darüber gehört haben, woher die Intentionen kommen, dass sich unsere Region so intensiv mit dem Thema Bildung auseinandersetzt und warum überhaupt Bildung für uns auch so wichtig ist, erzählen, worum es im konkreten Projekt geht. Schauen wir mal, ob ich das vielleicht selber kann. Es funktioniert nicht, dass ich es selber mache. Ja, wunderbar. Können wir gleich nochmal klicken, bitte? Und nochmal und nochmal. Ja, dann haben wir alles da. Unser jetziges Projekt, die Bildungsregion, ist ausgelegt auf drei Jahre. Das ist die längste Möglichkeit, wie ein LEADER-Projekt ausgestaltet sein kann. Es ist in etwa 110.000 Euro schwer, die wir hauptsächlich dafür budgetiert haben, dass wir eben personelle Ressourcen benötigen, dass wir Marketingausgaben haben und die Menschen in der Region ausbilden können, ihnen eine Weiterbildung zukommen lassen können. Damit so ein Projekt für drei Jahre nicht aus den Fugen gerät, braucht es Menschen, die ein Auge darauf haben, dass die Ziele nicht aus dem Blick kommen und dass man sich auch nach möglichen Unwägbarkeiten richtet und schaut, ja, gibt es vielleicht Dinge, die wir anpassen, adaptieren müssen. In unserem Fall war das jetzt sehr wohl der Fall, dass wir Dinge ändern mussten, nach der ursprünglichen Planung, so wie alle anderen auch, im Jahr 2020. Und jetzt darf ich kurz zu mir auf die Bühne bitten, unser Steuerungsteam, damit Sie uns mal alle auf einen Haufen sehen und wir uns alle mal vorstellen können. Ja, hallo, mein Name ist Christoph Schönsleben, ich bin der Leiter der Niederösterreichischen Bildungsdatenbank. In der Steuerungsgruppe ist mein Schwerpunkt, die Kommunikationsstrukturen im Auge zu behalten, nach innen und nach außen und vor allem auch die gemeinsame regionsweitige Programmgestaltung und Programmplanung und dass wir dabei immer die Bedürfnisse der Menschen in ihrem Lebensumfeld im Auge behalten. Ja, ich vertrete natürlich die Projektträgerschaft als Liederregion, Vertreterin der Liederregion, natürlich auch die Finanzen, die hier ständig im Blick bleiben müssen. Bin auch zuständig für die strategische Entwicklung des Projektes, versuche natürlich auch Akteure aus anderen Projekten, anderen Akteure abseits einer Erwachsenenbildung hier trotzdem zu vernetzen, ins Boot zu holen und natürlich bin aktiv auch in der Umsetzung dabei. Ich bin Regionalbetreuer des Katholischen Bildungswerks für das Weinviertel und das Machfeld, heiße Erwin Mayer und darf hier gestaltend mitwirken. Mein Bereich ist Bildungsmethodik und Design, Veranstaltungsmanagement und natürlich Betreuung, Motivation, Vernetzung von ehrenamtlichen Mitarbeitern überhaupt. Ja, und ich bin Projektmitarbeiterin, ich bin quasi immer vor Ort die Ansprechpartnerin nach außen oder für Menschen für Anfragen von außen. Nachdem ich aus dem Marketing komme, ist alles, was mit Marketing zu tun hat, auch auf meinem Schreibtisch beheimatet von Grafik, Homepage und allem, was dazu gehört. Und ja, versuche an der Umsetzung tunlichst, ja, die Umsetzung tunlichst weiterzubringen. Ich danke euch. Jetzt bräuchte ich bitte die nächste Folie, wenn das geht. Danke. Ein Projekt wie dieses und grundsätzlich ein LIDA-Projekt hat sich Ziele vorgenommen. Unsere strategischen Ziele habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das Bildungsprojekt soll unseren Standort durch Bildung attraktivieren. Es soll die Menschen miteinander vernetzen. Die Menschen, die eh schon immer am Projekt mit oder an der Bildung arbeiten, zum Durchhalten motivieren, zum Weiterarbeiten motivieren. Wir wollen den Einsatz digitaler Medien forcieren. Und wir wollen schauen, dass wir möglichst einen niederschwelligen Zugang zu den Menschen bekommen, dass wir auch Menschen für Erwachsenenbildung begeistern können, für die das vielleicht bis jetzt noch kein Thema war. Was heißt das jetzt konkret? Nächste Folie, bitte. Und bitte gleich wieder drei Klicks. Wir haben unser Projekt konkret auf drei Säulen gestellt. Wir haben eine Ausbildungsserie entwickelt, die in drei Modulen zu jeweils einem Vormittag an alle Interessierten aus unserer Region kostenlos sich richtet. Und in dieser Ausbildungsserie bearbeiten wir Themen wie Wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Wie kann ich sie fassen? Was hat sie für Bedürfnisse? Worum geht es beim Thema Programmplanung? Was kann ich berücksichtigen? Wie erstelle ich überhaupt ein ansprechendes Thema, ein ansprechendes Programm? Und natürlich das Thema Bewerbung, dass wir uns auch als gesamte Säule aufs Projekt geheftet haben. Es ist so, dass viele Veranstaltungen bereits bei uns in der Region stattfinden. Das hat Edi Renate auch vorher in ihrem Beitrag schon erwähnt. Nur ist es leider so, dass vielfach die Menschen aus der Nachbargemeinde schon nicht mehr darüber Bescheid wissen, was denn überhaupt alles angeboten wird und dementsprechend auch gar nicht auf die Idee kommen wird, hinzugehen. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Bewerbung regionsweit für jede einzelne Veranstaltung, für jeden einzelnen Termin übernehmen. Und das versuchen wir mit verschiedenen Mitteln, die Sie im Anschluss dann noch in einer nicht nur besprochenen Präsentation sehen werden. Die dritte Säule ist das Networking. Bei uns ist Abschauen erwünscht. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Es ist in Ordnung, wenn man ein Thema, einen Vortragenden, eine ganze Veranstaltung, die im Norden der Region stattgefunden hat, im Süden genauso durchführt, weil die Leute sowieso nicht 25 Kilometer weit fahren, in den meisten Fällen. Und genauso ist Abschauen erwünscht über das How-to. Wie kann ich es angehen? Was kann ich verbessern an meiner Arbeitsweise? Wie machen es andere? Und dafür haben wir den Networking-Schwerpunkt in unsere praktische Arbeit hineingesetzt. Als nächstes habe ich Ihnen jetzt einen kleinen Film mitgebracht, der Ihnen Einblicke in die tatsächliche Arbeit unseres Projektes der letzten ein und dreiviertel Jahre gibt. Damit mache ich auch kurz Sprechpause und bitte die Technik um die nächste Folie. Ein Klick sollte reichen. Ein Klick sollte reichen. Ein Klick sollte reichen. Ein Klick sollte reichen. Untertitelung. BR 2018 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 Bei einem Projekt, das so umfangreich ist wie dieses und auch einen so langen Zeithorizont hat, gibt es auf der einen Seite schöne Erfolge, die man feiern kann, über die man sich freuen kann, aber es gibt auch jede Menge Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. In unserem Fall sind wir sehr glücklich darüber, dass wir ein großes Bewusstsein für den Themenbereich der Erwachsenenbildung innerhalb der Gemeinden schaffen konnten. Die Bildungsgemeinderäte sind für uns vielfach die ersten Ansprechpartner in den Gemeinden, um quasi in die einzelnen Ortschaften hineinzukommen. Ein Bildungsgemeinderat wird aber oft deswegen in diese Position gebracht, weil der Kindergarten neu gebaut werden muss oder weil er Lehrer ist und dementsprechend vordergründig in der Ausbildung tätig ist und nicht in der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung. Wir haben zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten, ausschlaggebend war natürlich die Wahl im Jänner in Niederösterreich, ein kleines Modul gemacht, wo wir die neuen Bildungsgemeinderäte, die in den einzelnen Gemeinderäten, ich wiederhole mich ein bisschen, gebeten haben, mit uns einen Abend zu verbringen, um ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, was man denn als Bildungsgemeinderat noch so alles tun kann, außer sich um den Bau eines neuen Kindergartens oder halt um die Administration der Schule zu kümmern. Und wir haben da sehr viel positives Feedback bekommen, das war wirklich ein wunderbarer Abend, ist aber natürlich wie immer und überall abhängig von den Akteuren, ob solche Inputs angenommen werden oder nicht. In unserem Fall, glaube ich, haben wir viele neue Mitstreiter gewonnen. Ein Ding, das uns auch wichtig ist und wo wir definitiv noch nicht dort sind, wo wir hinwollen, ist die Identifikation mit unserer Region als Bildungsregion. Die Renate hat es eingangs schon gesagt, Hollerbrunn ist eine Schulstadt und das schon seit Jahrzehnten und trägt das auch nach außen, dass das aber nicht nur auf die Stadt an sich, sondern eigentlich auf die ganze Region einen riesigen Einfluss hat und wir eben, was die Erwachsenenbildung betrifft, sehr viel anzubieten haben, ist nicht immer ganz so deutlich in den Köpfen der Menschen und an dem arbeiten wir weiter. Wir haben es geschafft, mit den Bildungsteams, die wir installiert haben in den einzelnen Gemeinden, tatsächlich auch motivierte Teams zu bekommen, die ihrer Arbeit nachgehen, die selber auf der Suche sind, was könnte denn meine Bürger interessieren, welche Themen soll ich angreifen, wo braucht es Input, was möchte ich machen. Das Problem ist halt, wenn man dann manchmal einen Motivierten hat, wird der entweder krank oder es gibt eine Wahl und ich habe einen Wechsel und ich fange wieder von vorne an. Das ist etwas, mit dem werden wir immer leben müssen. Wir bleiben dran und hoffen, dass wir auch die zukünftigen erreichen und motivieren können. Worauf wir auch sehr stolz sind, ist, wie eben vorher schon gesagt, dass die Leute das annehmen, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Wir haben Veranstaltungen, die auf Eigeninitiative von Einzelpersonen, von teilweise sogar Privatpersonen entstanden sind, wie zum Beispiel das Reparaturcafé in Pulka, das mittlerweile bei uns in der Region schon in drei verschiedenen anderen Gemeinden auch stattgefunden hat. Nicht mit denselben Akteuren, also es wurde quasi nicht die Veranstaltung zugekauft, sondern sie haben das Modell übernommen und es selbst genauso gemacht unter Anleitung derer, die es erfunden haben. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte und bin ich sehr stolz darauf, dass das funktioniert hat. Man kann natürlich nur von den anderen lernen, wenn man immer wieder zu den Networking-Veranstaltungen kommt. Manchmal ist der Nutzen derselben auf den ersten Blick nicht so ganz ersichtlich. Das heißt, die einzelnen Leute sagen dann, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, ich habe eh so viele andere Geschichten. Denn die Erwachsenenbildung ist nicht das Einzige, was meine Aufgabe ist. Entweder ich mache es ehrenamtlich oder ich muss halt auch den Bau des Kindergartens mit einer hohen Priorität versehen. Darum ist eine unserer Herausforderungen definitiv, dass wir schauen, dass wir dranbleiben, dass wir die Leute ins Boot holen, aber nicht überfordern mit zu vielen Dingen, die wir von ihnen möchten, um halt das Projekt zu pushen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, eines unserer strategischen Ziele ist der vermehrte Einsatz digitaler Medien. Das ist eine Riesenherausforderung, über die wir, glaube ich, die ersten eineinhalb Jahre ganz, ganz oft gesprochen haben und nicht wirklich Boden gewonnen haben. Dann kam der Lockdown. Von einem Moment auf den anderen war jeder Mann und jede Frau in der Situation zu müssen. In unserem Fall hat uns der Lockdown viel geholfen. Es wurden Hemmschwellen abgebaut, weil die Menschen einfach gemacht haben. Und zwar jetzt teilweise in ihrem beruflichen Umfeld, nicht unbedingt jetzt in der Erwachsenenbildung oder auf unsere Veranstaltungen oder auf unsere Themen an sich. Aber sie haben sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, haben sich damit auseinandergesetzt, haben Berührungsängste abgebaut und wir schaffen es jetzt endlich, dass wir bei uns in der Region Veranstaltungen von außen in unsere Bildungsräume holen. Weil die Menschen ein bisschen gemerkt haben, es muss nicht immer alles perfekt sein, wenn ich nicht alles kann. Es geht, es muss gehen und sie trauen sich jetzt drüber. Ich freue mich sehr darüber, dass wir vier Vorträge der Montagsakademie jetzt in unserer Region übertragen werden können. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Der erste kommt erst. Aber somit haben wir durch Corona auch etwas Positives zu berichten. Aber natürlich auch etwas Negatives, weil die Faktor hat im letzten Semester präsenzmäßig kaum etwas stattgefunden. Es wurden viele Termine abgesagt oder verschoben. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich das Beste. Insbesondere, wenn die Menschen jetzt die Technik, die sie haben, über die sie verfügen, auch tatsächlich einsetzen können. Und damit übergebe ich jetzt das Wort, weil auch wie im Video vorher schon kurz angedeutet, wir haben zusätzlich zu dem Bildungsprojekt auch Infrastrukturprojekte gemacht, um die Gemeinden mit Infrastruktur, mit moderner Infrastruktur auszustatten. Und da jetzt würde ich jetzt die Renate ein bisschen was. Noch mal ganz kurz auch eben Parell zu diesem ganzen Projekt, das irgendwie ein bisschen die Software eigentlich unterstützt hat, nämlich die Menschen in unserer Region, die Erwachsenenbildner hier zusammenzuholen, haben wir auch die Idee gehabt, dass wir die Technik aufrüsten, die Veranstaltungsorte in unseren Gemeinden. Wir wollten auch haben, dass in unseren Dörfern oder Orten so quasi Ortszentren gibt, die zu Bildungsräumen umgestaltet werden. Ein Bildungsraum sollte heißen, es soll ein möglichst heller, netter, angenehmer Raum sein, trockener Raum, aber auch entsprechend ausgestattet, Sitzmöglichkeit etc. Aber auch, wie es in einem Lernbereich halt notwendig ist, auch mit entsprechender Technik, Beamer, Leinwand, Audio-Video-Technik vor Ort. Und, das wollten wir natürlich auch, es muss was für die Gemütigkeit da sein, wir wollten die Menschen schon, dass sie dort zusammenkommen, sich weiterhin treffen, natürlich auch eine kleine Küche, Kaffeeküche, Catering-Möglichkeiten in diesen Orten. Wir haben, wir sind einmal mit dieser Idee an unsere Gemeinden herangetreten und haben uns zumindest erhofft, fünf Gemeinden werden wir schon schaffen. Und es haben sich dann bis heute, wir haben elf Gemeinden geschafft, also kann man sagen, fast die Hälfte in unserer Region haben jetzt Bildungsräume. Und die Zwölfte ist gerade jetzt auch im Entwickeln, hat einen neuen Bürgermeister, sehr engagiert, dem gefällt die Idee und er möchte auch so eine Art generationsübergreifenden Raum, tolle Ausstattung, Technik und Bildung von außen, egal wo, herzuholen. Das hat ihm auch gefallen. Ja, und wir haben darüber hinaus aber auch gesagt, okay, schön und gut, Bildungsraum, aber er muss auch bespielt werden. Es muss jemand vor Ort sein in den Dörf oder Gemeinden, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Bildungsgemeinderat ins Boot geholt und zwei weitere Personen, die für den Raum zuständig sind, für die ganze Sauberkeit etc., aber natürlich auch für die Technik, die die Technik beherrschen und auch natürlich die Vermarktung. Wenn es Veranstaltungen gibt, wer redet die Leute in der Gemeinde an, wer ladet ein? Wir können Impulse setzen als regionales Steuerungsteam, das wollen wir auch in Zukunft, aber trotzdem, in der Gemeinde muss jemand dafür zuständig sein und sich darum kümmern. Ja, und so haben wir eigentlich Bildungsteams in allen unseren Gemeinden, wenn Sie Interesse haben, Sie können auf www.wissbegierig.at, das ist unsere Webseite der Bildungsregion, nachsehen. Hier finden Sie in jedem Ort, der einen Bildungsraum hat, auch das Team dazu, Ansprechpersonen, Kontaktadressen etc. Also das ist jetzt schon mal in die Richtung weitergegangen. Und wie gesagt, wie Barbara eben gesagt hat, wir wollten jetzt auch dann schon starten und eben Vorträge auch machen, sei es online oder natürlich auch, wenn es gute Vortragende gibt in einer Gemeinde, dass wir den auch streamen, online und in anderen Bildungsräumen oder auf Facebook etc. zur Verfügung stellen. Das hat gerade ein bisschen begonnen, eben vor Corona und ja, wie gesagt, das ist jetzt auch dazwischen gekommen. Aber wir sind guter Dinge, wir arbeiten da auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, es hat ja geholfen auch, digital jetzt weiterzuarbeiten und haben jetzt mit der Uni Graz auch, hier sieht man noch die Landschaft unserer Bildungsräume, und haben jetzt mit der Uni Graz, mit der Montagsakademie eine Kooperation, sind wir jetzt eingegangen und möchten hier mal diese ersten Vorträge auch von wissenschaftlicher Seite auf ein möglichst einfaches Niveau für unsere Bevölkerung präsentieren und streamen. Und wie gesagt, wir haben dann in einem, in vier Bildungsräumen auch dann diese Übertragung, die Leute vor Ort einladen sollen. Ist einmal ein Start, ist einmal ein Versuch, aber ich denke mal, in die Richtung möchten wir weitermachen, in die Richtung möchten wir auch mit der Dorfuni in Zukunft kooperieren und einfach das Wissen weltweit auch in unsere Region, in unsere kleine Dörfer holen. Das ist unsere Absicht dahinter. Ich darf Ihnen jetzt noch kurz meine zwei Kolleginnen, Brigitte und Christoph, herbitten. Die haben hier sehr intensiv mit unseren Bildungsteams gearbeitet und darf Ihnen noch Stimmen aus der Region dann bringen. Darf ich noch kurz? Ja, wir haben Interviews geführt mit Bildungsgemeinderäten, um zu schauen, ob das, was wir tun in der Bildungsregion auch ankommt und ob das Nutzen bringt. Ja, es ist ein besonderes Format der Evaluierung und das Schöne bei seinem Bildungsprojekt mitzumachen ist, dass man so unglaublich tolle, motivierte und inspirierte Menschen trifft, die sich eben auch motivieren und inspirieren lassen. Und in diesem Sinne, Maestro, bitte film ab. Wir zeigen jetzt zwei Bildungsgemeinderäte, Annemarie Mauerer aus Wullersdorf, die Aufregung, und Christian Schauhuber aus Heldenberg. Bitte. Ich bin die Mauerer Annemarie, ich bin hier die Vizebürgermeisterin von Wullersdorf und auch die Bildungsgemeinderäte. Unsere Marktgemeinde Wullersdorf besteht aus neun Orte. Wir haben knapp 2400 Einwohner. Hier befinden wir uns jetzt im Armenhaus. Diesen Raum haben wir ausgewählt für unseren Bildungsraum. Das war ein Sozialbau und wurde erst vor einigen Jahren hergerichtet. Hier, wo wir uns befinden, der Raum war eigentlich die Deponie des Hauses. Das wurde ausgeräumt und eben für solche Veranstaltungen hergerichtet. Mit dem LIDER-Projekt haben wir nun hier in moderne Technik investiert. Zuerst war der Gedanke, hier auch die Bestuhlung zu ändern, aber allgemein hat es geheißen, das ist das Armenhaus und wir wollen den Charakter dieses Hauses mit wirklich verändern und somit ist es so geblieben. Die Bildung, die gemeinsame Bildungsregion bringt sicher etwas, um hier gemeinsam auch Veranstaltungen durchzuführen, die man alleine einfach nicht schaffen könnte. Die Bildungsbörse, die ist ein tolles Instrument und hier haben wir auch schon etwas gefunden für uns, zum Beispiel in Volker. Hier wurde ein Reparaturcafé schon seit einigen Monaten erfolgreich durchgeführt und im Herbst gemeinsam hier am Schmankerlmarkt am Hauptplatz werden wir das auch probieren. Und es ist ja einfach, wenn man jemanden fragen kann, der das schon erfolgreich macht, wie habt ihr das gemacht? Und da sind wir sehr gespannt. Und wir freuen uns auch, wenn ich jetzt in anderen Gemeinden sehe, wo sie zum Beispiel jetzt Vollmondwanderungen machen, die von uns schon jahrelang erfolgreich durchgeführt werden. Und das ist der Sinn, glaube ich, von diesem Netzwerk. Die Weiterbildung ist eine tolle Sache. Ich habe das Glück gehabt, dass ich an allen teilnehmen durfte. Und es ist ganz spannend, was man dort lernt. Und das, was mir am prägnantesten Erinnerung ist, wo wir gelernt haben, eben die Sicht eines Bürgers, der eigentlich an Bildung gar nicht interessiert ist, wie kann ich den eigentlich das bringen, was der braucht. Weil als Anbieter denkt man meistens, ich mache ein tolles Programm und die werden das schon brauchen. Und dass man eigentlich aus der Sicht des anderen einmal sieht, was braucht er. Und auch die verschiedenen Gruppen, die es gibt, eben von Kindern, Jugendlichen, Senioren, auch Arbeitstätige oder jemand, der den Beruf wechselt, hat ein anderes Problem wie jemand, der im Haushalt zu Hause arbeitet oder ein Senior. Oder dass man eben auch einmal denkt, was braucht die Bevölkerung und nicht nur, was können wir anbieten. Das war sehr spannend. Das Bildungsprojekt jetzt für die Zukunft ist momentan ein bisschen schwierig zu planen, weil uns ja leider die Corona-Krise so manches Event ein bisschen reduziert hat. Und wenn es darum geht, welche Gruppen wir in Zukunft mehr erreichen wollen, da ist eigentlich quer durch alle, eigentlich die Jugend das Thema für uns, wo wir eben schauen müssen, dass wir die ins Boot holen. Weil für Kinder und Senioren und Jungen gibt es schon sehr viel, aber gerade die Jugend ist das Thema, was wir in Zukunft bearbeiten wollen. Wie ist der Bildungsgemeinderat und geschäftsführende Gemeinderat in der Gemeinde Heldenberg? Guten Tag, mein Name ist Christian Scherhuber. Ich bin Bildungsgemeinderat und geschäftsführender Gemeinderat in der Gemeinde Heldenberg. Die Bildungsregion, die Initiative und die Investitionen, die damit verbunden waren, waren sehr wichtig und vor allem die Zusammentreffen. Sie haben mir als Bildungsgemeinderat jetzt einen professionellen Background geboten. Man setzt gemeinsames Marketing, gemeinsames Programm, gemeinsame Standards in der Ausbildung, die man hat, wie geht man vor. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nur allein Bildungsgemeinderat ist, ein hilfreiches Tool. Was dazukommen ist, die Initiative mit den Bildungsteams war natürlich ein sehr guter Ansatz, weil dadurch hat man ein Team schaffen müssen. Es haben sich mehr dazu gemeldet. Und wenn man ein Team ist, hat man Feedback, kann man darüber reden, findet man das ein guter und man hat Mitstreiter. Das mit dem Team haben wir eigentlich recht pragmatisch gelöst. Wir haben da gleich einen Sozialausschuss gegründet, wo Umwelt, Bildung, Sozial, Sport und die Soft Skills in dem Gemeinderat praktisch zusammengefasst wurden, wo man sich quasi überlegt hat, was kann man abseits von Wegebau und Straßenlaternen noch für die Bevölkerung tun. Also die Vernetzung in der Bildungsregion ist auf jeden Fall ein Benefit, ein Werkzeug, das ich super nutzen kann. Und immer wenn die Vernetzungstreifen sind, geht man immer mit 20 PS mehr raus und versucht Dinge auf den Weg zu bringen, beziehungsweise immer mit guten Ideen. Also jetzt hat es zwei Versionen vom gedruckten Programm geben, glaube ich. Aber was ich sagen kann, bei unseren Veranstaltungen, wir haben so immer 25 bis 35 Leute, so variiert es, sind immer auch von anderen Gemeinden dabei. Das heißt, das Bildungsprogramm funktioniert. Eben ist es wieder ein Tool, das zur Professionalisierung beiträgt. Man hat ein Deadline, jetzt muss ich das Programm machen. Da geht innerhalb kürzester Zeit, hat man eigentlich dann vier Veranstaltungen geplant und auf den Weg gebracht und gibt es zu Redaktionsschluss bekannt. Die Bildungsangebote, muss ich sagen, also wie gesagt, wir haben zwischen 25 und 35 Personen pro Veranstaltung, eigentlich sehr konstant, noch nie weniger, aber jetzt auch noch nie wirklich viel mehr gehabt. Ja, ein Megatrend ist es noch nicht geworden, das muss ich sagen. Also Bildung ist sicher schwer zu vermitteln. Wir arbeiten fest daran und versuchen unser Bestes. Grundsätzlich ist mein Anspruch ans Bildungsprogramm, jeden zu bewegen, ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand zu schauen, sich einmal etwas anderes zu beschäftigen, also sich beruflich oder privat beschäftigt und dadurch vielleicht neue Facetten kennenlernen. Also der Wunsch an die Bildungsregion, also ihr seid so professionell unterwegs, ich will jetzt nicht irgendwie nur Lob hudeln, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen könnte, ehrlich gesagt, also das muss jetzt zugehen. Und ich nehme immer sehr viel mit aus den Veranstaltungen und das Team ist enthusiastisch und mit Herz dabei, also den richtigen Rat kann ich mir jetzt geben. Geht mir leid. Das ist total lieb, herzlichen Dank, Herr Lehmann, dieses Lob. Ja, wirklich, wirklich, das wäre jetzt vermessen. Ich darf jetzt den letzten Part machen. Ich will nur dazu sagen, wir haben diesen beiden Bildungsgemeinderäten keinen Gutschein und kein Geld gegeben, damit sie das so berichten. Ich darf so, diese Vision, wo wollen wir hin? Und das erinnert mich daran, als ich das erste Mal mit Renate Miele gesprochen habe und gesagt habe, wo brennt das Feuer, wo muss hingehen? Und das Feuer brennt, um mit den Worten des Christens Schahuber zu sprechen. Es wird ein Megatrend. Wir wollen im Bezirk Hollerbrunn eine Bildungsfortgehkultur schaffen. Es sollte en vogue sein, da fortzugehen, sich zusammenzusetzen. Ein gemeinsamer Auftritt bringt eine Szene. Eine Szene, wenn man Hollerbrunn hört, muss da sofort wissbegierig einfallen. Das ist so dieser Ansatz, den wir haben. Und da geht es um einen professionellen Bildungsauftritt, einen ganzheitlichen Bildungsauftritt. An verschiedenen Orten Schwerpunkte. Die Orte entdecken, uns taugt das Thema Natur, uns taugt das Thema Familie, uns taugt das Thema Wissenschaft. Verschiedenste Formate, von Infoveranstaltungen über Theater, über Konzerte, über Videobridges, über Diskussionsveranstaltungen. Und dann braucht es die Zusammenarbeit mit allen Vereinen im Ort. Wenn ein Verein sagt, hey, ich brauche da was, geht er sofort zur Bildungsgemeinde. Er sagt, machen wir was. Und der redet schon mit dem Nachbarn und dem dritten Nachbarn in der Nachbargemeinde und sie entwickeln was gemeinsam. Und es braucht auch nationale und internationale Zusammenarbeit. Also es muss richtig die Post abgehen. Das ist das, was wir uns wünschen. Ich möchte mich bedanken, dass wir in der Länge auch hier die Region präsentieren dürfen. Und schauen Sie auf unserer Homepage vorbei und kommen Sie nach Hohlerbrunn. Sie gingen voll aufgebaut weg und Ihr Leben erscheint auf einmal viel sinnvoller. Ja, also es war eine etwas sehr komplexe Präsentation, aber ich glaube, die hat sich gelohnt. Und wir haben verstanden, was es bedeutet, eine Bildungsregion zu sein. Und gleichzeitig hoffe ich, dass euch neben all diesen Themen, die ihr gebracht habt, auch das Thema, wie kann ich das Leben in meiner Gemeinde verbessern, wie kann ich unsere Lebensumstände verändern, wie schaut unsere Zukunft als Region, als Kleinregion, als Gemeinde aus, dass euch das auch taugt und dass wir euch als eine sogenannte Hochburg der Dorfuni in Zukunft behandeln und betrachten dürfen. Dankeschön. Ja, aber es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt noch jemanden aus eurer Region reingeholt, weil dieser Gemeindestandpunkt eben für uns auch ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Stefan Schmid sollte eigentlich schon da sein, aber ich sehe ihn noch nicht. Aber fangen wir mal mit den Fragen an. Und dann gibt es hier jetzt einmal Fragen zum bisher Dagewesenen. Hans Högl. Moment, Mikro, Mikro, Mikro. Ja, möglicherweise ist es durch die Bilder schon dargestellt worden. Mich hätte trotzdem interessiert, wie gehen, was passiert bei regionalen Lernfesten? Was geht da vor sich? Ja, was passiert bei regionalen Lernfesten? Lernfesten. Das ist so organisiert, dass wir mal eine Veranstaltung halt organisiert haben, wo alle Bildungsanbieter, aber auch möglichst viele Vereine sich präsentieren und einmal zeigen, was kann ich bei denen lernen. Wir haben auch die Schulen eingebunden, auch die, die höheren Schulen vor allem, auch ein bisschen kreativ zu zeigen, was kann man bei ihnen lernen. Das war da die Aufgabe eines Lernfestes, das soll gezeigt werden und das soll halt möglichst breit in der Region und darüber hinaus veranstaltet werden. Mehrbung etc. Ja, bitte. Ja, und das entsprechend ist, dass die Leute selber tun. Nicht nur gezeigt, das hast du eh gemeint, sondern die Leute haben bei jedem Stand eine Möglichkeit zwischen 10 Minuten und 2 Stunden selber wirklich auch was zu tun. Du hast die HTL da und dann kannst du schneiden oder kannst du auf eine Scholtofe stecken oder ein Programm entwickeln. Und da bleiben Leute da zwischen 1 Stunde und 5 Stunden am Material. Wirklich, weil das macht so viel Spaß. Wir haben große Lernfeste gehabt in Hollerbrunn. Das Fest, das man jetzt besuchen könnte, das nach einem Lernfest- oder Bildungsfest-Format funktioniert, ist das Kreativfest in Bulka. Das möglicherweise sollte es Corona erlauben, wie der Anfang Juni stattfindet. Das ist genau das. Ich will was machen, ausprobieren und so lerne ich. Genau, also Vereine haben gezeigt, was kann man bei Ihnen machen, was kann ich da lernen, also nicht nur kreativ sein oder nur tanzen, sondern auch ein bisschen darüber mehr zu wissen, mehr über den Tanz zu erfahren, mehr über das Musikinstrument zu erfahren, also diese Sachen, das Ausprobieren, weil Vordergrund nicht berieseln lassen. Ich habe jetzt keine Frage in dem Sinn, sondern ich würde nur sagen, Bildung macht glücklich, kann man natürlich kaum toppen. Aber, also ich hoffe, Sie macht eben auch aufgeschlossen, ich habe es geschrieben, tolerant, ja. Und ich glaube, Bildung kann den Wandel fördern. Ja, den braucht man nämlich wirklich. Also das heißt, Bildung fördert auch mehr Nachhaltigkeit. Wenn wir wissen, warum wir das tun sollten vielleicht, dann tun wir es vielleicht auch von uns aus, weil wir es verstanden haben, was das für uns und unsere Kinder und unsere Zukunft bedeutet. Und also da denke ich mir, das wäre schön, das noch stärker auch zu forcieren, nicht nur so diesen Wohlfühlfaktor, der ist super, der zieht natürlich, aber auch also was es braucht. Und also ohne Bildung werden wir diesen Wandel nicht hinkriegen. Und deshalb glaube ich, also man darf das schon auch noch stärker in die Agenda nehmen, weil ich glaube, wir brauchen den. Danke. Ja, ihr habt davon gesprochen, dass es in die Breite gehen soll. Ich denke an einen Flächenbrand und die Nachbarn sind die, die am ehesten angezündet werden. Ich bin aus Mistelbach, ich bin Bildungsgemeinderat und habe bisher eher so den Eindruck gekriegt, dass ich in ein paar so Geschafteln und so weiter, wenn ich mich jetzt um etwas kümmern will, muss ich mir selber etwas zusammenbasteln. Also ich werde sicher zu euch kommen und mich einmal näher informieren, wie das gemacht wird. Gerade diese Idee, ein Team zu bilden und Initiativen zu setzen, wäre etwas sehr Interessantes. Bei uns wird auch das Kino, demnächst der Inhaber geht in Pension und wäre aus meiner Sicht und auch aus Sicht mancher anderer Gemeinderäte ein idealer Platz für so ein Gemeinschaftszentrum, wo sich die Gemeinde auch engagieren muss. Wir haben Gott sei Dank eine breite Mehrheit momentan, also vielleicht können wir da was machen. Das Zweite ist die Frage, was ihr unter Bildung versteht. Ich habe jetzt den Eindruck gehabt, das ist nicht so dieses allgemeine Bildungsideal, das ich so als Humanist irgendwie im Gymnasium gelernt habe, weil ja auch praktische Fähigkeiten, Erfahrungen und Austausch über solche Ebenen, was mir ein bisschen gefehlt hat, vielleicht nur in der Präsentation, wären die Aspekte Musik und darstellende Kunst und so weiter. Ich nehme an, das ist in dem Paket drinnen. Ein weiterer Kommentar, den ich geben möchte, ist, also ich stamme aus Wiener Neustadt, ist auch eine Schulstadt, bin jetzt in Mistelbach und würde nicht automatisch sagen, dass wenn ich das Wort Bildung höre, dass ich an Hollerbrunn denke. Es ist ein Thema, das man natürlich, glaube ich, umgekehrt überall gut einpflanzen kann und auch einpflanzen sollte oder so. Und daher ist die Frage, habt ihr Kontakte, vielleicht ist es österreichweit oder sogar international, grenzüberschreitend, zu anderen Netzwerken, die ähnliche Struktur haben oder ist es einmal, dass ihr ausreichend beschäftigt seid, das in die Schwingung zu bringen. Das wären meine Fragen. Danke, Herr Dr. Hupmeier, Initiative Zivilgesellschaft, die ist eingeteilt oder strukturiert in Wirkungsfelder. Eines dieser Wirkungsfelder ist das Wirkungsfeld Bildung. Und ich sehe hier in dieser Initiative eine ganz klare Basis, um genau dieses Wirkungsfeld anhand eures Aktionen zu initiieren und beziehungsweise darüber hinaus wirklich österreichweit aufzubauen. Wie seht ihr die Situation mit dem Verhältnis Regelschulsystem und Freilern? Danke. Ich möchte ganz kurz auf die Anmerkung eingehen, von wegen Inhalte und Entwicklung und wo führt es hin. Das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir haben Formate wie den Bildungstag, den der Erwin schon seit vielen Jahren organisiert. Und wir haben die Bildungsbörse. Und da geht es eben um Inhalte. Und da werden auch diese Themen sozusagen von uns besprochen mit den Leuten in der Region. Und dann war Schwerpunktgesetz natürlich auch von uns als Steuerungsgruppe oder als Projekt angesprochen. Und heuer wäre dran gewesen das Thema, wohin geht unser Sozialstaat, das Verhältnis Arbeit und Mensch und Geld. Die Liste ist lang, die der Erwin angesprochen hat. Es hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Klimawandel. Also wir arbeiten wirklich mit den Leuten an den Themen, die jetzt gerade ganz wichtig sind. Weil es für uns wichtig ist, dass ein Bildungsprogramm inhaltlich da ist, was wehtut, was notwendig ist, was wirklich bewegt. Und das ist ein wesentlicher Teil. Wir haben in der Präsentation eher die Strukturen, die Instrumente gezeigt und weniger den Inhalt, der da passiert. Aber das ist natürlich der wesentliche Punkt. Und das passiert. Und die Einladung nach Mistelbach natürlich. Die Bildungsbörse findet wieder statt im Februar, glaube ich. Da kann natürlich jeder gern kommen. Da sind Referenten da. Da werden Themen angesprochen. Da kann man im Prinzip Bildungsshopping betreiben. Da kann man sich anhören, was gibt es. Und kann dann Leute zu sich auch buchen. Bei uns natürlich in die 24 Gemeinden. Aber natürlich auch nach Mistelbach ist überhaupt kein Problem. So, wer macht das Nächste? Wir sind so weit, dass das Auto jetzt gerade fährt. Aber es ist noch nicht in die ganze Welt hinausgefahren. Und wir kämpfen schon um die nächste Liederperiode, wo wir schon die Pläne haben. In Richtung internationale Vernetzung und so. Du musst ja die Bildungsgemeinderäte auch auf Laune halten. Und die sollen immer wieder etwas Neues und Faszinierendes erleben. Genau. Also so weit sind wir noch nicht da. Die sagen, jetzt sind wir dabei. Und die Barbara hat das schön erzählt, dass das Auto schön langsam Reifen kriegt und Sitze. Aber es braucht halt Schritt für Schritt. Erwachsenenbildung denkt man in zehn Jahren. Projekte, die zwei erinnern, da weiß man es gerade, dass es es gibt. Eine Frage noch aus dem Facebook-Chat. Es fühlt sich noch jemand unbeantwortet. Ich habe eine sehr interessante Frage von Michel Heftrich. Er ist Initiator von Repair-Cafés, vor allem im Burgenland. Und er stellt die Frage, sollen die Lernräume mit offenen Werkstätten verbunden werden? Habt ihr so etwas angedacht? Es spricht nichts dagegen. Und es gibt auch Repair-Cafés in der Region. Die Frage ist, wie du das Räumliche hinkriegst. Und natürlich ist ein Repair-Café auch etwas, was dazugehört. Dieses Voneinander-Lernen, das Generationen-Lernen. Magst du es sagen? Ja, du hast gerade so geschaut. Also natürlich gehört das alles dazu. Ich habe zuerst bei meinem Part die Bildungstheorie nicht gebracht, damit wir nicht noch länger werden. Aber das sind diese vom Lernen über Sozialisation, über Ausbildung, bis zur Erwachsenenbildung, bis zum kritisch denken und reflektieren. Da haben wir den ganzen Bogen. Ich frage das auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil es eine zweite fulminante Erfolgsstory gibt, die wir jetzt hier nicht haben. Ich habe sie in meiner Radiosendung auf Radio Agora mit dem Martin Hollinetz ein bisschen besprochen. Das ist die Othello-Geschichte, die mittlerweile 22 offene Technologielabore haben, ausgehend von Oberösterreich, aber mittlerweile auch im Waldviertel, in Italien oder sonst wo. Und ich glaube, dass sich diese Muster zu einem Lebendigkeitszentrum langsam, aber sicher konvergierend hin entwickeln. Und es wird wirklich auch im Interesse der Dorf-Uni sein, dass wir versuchen, hier ein Katalysator zu sein, dass die verschiedenen Stärken dieser Muster sich wechselseitig befördern. Ja, jetzt übergebe ich noch einmal ganz kurz nach Graz. Habt ihr noch Fragen? Weit von unserer Seite gibt es keine Fragen. Bei uns gibt es keine Fragen. Sondern eine etwas andere Perspektive aus eurer Region. Und zwar habt ihr in eurer Region eine neu zusammengelegte Gemeinde, die Stadt Schartental. Und die besteht auch aus zwei weiteren Gemeinden, Obermarkersdorf. Und dort gibt es einen jungen Bürgermeister. Und der war auch, interessanterweise, unter anderem auch Leiter der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Halt das. Tut mir leid für die Knackser. Und Stefan Schmid ist natürlich für mich jetzt auch eine Komplettierung, weil wir haben hier auch einen Gemeindepolitiker, der sehr viel von digitalen Medien versteht. Und ich bitte ihn jetzt, seine Stummschaltung aufzuheben und uns zu erzählen. Er macht auch gleich selbst die Bildschirmpräsentation. Also geht los. Perspektiven der Online-Medien für eine lernende Gemeinde. Bitte die Vorstellung zu ergänzen. Genau, also vielen lieben Dank jetzt für die nette Einbegleitung. Okay. Vielen lieben Dank für die nette Einbegleitung. Liebe Grüße an alle Teile, wo Sie heute zugeschaltet sind. Das ist ja heute eine Hybridveranstaltung, virtuell und analog. Und wir können das Ganze ergänzen. Sie haben eigentlich schon alles wunderbar in meiner Vorstellung erwähnt. Das betrifft meine Person. Ich bin seit eineinhalb Jahren ein bisschen unverhofft, ehrlich gesagt, Bürgermeister der Stadtgemeinde Schattenthal geworden. Schattenthal, wenn Sie es nicht kennen, schade, aber nicht besonders. Ja, wie soll ich sagen? Es passiert halt manchmal. Schattenthal ist nicht so groß, wie es klingt. Wir haben 900 Einwohner. Und die Stadt Schattenthal ist die kleinste Weinstadt Österreichs und die zweitkleinste Stadt Österreichs. Also man muss es nicht kennen. Ist eben im Weinviertel, im Rätselland situiert. Und wir feiern in zwei Jahren 550 Jahre Stadterhebung. Aus meinem Ursprungsberuf, ich war, wie Sie gesagt haben, Leiter der virtuellen PH. Also wenn Sie die Dorf-Uni hören, sind wir sozusagen die digitale Universität sozusagen. Wir haben bis zu 40.000 Lehrerinnen und Lehrer in unserer virtuellen Lernumgebung. Und ich habe vorher gesehen, der Kollege Mayer hat schon gesagt, der Erwin hat gesagt, zehn Jahre dauert es, dass Bildung ankommt. Ja, das kann ich gleichsam wirklich hier betonen. Die virtuelle PH gibt es auch in zwei Jahren. Also bei 550 Jahre Stadterhebung Schattenthal feiern wir zehn Jahre virtuelle Pädagogische Hochschule. Und wir merken jetzt erst schön langsam, kommen wir in die Wirkung hinein. Also nach zehn Jahren sozusagen. Wir haben jetzt Kurse, wo wir innerhalb von drei, vier Wochen zwölf bis 14.000 Personen drinnen haben. Das ist die virtuelle PH. Für heute habe ich mitgebracht einen kurzen Vortrag, weil ich mit dem Herrn Narada über Zufälle zusammengekommen bin. Einen Vortrag mit dem Thema Perspektiven der Online-Medien. Da müsste man schon fast definieren, was die Online-Medien sind. Für eine lernende Gemeinde. Ich habe das dann geframed und habe gesagt, warum die Digitalisierung die Chance, und die ist groß zu schreiben, die Chance für Bildung im ländlichen Raum ist. Wenn Sie Fragen haben, Sie können auch jederzeit sehr, sehr gerne einfach in den Chat hineinposten. Ich bin mir sicher, dass ein Kollege, eine Kollegin hier vom Host, die mich einfach unterbrechen wird. Ich habe hier zu Beginn und als Vorbereitung für heute mal meine Kiste. Ich habe so analoge Magazine noch. Ich habe hier meine Kiste. Ich habe hier meine Kiste an Magazinen herausgenommen. Und siehe da, ich finde ein Magazin mit folgendem Titel als Head Story, als Titel Story. The Real Smartphone Revolution. Ich möchte mal, dass Sie ganz kurz in sich gehen und überlegen, wann war denn diese Real Smartphone Revolution? Wann ist denn die geschehen? Smartphone Revolution, also das Magazin Fass Company und die haben das 2010, haben die das sozusagen als Titel Story verwendet, The Real Smartphone Revolution. Also die haben gewusst schon, irgendwas tut sich mit diesen Dingen, die wir alle in der Hand oder Hosentasche mit uns tragen. Irgendwas tun diese Dinge und die werden die Gesellschaft vermutlich als Ganzes revolutionieren. 2020, also jetzt, wenn Sie schauen, ja, es hat sich, glaube ich, etwas getan. Egal, unabhängig von Corona, da haben wir überhaupt gemerkt, dass wir es brauchen. Ansonsten funktionieren viele Teile unseres Lebens hier in der westlichen Welt nicht. Aber wir sehen überall, die Menschen sitzen und drücken auf ihr Smartphone, egal ob in Uber, in S-Bahn, egal ob vor dem Fernseher oder auch manchmal, wie ich es immer wieder sehe, beim Mittagessen. Die Leute treffen sich zum Mittagessen und drücken in das Smartphone hinein. Und das war nicht immer so, 1932 hat man so Mittagessen. Stimmt natürlich nicht. Sie wissen, dass das war eine Werbeaufnahme, Rockefeller Center, 67. Stopp. Würde man aber heute diese Werbeaufnahme machen, würde das vermutlich so ausschauen. Was meine ich damit? Wir haben heute einen ganz anderen Bezug zwischen Maschine und Mensch. Die Digitalisierung, die Maschinisierung, umfasst sozusagen alle Lebensbereiche. Vor kurzem habe ich noch gesagt, fast alle Lebensbereiche und habe so Dinge wie Liebe ausgenommen. Wenn Sie aber heute schauen, dass fast jede zweite Beziehung über digitale Medien erst zustande kommt, muss ich wirklich sagen, alle Lebensbereiche. Das heißt, es ist ein Phänomen, das ist viel größer, als man bisher geglaubt hat. Also das Leben ist digital real. Ob man es will oder nicht, ob man jung ist, ob man alt ist, ob man Verweigerer ist oder nicht. Sonst hätten wir heute jetzt Corona-bedingt gar nicht diese wunderbaren Tage. Das heißt, Sie werden aufgeweckt in der Früh, in der Regel von einem Wecker. Dieser Wecker ist hier im Smartphone. Sie schauen als erstes, oder mir ist es zumindest so, ich checke dann gleich einmal meine Tageszeit und lade mich hier runter, schaue die hier, checke meine Mail, schreibe die, schaue da, wann ich mit dem Zug nach Wien fahre und so weiter. Während ich nach Wien fahre, vereinbare ich mit meinen Bauhof-Mitarbeitern, einiges, vereinbare ich ein bisschen was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Start da. Und irgendwie begleitet mich dieses digitale Gerät den ganzen Tag und es ist einfach aber trotzdem real. Und was wir nicht brauchen, ist aber hier eine Trennung zwischen Schwarz-Weiß, also digital versus real, zwischen grün und violet, zwischen Austria und Rapid, wobei Rapid immer gewinnen würde. Aber diese Trennung ist etwas, das ist nichts Gutes. Wir brauchen vielmehr eine Vermischung von digital und real. Und das auch beim Lernen. Das heißt, wie ein gutes Gin Tonic haben Sie die einzelnen Elemente, diese müssen Sie aber vermischen, im optimalen Verhältnis, dass Sie etwas ganz Tolles rausbekommen. Im Bildungskontext haben wir das lange nicht gemacht. Wir wussten, da kommt was, haben wir gesagt, das Digitale, haben das so ein bisschen weggegeben und haben aber gemerkt, naja, mittlerweile ist es nicht mehr aufzuhalten. Es ist einfach ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Das heißt, die Frage, die ich habe, ist jetzt gar nicht mehr, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht, sondern vielmehr, wie kann man Bildung zu 100% digitalisieren? Ich versuche jetzt mal hier ein Video abzuspielen, in der großen Hoffnung, dass Sie es auch hören können. Emma! 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 Emma. Emma. Emma! Nouveau de Treff le Maxifal? Vraiment, du l'âge. Ich hoffe, Sie konnten das Video jetzt gerade halbwegs sehen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ja, wenn man sich das Ende anschaut, eine völlig falsche Frage. Völlig falscher Zugang, Schwachsinn. Warum wollen Sie denn Bildung zu 100% digitalisieren? Das ist ja nicht der Zugang. Aber das war lange Zeit der Zugang von großen Tech-Firmen. Eines muss klar sein, neu ist nicht immer und überall besser. Man müsste das Ganze entsprechend anpassen. Ich nehme hier ein Beispiel immer gerne her als Vergleich. Sie müssen überlegen, wo ist denn neu immer und überall besser? Wenn Sie jetzt, vielleicht waren Sie mal irgendwo in Argentinien, Chile unterwegs, und wenn Sie von einer Seite auf die andere Seite wollen, dann müssen Sie über die Anden drüber. Und da haben Sie nicht überall eine ganz gute Straße. Wenn Sie jetzt darüber wollen, etwas transportieren wollen, für diesen Fall ist vermutlich dieser Muli, also eine Mischung als Esel und Pferd, die optimale Wahl. Wenn Sie jetzt aber den besten Wein Österreichs aus der Stadtgemeinde Schratenthal, also von meinem Onkel, Poyntner, Weingut Poyntner, das können Sie aufschreiben, Weingut Poyntner Schratenthal, wenn Sie die besten Wein Österreichs jetzt in die Welt transportieren wollen, dann brauchen Sie, wenn Sie das schnell machen wollen, diesen MN-Truck. Und genauso verhält sich es eigentlich mit analoger und digitaler Bildung. Es gibt Momente, da ist die analoge Bildung, das Zusammenkommen, das Zusammentreffen, das Zuhören in einem Raum, das Gestalten, das Machen viel besser geeignet, als die virtuelle Bildung, die man vielleicht in anderer Art und Weise gestalten kann. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was stört mich an klassischen Bildungssettings? Welche Nachteile bietet die rein analoge Bildungspraxis? Welche Nachteile bietet diese Bildungspraxis für den ländlichen Raum? Und die zentralste Frage überhaupt, mit der uns wir heute auch beschäftigen hier, ist, wo bringt denn diese Digitalisierung Vorteile für Bildung im ländlichen Raum? Weil eines ist klar, ob wir es ernst nehmen oder nicht, ob es sonst wurscht ist oder nicht, weil eines ist klar, Bildungsprozesse, wie wir sie kennen, die verändern sich gerade radikal. Das merken wir in allen Bereichen. Ich möchte nur ein Beispiel nehmen. Wir haben einen Kurs geschalten an der virtuellenpädagogischen Hochschule, jetzt am Ende des Lockdowns einen Kurs für Lehrerinnen und Lehrer, einen Online-Kurs freiwillig in der Ferienzeit, gamifiziert mit Microlearning-Einheiten und plötzlich 15.000 Lehrerinnen und Lehrer dabei. Das heißt, diese Digitalisierung, und davon bin ich überzeugt, ich hoffe, sie ist auch bald, das wäre die Chance für den ländlichen Raum, für die Entwicklung des ländlichen Raums. Und wichtig hier ist aber nicht nur, dass man es macht, sondern auch das Wie. Denn das Ziel darf man da nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel ist ganz klar, am Ende des Tages bessere und gewinnbringendere Lernprozesse mit hoffentlich gleichbleibenden oder vielleicht sogar noch besseren Lernergebnissen. Zum Beispiel ein chancengerechteres Leben auch am Land wäre eben ein so ein tolles Ziel, dass wir mit und durch die Digitalisierung vielleicht etwas besser oder anders schaffen können. Ich habe drei Bereiche mitgebracht, mit denen wir dann ans Ende der Präsentation kommen wollen. Das Erste ist, wir reden von Digitalisierung und jeder von Ihnen, so wie ich, hat vermutlich hier ein anderes Bild. Digitalisierung ist ja ohnehin schon ein falscher Begriff. Eigentlich müsste es ja heißen, lernen vor den Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalität. Also wie kann das eine Chance für das Land sein? Das Zweite ist, aufbauend darauf schauen wir uns an die Perspektive für das Land. Und das Dritte ist hier das Du. Also wo steigen Sie dann ein? Schauen wir uns die Trends an, starten wir mit diesen am besten. Das Erste, ja, das ist völlig klar für Sie alle. Wir haben es in vielen Bereichen schon geschafft, in vielen Noten nicht, Mobile Learning. Mobile Learning ist und bleibt der Umsatzbringer Nummer 1. Das heißt, mobiles Lernen oder Mobile Learning, Mobile Device Learning, wie es manchmal heißt, das heißt, Lernen mit und durch oder am Smartphone. Und die Erweiterung dessen, das ist ein ganz zentraler Trend, ist das Seamless Learning. Seamless Learning bewirkt ubiquitäres Lernen. Lernen immer und überall und Wang und Lewis und Forscher haben 2011 schon festgemacht, sieben Kategorien, wo Seamless Learning quasi dieses Seamless, dieses Grenzenüberschreitende, Grenzenloser wegmachen lässt und sagt, Lernen verändert sich durch die Digitalisierung enorm und der Trend des Seamless Learning. Das heißt, hier, wir brechen auf zeitliche Räume. Also keine 50 Minuten in den Händen mehr, jeder kann so lange lernen, wie er möchte. Wir brechen auf Ort, ja klar, das Internet schafft der Weiterdistanzen, so wie wir heute hier. Wir brechen auf zwischen formalen und informellen Lernen. Wir brechen auf die Methoden und so weiter. Also Seamless Learning, vor allem auch in Verbindung plötzlich mit Variables, wie diese Smartwatch, die viele tragen, ist einer der Megatrends, der auf uns zukommt oder in dem wir gerade mittendrin stehen. On-Demand Learning. Früher, ich kann mich noch erinnern, meine erste Krawatte, die ich gebunden habe, keiner zu Hause wusste eigentlich, wie man das macht. Jetzt bin ich zu meinem Nachbar gegangen, der war vertreten, der musste täglich eine Krawatte binden. Musste man warten, bis der da ist, dann hat er mir das gezeigt. Wenn Sie heute Maturantinnen und Maturanten fragen, die oftmals zu Matura das erste Mal einen Krawattenknopf binden müssen, dann sagen die, auf YouTube haben sie das gesehen. Und genauso funktioniert Lernen heute. Wir wollen nicht mehr warten, bis uns das Problem irgendwann mal gezeigt wird, die Lösung des Problems, sondern wir wollen das On-Demand sofort haben, so wie auf Netflix. Also ORF oder der Fernseher ist vorbei, wir sind heute auf Netflix On-Demand Learning. Nächste ist, ja ich weiß, der Erwin Mayer hat es auch angesprochen, die Lerntheorie ist natürlich im Behaviorismus verortet, aber wir sehen es zumindest, wir können es in den Alltag schnell und überall integrieren, das Micro-Learning. Lernen mit kleinen Häppchen ist jetzt plötzlich möglich. Wann wäre sonst ein Lehrer oder eine Lehrerin gekommen und hätte Ihnen kurz was gezeigt? Micro-Learning ist mit digitalen Einheiten möglich. Wir haben so ein Konzept kreiert, das heißt Coffee-Cup-Learning. Coffee-Cup-Learning ist Lernen immer und überall, wo man möchte. Am Smartphone kann ich Kompetenzen und das heißt, das ist ein Coffee-Cup, weil es in kleine Einheiten geteilt ist und ein Coffee-Cup dauert so lange wie eine Tasse Kaffee. Zugegebenermaßen schon eher wie ein Milchkaffee oder wie eine Melange, nicht wie ein Espresso, aber Sie können beim Coffee-Cup-Learning, jeder Mensch kann was, einfach ein kurzes Video ansehen, einen kurzen Text lesen und dann fünf, sechs Fragen beantworten. Wenn man die beantwortet hat, bekommt man eine Kaffeebohne. Nach fünf Kaffeebohnen ein automatisiertes Zertifikat. Also Micro-Learning heißt, Lernen einteilig in kleinen Einheiten, die man immer und überall konsumieren kann. Gamification ist etwas, das kennen wir auch aus den analogen Settings. Hier geht es um die Anreicherung von Lernsituationen mit spielerischen Elementen. Habe ich gerade gesagt, wir bekommen Badges, also es gibt Wohnen oder man bewegt sich hier sozusagen, indem man Punkte gewinnt, indem man Spiellevels hat und so weiter und so fort. Auch Behaviorismus. Hier Punktesystem zum Beispiel in Moodle mit dem System Level Up. Game-Based Learning heißt, Lernen durch ein Spiel im Vergleich dazu. Auch das ist ein Megatrend. Hier habe ich ein Beispiel der Firma Overs. Das ist eine Wiener Firma, ist international sehr bekannt für den spielerischen Zugang. Und die haben eine App gemacht für Geflüchtete in Deutschland, damit die einen Zugang bekommen zu pflegerischen Berufen, dass die auch unsere Werte bekommen. Das heißt, die spielen das in einer digitalen Version. Das heißt, Digital Based Learning. Augmented Reality ist ein sehr spannender Ansatz, kennen Sie vielleicht. Augmented Reality heißt so viel wie die Anreicherung von der realen Situation mit digitalen Elementen, die Verbindung des Ganzen. Vielleicht waren Sie schon mal eine Financial Life Park, der erste Bank, da ist das so. Also da können Sie das finden. Da wird Ihr Gerät mit der realen Welt verbunden und dadurch lösen sich solche Dinge. Eine asynchrone Vernetzung. Das heißt, so ähnlich wie bei WhatsApp oder bei Signet oder Telegram, Sie sind ständig in einer Kommunikation mit einer Lerngruppe. Sie müssen nicht warten, bis das das nächste Mal stattfindet. Der EB MOOC ist ja eine Erwachsene-Bildungs-MOOC. Das ist ja so ein Ding, wo das wunderbar funktioniert hat. Kollaboratives und soziales Lernen im Internet. Zum Beispiel mit Quizlet Live kann man spielerisch lernen. Learning Analytics, einer der Megatrends. Wir hinterlassen ja natürlich auch Spuren hier am Gerät. Und diese Spuren helfen uns dabei zu zeigen, wie finde ich die beste Lösung. Und führt uns zu Adaptive Learning, einer der Trends, der kommen wird erst. Adaptive Lernszenarien, das heißt, Lernen passt sich an mich und meine Person an, weil das Gerät ja alles speichert, was ich gut habe, auch was ich schlecht gemacht habe. Verbindet das mit Big Data, mit den großen Daten aller Menschen und holt dann die optimale nächste Übung, die nächste Lösung, die nächste Erklärung für mich her. Das ist Adaptive Learning. Und das ist auch wichtig, die Massifizierung von Bildung. Bildung kann man plötzlich nicht mehr für 10 Personen, sondern für Hunderte, für Tausende, für Hunderttausende zum Beispiel im Massive Open Online Kurses anbieten. Und man hat den Vorteil, diese Massifizierung geht nicht zu Kosten einer Personalisierung des Lernens. Und das ist das Tolle des Internets, beziehungsweise des Digitalen. Ich kann eine Menge schaffen und kann aber aufgrund einer Zuschneidung in Verbindung mit einer AI hier wunderbar individualisiertes Lernen schaffen. Open Educational Resources zum Abschluss, das merken wir erst im Ansatz, jetzt weltweit gesehen, dadurch haben wir endlich den Aufbruch, wenn wir offene Bildungsressourcen hier produzieren können, wir offen weiterentwickeln uns für alle da. Das heißt, wenn wir jetzt diese ganzen Trends zusammenschauen, schauen wir uns die Perspektive jetzt des Ganzen an. Neue Chancen und Möglichkeiten durch diese Trends, was bedeutet das? Erstens, Wissen ist immer und überall verfügbar. Wir haben eine Demokratisierung des Wissens durch dieses Internet. Zweitens, wir haben völlig unvorstellbare Formate und jetzt wird es auch sehr, sehr interessant, nämlich für Gemeinden in Bildungsräumen. Wir haben neue Lernerlebnisse. Erlebnisse und Zugänge für Menschen, die vielleicht bislang keinen Zugang und keinen positiv gesetzten Zugang zu Bildung an sich hatten. Und, das ist ganz spannend, und das sehen wir nämlich auch jetzt hier in der Bildungsregion, Weinviertel, Maratsberg, wir haben plötzlich neue Anbieterinnen, Anbieter am Markt. Institutionen, die man vorher vielleicht nicht mit Bildung assoziiert hat und die kommen aus dem Digitalisierungsbereich oder aus dem Echt-Termus. Was braucht es jetzt als Ganzes? Es sind vier Punkte. Erstens, Strateginnen, Strategen mit Innovationskraft und Kompass. Also, wo geht es hin, müssen die wissen. Zweitens, Infrastruktur und Workflow. Also, man braucht Räume, man braucht aber auch Infrastruktur am Land. Damit meine ich auch WLAN, Glasfaser, Geräte. Drittens, wir müssen uns überlegen, strategisch auch als ländliche Räume, woher kommt der Content, woher kommt der Inhalt, woher kommen die Angebote, also wie schaffe ich es, zum Beispiel die Montagsuniversität der Uni Carls, wie schaffe ich es, spannende Inhalte, in welcher Form man hinzubekommen. Und das Letzte, wir brauchen ein Minimum im kompletten Bildungssektor an Digitalitäts-Know-how. Digitalitäts-Know-how in Verbindung mit Evotec-Know-how. Das ist ganz wesentlich. Und diese vier Dinge sind sozusagen zirkulierend dargestellt, wenn nur dann funktioniert es. Und Sie sehen hier auch schon eine Ähnlichkeit mit der Bildungsregion beim WLAN-WLAN-Master. Strateginnen, Strategen, die mal unerschrocken rangehen, die basteln eine Infrastruktur. Die sagen, wir brauchen Bildungsräume, wir brauchen eine Finanzierung, die Bildungsräume müssen moderne Standards entsprechen, aber auch eine Infrastruktur digital. Man schaut, woher der Content kommt und baut durch laufende Seminare, wie es auch die Region macht, Know-how. Das Ganze, und das ist jetzt wirklich spannend, weil wir das jetzt sehen in der Region, wirkt auf die Politik enorm. Zu Beginn ist das sowas, wo man sagt, naja, brauchen wir das, ist nicht gescheit, wir kaufen irgendwo ein paar Pflosterstahnen und das Geld und so weiter. Und dann wirkt das Ganze plötzlich auf die Politik. Und wenn das zu Laufen beginnt, und das merken wir jetzt auch in der Region, fordert plötzlich die Politik und ermöglicht das Ganze. Das heißt, man hat dann hier ein Rad, das sich dreht und das immer wieder nach Außenenergie abgibt und von Außenenergie bekommt. Das ist sozusagen das Bild im Zusammenhang zwischen Digitalisierung, Land und die Chancen, die wir noch nie für die ländliche Entwicklung haben. Bildung wird so, wenn man das zu Ende denkt, zum Integral, seamless, nochmal, Bestandteil, also grenzloser Bestandteil, auch oder gerade für das Land. Und die Gemeinden, die Stadtgemeinden und die Gemeinden werden zum Marktplatz der Bildung und Idee. Wir haben jetzt hier, ich habe es seit ein, ein halb Jahren im Marketas, wir haben hier verunterschiedliche Dinge begonnen und durch die Initiative Wissbegierig, also die Bildungsinitiative Weinviertel-Mannesberg hat sich viel getan. Wir haben Diskussionsabende, wo wir die ganze Bevölkerung einladen mit Expertinnen und Experten, insbesondere Uniprofessorinnen und Professoren, wo am Ende dann das Ganze in eine Praxis transferiert wird durch Podiumsdiskussionen. Das nennt sich Forum Schratenthal. Es sind immer vier Abende pro Halbjahr. Da haben wir in der Regel 100 Personen in einer Stadtgemeinde mit 900 Einwohnern, die hier teilnehmen an dieser Bildungsdiskussion. Dadurch hat sich auch ein Bildungsraum geöffnet und dieser Bildungsraum wird von uns bespielt. Auf der einen Seite virtuelle Informationen Bildungsformaten. Das heißt, wir haben Schratenthal digital. Wir haben zum Teil über 1000 Zugriffe, also mehr als Einwohner und Einwohner. Und der Bildungsraum wird plötzlich interessant für das Erleben, für das Erwarten anderer Interessen und anderer Möglichkeiten, Bildung zu erleben. Ich habe hier zum Beispiel das Yoga-Angebot genommen in einer kleinen, ländlichen Gemeinde. Jetzt während Corona 28 Anmeldungen. Ich weiß, in Gemeinden rundherum haben wir zum Teil nur die Hälfte. Es hat sich in Kunstformen entwickelt, das heißt, die versuchen plötzlich hier urbane Kunst in eine Gemeinde mit 900 Einwohnern zu bringen. Das heißt, dieses Zirkulierende auf die Politik wirkende und zurück wirkt, wenn es eben diese vier Elemente gibt und hat. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, der heißt du, welche Fragen haben sie? Ich hoffe, ich konnte das jetzt nicht ganz geschafft für Punktlandung. Man hat für ein paar Minuten mehr zugesprochen, aber ich bin schon gespannt auf die Fragen, die Sie jetzt hier zu diesen Ausführungen in Bezug auf Digitalität und Land sowie Lernen haben. Das war wirklich noch einmal ein, wie soll ich sagen, ein Beweis, dass ihr unglaublich viele verborgene Schätze in der Region habt und wirklich die allerbesten Startbedingungen, die man sich nur erträumen kann. Ich fange vielleicht an persönlich mit der ersten Frage. Also ganz, ganz wunderbar. Die Dorfuni ist ja gedacht als Hybridformat. Wir sind leider viel zu wenig physisch im Moment wegen Corona, aber wir planen ja eigentlich, dass unsere Veranstaltungen wie eine Akupunkturnadel in die jeweilige Gemeinde reinstechen und genau das, was am Schluss gesagt wurde über das Forum Schattental, einen lokalen Diskussionsprozess auslösen. Da müssen die Leute natürlich aber auch präsent und zusammen sein. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das eigentlich schon viele Jahre geschafft haben. Wir haben ja in Kirchbach, in Steiermark begonnen mit der Montagsakademie und wir haben es wirklich geschafft, dort neun Jahre lang die Montagsakademie zum sozialen Event zu machen und zwar deswegen, weil man sie nachher, nach der Veranstaltung im KB5-Geller beim Führenschuss sozusagen noch einmal begegnen konnte. Also Bildung und Begegnung wirklich wortwörtlich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber was die Montagsakademie meiner Ansicht nach zu wenig hat, das ist eben diese Interaktion. Es sind akademische Inhalte und ich fand zum Beispiel diese beiden anderen Formate, die die Universität Graz entwickelt hat, nämlich Minimet und Religion am Donnerstag, die fand ich schon sehr viel aufregender und da hat sich etwas gezeigt, was vielleicht noch auch eine interessante Frage wäre, nämlich wie wichtig es ist, dass man einen lokalen Vermittler hat, der quasi eine Brücke ist, noch einmal selbst eine Brücke zwischen diesem entfernten, digital herantransportierten Wissen und der lokalen Bevölkerung. Ich habe selbst ausprobiert mit der Minimet bei mir damals noch im Hotel Karolinenhof in Jedlersee und habe mir den Apotheker von Visavi geholt und das war wirklich sehr interessant für mich zu erleben, wie durch die Präsenz eines von uns, der mit den Universitätsprofessoren auf Augenhöhe redet, plötzlich dieser Bildungsprozess eine völlig andere Qualität bekommen hat. Lustig ist auch dieses Filmdokument, was wir damals gemacht haben mit Heimo Luggan von der Interactive Videoservices der Telekom. Da haben wir die Religion am Donnerstag aufgenommen und da war der Vermittler, der zufällig aus Kirchbach stammende Pfarrer Bucher vom Wienzidorf, der hat die Religion am Donnerstag für die Bebölkerung sozusagen noch einmal diese theologische Vorlesung in Ihren Worten, in Ihrem Verständnis aufbereitet. Also ich wollte fragen, wie schaut das eigentlich in Schratental aus? Ja, also das Forum Schratental ist bislang bis auf weite Strecken eigentlich nur in der Vorbereitung und in der Nachbereitung sozusagen digital. Das Forum selbst ist bislang schon immer noch analog. Das bedeutet, wir haben es bei allen Abenden bis jetzt geschafft, obwohl das wirklich Größen sind, dass die nach Schratental kommen. Meistens ist es auch die gute Einfachung gekommen. Das heißt, wir haben die dort und es ist wirklich spürbar immer noch eine gewisse Distanz zwischen Wissenschaft, Forschung und den Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, also wie Sie sagen, Forscherinnen, Forscher und der Bevölkerung. Aber wir lösen das dadurch aus, der bringt zunächst mal knackige Inputs zu 30 bis 45 Minuten in diesem Zeitrahmen. Und dann haben wir eine Podiums Diskussion, wo der Experte dabei ist, jemand anderer, der schon in der Nähe der Region ist, als Experte, Expertin, also zum Beispiel bei wirtschaftlichen Themen schauen wir da halt, dass da jemand aus der Wirtschaftskammer ist, der auch die Bevölkerung versteht. Und dann haben wir noch zwei weitere aus direkt der Stadtgemeinde oder aus dem Umfeld, die das dann transportieren. Und dieser Shift ist auch ganz wichtig. Vielleicht dazu auch ähnliche Erfahrungen aus der WirzLNBH. Wir haben immer wieder so Public Viewings gemacht, sozusagen, also so wie beim Fußball nur halt mit Bildungsinhalten für Konferenzzimmer in Österreich. Da haben sie gerade zehn Schulen getroffen, sind an ihrem Standort gesessen mit Bier und Chips und wir haben zugeschaltet besondere, auch eher teure Vortragende und dann konnten die das am Standort mit einer Leitung also ähnlich wie sieht das jetzt gesagt der Herr Narada diskutieren und dann am Ende wieder nach oben spiegeln und das war meistens ein sehr gewinnbringender Prozess, also weg vom Experten Experten hin zur Transformation zu eignen und dann wieder raus. Kurz an den Christian Fuchs, er hat eine Frage aus YouTube. Dankeschön Franz. Und zwar hat die Frau Niedermeyer wieder die Frage gestellt zum Thema der Qualität der Bildung, also wie bei den digitalen Angeboten die Qualität der Bildung sichergestellt werden kann, weil immer angesprochen worden ist, dass digitale Anbieter auch Bildungsangebote ins Programm integrieren. Vielen Dank, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, bei der wir nämlich immer auch auseinandersetzen, und zwar nämlich neue Anbieter am Markt. Die neuen Anbieter am Markt haben ja auch irgendwelche Interessen, warum sie denn am Markt sind. Das muss man sich wirklich mal anschauen und da heißt die Frage, eine sehr berechtigte, warum gibt es neben öffentlichen Institutionen plötzlich private Institutionen, die am Markt sind. Das muss man sich schon mal kritisch anschauen und dort muss man überlegen, wie evidenzbasiert ist das, was da reinkommt. Wenn jetzt eine Universität, die bleiben in Graz, die haben ja das wunderbare Projekt iMUX zum Beispiel, wo die MOOC-Plattform, also wenn die jetzt hier sagen, sie machen Kurse, sie erstellen Kurse, sie bringen Kurse rein, gehen wir davon aus, dass die Qualität passend ist, weil man immer auf Universität evidenzbasiert arbeitet. Bei privaten Anbietern ist genau das eben das Problem, das man hinterfragen muss, was ist die Motivation, was steckt dahinter, warum machen die denn das. Von der Wirz-NBH kann ich nur sagen, wir haben das sehr, sehr engmaschig sogar, weil wir leben quasi von der Qualität, wenn die Qualität schlecht ist, gibt es uns nicht, weil da gibt es die Finanzierung durchs Ministerium nicht mehr, weil da gehen die Lehrerinnen und Lehrer nicht in den virtuellen Raum, sondern woanders hin. Wir machen hier die Sicherung sozusagen durch eine sehr, sehr engmaschige Qualitätskontrolle jeder der 40.000 Lehrerinnen und Lehrer in der Lernumgebung, also erstens, die sind alle mal freiwillig da, das heißt, jeder Dritte in Österreich lebende Lehrer lehren, bildet sich laufend schon seit acht Jahren virtuell fort, weil ich immer so schlecht gesprochen will über diese Zielgruppe und das Zweite ist, bevor die das Teilnahmezertifikat bekommen, müssen die den Evaluierungsfragebogen ausfüllen. Das war unser Zugang, um zu schauen, passt das Angebot, wobei man wirklich kritisch sein muss, die neuen Anbieter am Markt und das ist ja auch sogar die Message, heißt auch, Moment, wenn es neue Anbieter gibt und wir bewegen uns im klassischen System nicht dorthin, dann werden wir manche Zielgruppen auf diesen neuen Markt verlieren und das ist, glaube ich, nicht im Sinne einer Bildung aus humanistischer Sicht, wie ich das vorher auch schon gehört habe in der Beitragsdiskussion. zu finden, wer ein gutes Angebot macht, wo vielleicht eine Community dahinter ist, die sich eine Plattform geschaffen hat oder ein kommerzielles Interesse oder eine öffentliche Stelle oder eine wissenschaftliche Stelle. Ich kenne das selber nur aus dem wissenschaftlichen Bereich, ich bin herausgeber in der Zeitschrift und da ist auch genau dieselbe Entwicklung. Es gibt sehr viele Open Access Journals, die garantieren, dass innerhalb von drei Wochen fünf Reviews gemacht werden, was dann heißt, dass irgendwelche Leute einen Hacker machen und sagen, nein, das ist ganz obskur, das werfen wir weg, aber die wollen möglichst viele Artikel publizieren, während gute Fachzeitschriften natürlich Zeit brauchen, langsamer sind, aber eine Qualitätskontrolle haben und das ist sicher mit den öffentlichen Medien und bei den Redaktionen genauso. Also da muss man schon auch den Optimismus, den ich heraushöre und den ich auch teile eigentlich, aber auch mit einer gewissen Skepsis noch bahn, dass man sich nicht zu sehr darauf verlasst, dass alles, was man findet und wo man sich so schnell verleiten lässt, auch gute Qualität ist und brauchbar ist. Ich glaube, das war jetzt ein Kommentar, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht extra noch beantworten. Gibt es in Graz noch Fragen? Ich gehe jetzt kurz zu ihr und übergebe das Mikrofon. Also ich hätte eine Frage, die sich darauf bezieht, inwieweit eine Digitalisierung im Bildungssystem das Bildungssystem möglicherweise noch einmal ein Stück weit ungerechter im Sinne von Zugänglichkeit macht. Also wir wissen heute schon, dass der Bildungsstatus von Menschen in Österreich sehr stark von ihrem sozialen Kontext abhängt. Und ich frage mich jetzt natürlich, wenn man den Wunsch hat, Bildung zu 100% zu digitalisieren, gleichzeitig aber nach wie vor ein massives Defizit im formalen Bildungssystem in Bezug auf digitale oder technische Kompetenz, Lernen dieser Kompetenz gegeben ist, was bedeutet es dann für die Bevölkerung insbesondere für tendenziell benachteiligte Bevölkerungsgruppen? Besteht da nicht ein Stück weit die Gefahr, dass die Luft noch einmal ein Stück zunimmt? Also meine Frage wäre jetzt an Herrn Schmidt, was so seine Idee dazu wäre, wie kann man gleichzeitig digitale Kompetenz forcieren bei gleichzeitigem zunehmenden Angebot an digitaler Bildung? und da fällt mir jetzt gerade noch was ein zu dem, was wir vorher diskutiert haben, also wenn wir über Smart Villages sprechen, sprechen wir nicht nur über smarte Technologien, sondern auch über smarte Formen der Nutzung. Das heißt, wir brauchen da wirklich, ich sehe bei den Lernenden die Notwendigkeit, dass man neue Formen der Kompetenz gewährleistet und das quer durch die Bevölkerung. Bitte um Antwort. Das war die einzige Frage bei uns. Danke sehr für die Frage. Es waren mehrere Fragen. Ich habe versucht, die mitzuschreiben und hoffe, ich kann sie beantworten. Auf der einen Seite ein Thema, das man persönlich auch sehr trifft, nicht nur als Bürgermeister, wo man ja für alle zuständig ist und auch für ein gutes, homogenes, soziales oder heterogenes, aber zumindest für ein gutes soziales Zusammenleben, genau auf das ich achten muss. Accessibility war der erste Punkt, aber auch aus meinem zweiten Hintergrund, mein erstes Studium, das ich abgeschlossen habe, ich bin Sozialarbeiter, also zwei Studien gemacht, der erste ist im sozialen Bereich, ich bin Sozialarbeiter und das zweite ist, ich habe mich mit Informationstechnologie beschäftigt und war auch Schuldnerberater und kann das in vielen Bereichen nachvollziehen, vor allem die Angst, die dahinter steckt oder zumindest diese Herausforderung. Da bin ich ganz bei Ihnen. Accessibility, nehmen wir das mal her, was Sie sagen, ja, ist eine Herausforderung, wie kann das formale Schulsystem darauf reagieren? Da habe ich jetzt eine einfache Antwort, ich mache es mir jetzt ein bisschen leicht, weil ich selbst im Acht-Punkte-Plan des Bundesministeriums für Bildungswissenschaften und Forschung Mitarbeitern, den Sie vielleicht kennen, Sie können ihn auch auf der Webseite des BNBWFs ansehen. Hier ist ein Punkt ganz klar, man hat jetzt darauf reagiert. Während dem Lockdown ist man draufgekommen, okay, da gab es die Studie von Teach vor Austria, 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler kann man nicht erreichen in Österreich. War vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es gibt eine wirklich zumindest nennenswerte Größe an Schülerinnen und Schüler, die haben wir nicht erreicht zu Beginns Lockdowns. Dann haben wir die über Leihgeräten oder jetzt sogar übertragenen Geräten, also übertragen nicht im Sinne von Gebraucht, sondern wir konnten die Geräte übertragen, hier hereinholen können und sind draufgekommen, okay, es gibt offensichtlich Menschen, die leben in einem sozialen Kontext, da ist es nicht selbstverständlich und das sind viel mehr, als man immer gedacht hat, dass im Hintergrund, im Backend würde man sagen, als Informatiker hier wirklich für jede Person ein digitales Endgerät zu verfolgen steht. Wir haben hier das eine Maßnahmen-Acht-Punkte-Plan jetzt ja mit Beginnend mit dem Schuljahr 2021-22 One Laptop per Child in Österreich eingeführt sozusagen. Man kennt die Initiative aus Peru, glaube ich, war die, und jetzt füllen wir die ein mit dem nächsten Jahr, das heißt, ab dem nächsten Schuljahr bekommt jedes Kind nächstes Jahr in der fünften und sechsten und das Jahr darauf jedes Kind in der fünften Schulstufe ein Gerät, wenn die Schule mitmacht bei einem Gesamtprojekt. Dieses Gerät ist kostenlos mit einem Selbstbehalt von 25%, die wird dann irgendwo so sein bei 100 Euro nämlich an bei einem Tablet. Und hier haben wir auch soziale Mechanismen eingebaut, also für Menschen, für die selbst das zu unfinanzierbar ist. Dadurch versuchen wir die Accessibility hierbei für die Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten jetzt aus dem Kontext heraus erzählt. Sie haben dann noch gesagt, interessant wäre es eigentlich digitale Bildung über digitale Medien zu schaffen. Auch hier gibt es ganz, ganz tolle, super Entwicklungen und ich habe erst gestern mit zwei Schweizer Wissenschaftlern aus der PH St. Gallen skypen dürfen, die ja immer auf Österreich ein bisschen mit Neid schauen, darf ich jetzt schon sagen. Und wir haben nämlich zwei Dinge hier gerade, die super gehen. Das eine ist, die flächendeckende Ausrollung der verbindlichen Übung Digitale Grundbildung in Österreich. Das heißt, jedes Kind in Österreich in Zukunft wird in der Sekundarstufe 1 entweder Fächerintegrativ oder in einem eigenen Fach oder in einer Mischform zwei bis vier Wochenstunden sich nur mit dem Thema Digitale Grundbildung auseinandersetzen. Es hat vier verschiedene Felder, acht Kompetenzbereiche, wo man eben genau dieses Leben in einer Gesellschaft die im Rahmen der Digitalität sich verändert hat, bewegt, lernt. Und das Zweite ist, wie lerne ich mit digitalen Medien und durch digitale Medien? Auch hier gibt es tolle Entwicklungen. Natürlich haben wir in dem Gesamtkontext hier versucht, auch mit Blick auf lebenslanges Lernen, eine Schulungsinitiative und eine Schulentwicklungsinitiative gemeinsam verorten, so dass jede Lehrperson in Zukunft es auch schafft, digitale Bildungsangebote sozusagen anzubieten. Ich hoffe, wir konnten jetzt die vielen Fragen in dieser Kürze irgendwie beantworten. Wenn nicht, fragen Sie einfach nach. Die Nachfragen werden wir irgendwie ein bisschen vertagen. Wir haben unsere Zeit wieder ein bisschen überzogen. Gott sei Dank haben wir eine Pause, von der wir etwas abknapsen können. Wir gehen jetzt in die Pause. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diesen wunderbaren Vortrag, der das Bild der Bildungsregion abgerundet und viele Perspektiven für die Dorf-Uni aufgezeigt hat. Und wir machen weiter um 16.05 Uhr. Dann übernimmt Christine Berndaler in Graz. Aber der Vortrag kommt aus Obermarkersdorf. Klaus Dien wird uns in die Geschichte noch einmal zurückführen der lernenden Regionen, weil wir auch aus der Geschichte jede Menge Lessons learned haben. Dankeschön und wir gehen in die Pause. Liebe Zuhörerinnen online und an unseren Standorten in Graz und Obergrafendorf, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Nachmittagsblog zum Thema Bildung und Regionalentwicklung bei unserer Konferenz der Dorf-Uni. Mein Name ist Christine Berndaler. Ich habe in diesem Saal im letzten Jahrtausend meine erste Vorlesung besuchen dürfen, bin dann von hier in den Nachbarsaal gewechselt zur Geografie. Ich bin Diplom-Geografin und bin mit Leidenschaft seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, auch in der Regionalentwicklung tätig. Habe auch die lernenden Regionen seitens von der praktischen Seite mich damit sehr intensiv befasst. Ja, ich möchte, wir haben jetzt in den letzten Vorträgen von der Renate Miele, von der Barbara Stumlechner und dem Erwin Mayer einiges über lernende Regionen erfahren. Wir haben ein spannendes Projekt gesehen, die wissbegierige Region. Wir haben einiges Online-Medien für lernende Gemeinden. Interessanter Vortrag mit interessanten Perspektiven vom Stefan Schmid gehört, der auch Fragen aufwirft. Und das Programm der lernenden Regionen war ein bisschen ein Startschuss auch für verschiedenste Aktivitäten in unseren Liederregionen in Österreich. Die Liederregion Weinviertel-Mann-Hartsberg war ja auch Teil des Programms, bei dem es darum ging, Lernen in der Region strategisch zu verankern und Netzwerke zu bilden mit den Regionen, mit Gemeinden, mit Bildungseinrichtungen. Ich freue mich jetzt besonders, dass ich den Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung, den Klaus Thien, begrüßen darf, der jetzt live aus Obergrafendorf bei uns anwesend ist. Er hat federführend, war ja zuständig für die Abwicklung des Programms Lernende Regionen, das damals vom damaligen Lebensministerium gefördert und finanziert wurde. Er hat zahlreiche dieser Aktivitäten verfolgt, unterstützt und auch koordiniert. Wir beide waren in dieser Zeit auch Wegbegleiterinnen, du als Koordinator auf Bundesebene und ich mehr in der Praxis, lieber Klaus. Ich begrüße dich sehr herzlich und bitte dich uns über das Programm und die Lessons Learned aus diesem Programm zu berichten. Ich möchte vielleicht zu Beginn ein bisschen was erzählen, wie das Ganze zu Stand wie schon gesagt aus dem Bereich Hintergrund heraus habe ich mich mit dem damaligen Leiter vom Regionalmanagement Österreich, mit dem Karl Weckler und mit dem Geschäftsführer der Niederösterreich Netzwerkstelle Louis Fiedl-Schuster zusammengesetzt und wir haben überlegt wie wir diese zwei Bereiche Erwachsenenbildung und Regionalentwicklung sinnvoll verbinden könnten und welche Aktivitäten wir in diesem Zusammenhang setzen könnten. Und wir haben damals, das war im Jahr 2005 gesagt, das wäre ein guter damals das nicht scharf zu diesen drei Bereiche und zwei vor meiner Tagung und die Tagung war mehr als 300 Teile in der Landau in der in der Landau und es war vor allem auch deshalb ein großer Erfolg weil wir die Akteure von Erwachsenenbildung und Regionalentwicklung jeweils pro Region an einen Tisch im wahrsten Sinn des Wortes zusammensetzen konnten die haben sich in den allermeisten Fällen bis dahin nicht gekannt obwohl sie jeweils aus derselben Region gestanden hatten und haben gemerkt dass es da gegenseitig große Interessen und Bedarfe gibt aber es gab auch einen virtuellen Regionstisch richtig und an diesem virtuellen Regionstisch bist damals schon du da gesessen Frank und es war damals auch der damalige Minister Bröll anwesend und es hat sich dann eine Art Window of Opportunity ergeben nämlich dass das Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums das in sieben Jahresschritten abläuft neu zu planen war zum damaligen Zeitpunkt das heißt die Programm Berniode 2007 bis 2013 ist kurz bevorgestanden und der Leiter der Abteilung für Erwachsenenbildung und Schule im Lebensministerium ist dann an uns herangetreten und wir haben gemeinsam die Grundzüge eines Förderprogramms im Rahmen dieses größeren Programms für ländliche Entwicklung den Namen Lernen der Regionen gegeben ein Förderprogramm im Bereich des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums ich darf auch kurz erwähnen dass diese Verbindung von Regionalentwicklung und Bildung schon seit langen Vorläufer hatte in Österreich der Franz hat einen davon in Niederösterreich kurz erwähnt es gab aber schon in den 70er Jahren einen prominenten Vorläufer das war die sogenannte eigenständige Regionalentwicklung in Niederösterreich ein geläufiger Name da ist Toni Rohrmoser wo schon diese Grundidee nämlich die Region sozusagen bottom up zu entwickeln auch unter Einbezug des Bildungsbereichs erstmals aufgegriffen wurde es gab zwischendurch immer wieder neue Ansätze was halt auch gefällt hat in den meisten Fällen war die finanzielle Unterfütterung und wir haben uns damals erhofft dass mit diesem Programm eine solche Unterfütterung gegeben sein wird so weit einmal zur Einführung kann man die Präsentation sehen darf ich kurz nachfragen die Powerpoint Präsentation ist die sichtbar für die Teilnehmenden ich sehe sie sehr gut ja aber auch in Graz zum Beispiel ja das ist das für ihn ok passt ja lernende Regionen was ist der Hintergrund es gibt verschiedene Ansätze für die lernenden Regionen eins habe ich schon erwähnt ist die eigenständige Regionalentwicklung anderes ist das Theorem der lernenden Organisation oder auch der Diskurs zum lebenslangen Lernen der damals vor ungefähr 10-15 Jahren erstmals massiver aufgekommen ist in der Zwischenzeit gibt es ja eine eigene Programmatik für lebenslanges Lernen eine Strategie des lebenslangen Lernens in Österreich wo bestimmte Schwerpunkte und Zielsetzungen festgesetzt sind also zum Beispiel die Frage wie kann man Lernende besser erreichen wie kann man Bildungsbenachteiligte stärker involvieren in Lernprozesse und 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 diese Strategie kann auch auf der Seite des Bildungsministeriums heruntergeladen werden ja also es gibt verschiedene wie gesagt verschiedene theoretische Hintergründe es gibt auch Vorerfahrungen oder gab es auch schon zum damaligen Zeitpunkt aus anderen Ländern zum Beispiel in Deutschland gab es bereits ein Programm für lernende Regionen was sind jetzt die Funktionen der Region in Bezug auf die Thematik von Bildung und Lernen also sozusagen was sind die Benefits eines regionalen Zugangs wie besonders Lernfreundlichkeit gestaltet werden kann die Region kann sie kann naturgemäß das Lernen den Lernenden räumlich näher bringen weil natürlich sobald es Überlegungen gibt wie kann ich im Sinne von Aufsuchen der Bildungsarbeit möglichst Angebote möglichst nahe an die Beteiligten bringen da ist ein geografischer Ansatz hilfreich die Region kann aber vor allem spezifische Antworten geben was heißt das das heißt dass Bildungsbedarfe Lernbedarfe ja nicht einheitlich sind sondern dass sich da noch je nach regionalen Erfordernissen ganz unterschiedliche Bedarfe ergeben können weil zum Beispiel die wirtschaftlichen Notwendigkeiten in der einen Region andere sind als in der anderen Region die Region kann Beteiligungschancen eröffnen weil es natürlich dann wenn es zum Beispiel um das Design von Bildungsprogrammen geht von einzelnen Anbietern die die Nachfragenden selbst also sprich die Bewohnerinnen und Bewohner sich mit beteiligen können und artikulieren können woran sie überhaupt Lerninteressen haben und nicht zuletzt die Region kann als Ganze lernen wie wir damals gesagt haben das heißt nicht nur das Lernen der einzelnen Bewohnerinnen des einzelnen Bewohners sondern dass über diese Beteiligungsprozesse auch an der regionalen Identität und den Entwicklungserfordernissen der Region als solcher gearbeitet werden kann und die Bevölkerung dabei Open Up beteiligt ist Dementsprechend können wir unterscheiden wer lernt überhaupt in einer lernenden Region also wer sind die Bildungssubjekte das sind einmal sozusagen an der Basis die einzelnen Lernenden also sprich die Bewohnerinnen der Region indem sie an Bildungsangeboten an Bildungsprozessen beteiligt werden sowohl was jetzt berufliche Aus- und Weiterbildung angeht aber auch Angebote der allgemeinen Erwachsenenbildung zum Beispiel aber es lernt nicht nur der einzelne in der Region die einzelne in der Region sondern wenn wir zum Beispiel von einem Netzwerk ausgehen von Einrichtungen die in der Region beteiligt sind dann gibt es dann gibt es auch sowas wie ein organisationales Lernen also die einzelnen Einrichtungen vor allem zwischen den Bereichen also zum Beispiel Bildungsbereich Wirtschaft Regionalentwicklung lernen durchaus voneinander wie sie bestimmte Probleme lösen können welche unterschiedlichen Herangehensweisen es gibt und wie es schon erklärt wir können auch so etwas wie den Lernprozess der Region als Ganzer beschreiben das heißt die Region lernt ihre Chancen und Risken ihre Möglichkeiten und Bedürfnisse besser kennen indem sie die Bevölkerung einbindet und entsprechende Entwicklungsprozesse durchmacht Wie haben wir nun in diesem Förderprogramm Lernende Regionen den Prozess aufgesetzt dazu noch einmal in Erinnerung zu rufen Lernende Regionen war eben eine Maßnahme im Rahmen des Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums im Jahr 2007 bis 13 tatsächlich von der Förderlogik her war aber der Förderzeitraum 2009 bis 15 und aus dem wird schon transparent eine gewisse Uneigentlichkeit des Ganzen weil normalerweise würde man erwarten dass ein Bildungsförderprogramm vom Bildungsressort entwickelt wird in dem Fall war es aber das Lebensministerium oder man kann eigentlich sagen das langjährige Landwirtschaftsministerium das für die Entwicklung des ländlichen Raums zuständig ist man muss aber dazu sagen dass dieses Förderprogramm in erster Linie ein Förderprogramm für die Landwirtschaft ist also der allergrößte Teil der Mittel geht in die Landwirtschaft und es gibt aber eben Sonderbereiche wie zum Beispiel Liederauf das komme ich dann noch die da eine eigene Rolle über die Landwirtschaft hinausgehend spielen was waren nun die Ziele des Förderprogramms Lernen der Regionen also einmal das Thema Lernen in der Region strategisch verankern und dabei liegt das Schwergewicht jetzt auf dem Begriff strategisch das heißt dass nicht einfach zufällig irgendwelche Bildungsangebote lanciert werden sondern dass man sich Gedanken macht was sind die Möglichkeiten der Region die speziellen Chancen und was sind aber auch die Defizite und Erfordernisse und Herausforderungen der Region wo es auch spezielle Bedarfe gibt wenn ich sage Möglichkeiten dann heißt es zum Beispiel auch welche Möglichkeiten sind von Anbieterseite überhaupt gegeben welche Einrichtungen gibt es gibt es vielleicht Fachhochschulen gibt es ein breites Angebot an Weiterbildungs Erwachsenen Bildungseinrichtungen das ist alles in diese strategischen Überlegungen mit einzubeziehen Ein weiteres Hauptziel war gemeinsam und gemeinsam heißt in diesem Fall gemeinsam im Netzwerk ich komme da noch drauf wer die Partner Partnerinnen in den Netzwerken waren spannende Bildungsprojekte in Klammern Leuchttürme zu entwickeln und umzusetzen Leuchttürme heißt in dem Fall eben besonders interessante Projekte die nicht schon alltäglich sind also es sollte sozusagen nicht der 105. Sprachkurs und der 120. EDV-Kurs da entwickelt werden sondern einfach innovative neue Projekte die Vorbildcharakter haben ein ganz wichtiges Ziel der Lernenden Region und da kann ich rückverweisen auf den Vortrag vorhin ist das Thema gewesen das Bewusstsein für Lernen in der Bevölkerung zu heben warum der Rückgriff auf die vorherige Präsentation ein Lernfest ist zum Beispiel so ein ganz prototypisches Ereignis um das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Lernens darzustellen und auch die Bevölkerung dazu zu mobilisieren und zu aktivieren und im Sinne des Lernens der Region als Ganzer ist eben das wichtige Ziel nicht nur den Bildungsbereich und sozusagen die Bildungsaktivitäten Lernaktivitäten der Bevölkerung damit zu stärken sondern auf diesem Umweg die Region als Ganzes zu stärken und zukunftsfähig zu machen Wir haben nun drei Phasen in der Entwicklung einer lernenden Region vom Programm her unterschieden Die erste Phase die Netzwerkbildung Netzwerkbildung hat geheißen dass sich Akteure rund um das Thema Bildung Ausbildung Qualifizierung Lernen in der Region zusammenschließen zu einem Netzwerk Wer diese Akteure dann waren darauf komme ich noch Und was war nun die Aufgabe dieses gebildeten Netzwerks Die allererste Aufgabe sollte sein die Entwicklung einer lernenden Region Strategie im Sinne dessen was ich vorhin gesagt habe nämlich das Thema Lernen und Bildung strategisch anzugehen Also was sind die Chancen Risiken was sind die Bedarfe und Möglichkeiten Und sobald diese Strategie erstellt war vom Netzwerk ging es dann im letzten Schritt darum die Strategie auch umzusetzen das heißt spannende Bildungsprojekte im Sinne dieser Leuchtturprojekte auch auszuführen Und dafür hat das Programm Lernende Regionen eine finanzielle Grundlage dargestellt Wer waren nun Netzwerkpartnerinnen der lernenden Region zu aller vorderst Bildungseinrichtungen das konnten sein natürlich Einrichtungen der Erwachsenenbildung Weiterbildung aber auch Schulen also das ganze Spektrum Dann Regionalentwicklungseinrichtungen Österreich hat ja ein ausgezeichnetes System an Regionalentwicklungsebenen möchte ich sagen also es gibt ja nicht nur die Liederregionen die bereits angesprochen wurden sondern auch die Regionalmanagements es gibt Dorferneuerung es gibt auch themenbezogene Regionalentwicklungsstrukturen zum Beispiel also gerade in Niederösterreich die Kulturvernetzung zum Beispiel im Bereich Kultur oder Umweltentwicklungseinrichtungen und so weiter dann Sozialpartner AMS Beschäftigungsinitiativen sollten Partner sein Klein- und Mittelbetriebe wären sehr wünschenswert gewesen kann ich aber gleich dazu sagen dass von dieser Seite die Beteiligung sehr gering war aber auch die ganze Vereinslandschaft die ja gerade im ländlichen Raum sehr ausgeprägt ist also Vereine und NGOs aus dem Umwelttourismus Sozialgesundheitssport ETC-Bereich und als letzte Kategorie zu nennen interessierte Einzelpersonen die sich auch durchaus in den Netzwerken gefunden haben so hier sehen Sie nun eine Karte der lernenden Regionen in ihrem Maximalzustand wir hatten ich glaube wenn ich mich richtig erinnere 38 Regionen über ganz Österreich verteilt das Ausmaß der Partizipation war Bundesländer abhängig das hat seinen Hintergrund in der Förderkonstruktion gehabt die Fördergenehmigung war nämlich Sache der zuständigen Abteilungen der einzelnen Bundesländer und hat sich von Bundesland zu Bundesland unterschieden Ich kann auch gleich dazu sagen dass die Intensität in welchem Ausmaß in den einzelnen Regionen gearbeitet wurde sehr unterschiedlich war also es hat einerseits durchaus Regionen gegeben wo das Niveau der Betätigung eher sehr gering war also ich möchte jetzt nicht den Begriff Karteileichen gebrauchen und andererseits eine große Zahl von wirklich sehr engagierten und aktiven Regionen und die Besonderheit der lernenden Regionen war nun dass sie von ihrer Flächenerstreckung und auch von der organisatorischen Struktur her an die bereits bestehende Regionalentwicklungsformation LIDA angekoppelt waren weil es hätte einfach wenig Sinn gehabt sozusagen völlig neue Ebenen der regionalen Entwicklung zu konstruieren wenn bereits eine funktionierende bestehende Regionalmanagement Ebene in Form der LIDA Managements eben vorhanden war das heißt wir haben sozusagen den LIDA Regionen gegeben die Möglichkeit gegeben an zusätzliche Mittel zu kommen und zusätzliche Projekte umzusetzen indem sie den Fördertopf der lernenden Regionen anzapfen konnten das ist nur eine Unterscheidung um besser die Regionsgrenzen sichtbar zu machen so hier sehen sie eine Grafik die auf der Basis von 99 Projekten zum damaligen Zeitpunkt der Erhebung die Themen sichtbar machen um die sich die einzelnen Projekte gedreht haben N ist 99 ist in dem Fall irreführend es wurden tatsächlich auf Basis des Förderprogramms österreichweit 150 Projekte umgesetzt es waren aber in Summe mehr Projekte weil einzelne lernende Regionen auch andere Fördertöpfe angezapft haben teilweise wurden auch Fördertöpfe für einzelne Projekte kombiniert und da sehen Sie ganz große Bedeutung hatte das Thema regionales Wissen regionale Identität Bildungsmarketing war ein wichtiges Thema Bildungsübergänge Gewerbe und 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 ich glaube Sie werden ja die Folien dann auch zum Download selber noch genauer ansehen können jetzt möchte ich einige Projektbeispiele bringen ein wirkliches Vorzeigeprojekt war das Projekt regional interkulturell und kompetent aus Oberösterreich und zwar in mehrfacher Hinsicht Vorzeige Beispiel das Thema Interkulturalität ich sage dazu das war noch vor der Flüchtlingskrise wurde in diesem Fall von mehreren in einem kooperativen Projekt von mehreren Regionen aufgegriffen gleichzeitig und auch unter der Beteiligung von zahlreichen Netzwerk Partnerinnen die weiter über den Bildungsbereich hinaus gegangen sind also da war zum Beispiel die Caritas dabei da waren bestimmte Migrationsvereine dabei und so weiter das Ziel war sowohl Migrantinnen anzusprechen mit bestimmten Angeboten aber auch die nicht migrantische Bevölkerung und mit dem Projekt Begegnungsorte und Begegnungsräume zu schaffen für interkulturelle Begegnungen ein Projekt ein Vorzeigeprojekt aus dem Bereich Gesundheitsbildung auch aus dem Weinviertel allerdings aus dem östlicheren Weinviertel Region Weinviertel Ost war rundum gesund im Weinviertel eine Region lernt gesund zu sein wo auf verschiedenen Ebenen und mit dem Versuch verschiedene Zielgruppen anzusprechen von der Gesamtbevölkerung hin bis zu einzelnen Professionistengruppen Gesundheitsbildungsangebote lanciert wurden da ist dazu zu sagen im Sinne der Regionsanalyse dass in dieser Region Weinviertel Ost sich mehrere große Gesundheitsanbieter Kuranstalten und so weiter befinden und das Projekt auch das Ziel hatte eines Brückenschlages dieser Anbieter zur Gesamtbevölkerung ein Projekt das mir ein Teilprojekt das mir da zum Beispiel einfällt war dass man für heurigen Wirte einen Kurs angeboten hat gesünderes Essen beim Heurigen anzubieten ein Projekt aus Kärnten wo es darum ging und zwar aus der Region Hermagor naturwissenschaftliches Wissen quer durch alle Altersstufen zu vermitteln da möchte ich neben dem dass es da eben angefangen von Kindergarten bis zu Senioren zum Thema Naturwissenschaft Angebote gab haben die auch bestimmte Marketingstrategie entwickelt die sehen Sie links unten nämlich Bildungsbotschafterinnen zu nominieren ok das ist schon knapp sehe ich gerade eine Meldung das waren bekannte Persönlichkeiten aus der Region die Testimonials entwickelt haben dann Thema regionales Wissen im Web 2.0 zu kennen Sie diese verschiedenen Wikis ich springe da jetzt drüber Entwicklung von Persönlichkeitskompetenzen bei jugendlichen Zielgruppen spezifische Angebote Sie können sich das übrigens wenn Sie lernende Regionen googeln dann kommen Sie auf das Archiv und da können Sie sich durch die 150 Projekte durchscrollen so und jetzt komme ich zu den eigentlichen Lessons learned ich werde ein bisschen überziehen aber nur geringfügig was waren jetzt Effekte also einmal positive Effekte wie schon gesagt Lernen und Bildung wurden strategisch in der Regionalentwicklung verankert das war bisher nicht der Fall also die gezielte Analyse regionaler Stärkenschwächen und bedarf hinsichtlich Bildung dann positiver Effekt Bildung bekommt durch Marketing und innovative Projekte eine positive Konnotation Neues wurde ausprobiert dann diese die was Sie da an einzelnen Aussagen zu sehen bekommen beruht übrigens auf Befragungen die wir durchgeführt haben in den lernenden Regionen von den beteiligten Netzwerkpartnern dann positiv bewertet wurden vor allem auch anbieter übergreifende Schnittstellen und Kooperationen die entstanden sind in den Netzwerken Vorteile der Kooperation werden für die Akteure sichtbar und was besonders geschätzt wurde da sich das Leader Management des Themas angenommen hat ist so etwas wie eine regionale Anlaufstelle entstanden zur Thematik Bildung in der Region und es konnten auch neue Akteurinnen zur Mitarbeit in der Regionalentwicklung motiviert werden und jetzt komme ich zu den eigentlichen Lessons learned was wir leider gesehen haben ist das Commitment der konkreten Förderabwickler teilweise unzureichend gewesen das ist daran gelegen dass die Fördermaßnahme eigentlich von Bundesseite entwickelt wurde aber die eigentliche Förderabwicklung auf Seiten der Bundesländer gelegen ist und da sozusagen die Abstimmung nicht immer 100% zureichend war was wir sehen konnten ist dass die großen Netzwerke wie sie vielfach zu Beginn in Auftaktveranstaltungen initiiert wurden die sind vielfach zerfallen und stattdessen haben sich eher kleine Steuerungsgruppen von drei bis sieben Personen bewährt und haben durchgehalten das ist vor allem daran gelegen wenn die Beteiligten keinen unmittelbaren Erfolg gesehen haben oder Erfolgsmöglichkeiten die Netzwerkerfahrungen wurden häufig positiv beschrieben vor allem dass neue Kontakte geschlossen wurden und gemeinsam etwas auf den Weg gebracht wurde die Zusammenarbeit Regionalentwicklung Erwachsenenbildung hat sich als gegenseitig befruchtender Wesen anfangs haben wir aber häufig großes Misstrauen festgestellt also zum Beispiel hat die Erwachsenenbildung Entschuldigung die Erwachsenenbildung hat befürchtet anfänglich dass die Leader Managements ihnen Konkurrenz machen könnten indem sie selbst quasi zu Bildungsanbietern werden was dann natürlich nicht der Fall war was wir auch gesehen haben die regionalen Strategien sofern welche vorhanden wurden dann tatsächlich wenig gelebt aber es hat sich schon gezeigt dass so etwas wie ein roter Faden sich durchaus sinnvoll erwiesen hat ein roter Faden der Bildungsstrategie in der Region aber diese umfangreichen regionalen Strategien waren eben einfach zu umfangreich und besser wären da abgespeckte Versionen gewesen und die Beteiligung der Erwachsenen Bildung zum Beispiel das heißt vielfach davon abgehangen von persönlichen Kontakten oder wie jemand dazu hingefunden hat wenn die Erwartungen anfänglich sehr hoch waren konnten diese dann teilweise auch nicht befriedigt werden vor allem weil die Förderkulisse hat auch manchmal eine Barriere für die Beteiligung dargestellt hat da haben wir gesehen dass vielfach die Erwachsenen Bildungseinrichtungen sehr unerfahren waren in der Drittmittel Akquisition und dann sich das als Barriere dargestellt hat ein ganz wichtiger Punkt die Rolle des Kümmerers oder der Kümmererin die ist vielleicht das wichtigste im ganzen überhaupt und da hat sich aber gezeigt dass die Leader Manager Managerinnen sich in dieser Rolle sehr bewährt haben und von dieser Kümmerer Funktion ist tatsächlich der Erfolg des Ganzen abgehangen die Erschließung neuer Themen Formate Zielgruppen und Schnittstellen wurde im Allgemeinen als bereichernd erlebt und was ein eigentlich oft verdrängtes Thema war das war das Thema Konkurrenz versus Kooperation in der Region das ist oft so unausgesprochen und da herrscht eben gegenseitiges Misstrauen und wir haben aber dann gesehen dass sich das anfängliche Misstrauen aufgelöst hat ja und last but not least durch das Programm wurde das Bewusstsein bei den Bildungsanbietern für die Region als Handlungsraum und für das Thema regionale Identität insgesamt gestärkt und entwickelt was wir aber vermisst haben ist es hat eigentlich so etwas wie eine Diskussion darüber was kann die Region sein oder wie groß soll sie sein die wurde in den allerseltensten Fällen geführt zusammenfassend möchte ich sagen das Programm war denke ich schon eine Bereicherung ein Impuls in Richtung der Vernetzung von Regionalentwicklung und Bildungsbereich aber es hat sich dann doch erwiesen dass vor allem in der Förderabwicklung man gewisse Dinge hätte besser machen können vielen Dank einmal vielen Dank lieber Klaus das war eine spannende Österreichreise durch die Lernenregionen und interessante und ehrliche Erkenntnisse ich denke mir eine wichtige Basisinitiative auch für weitere Bildungs Initiativen zum Thema Bildung und Regionalentwicklung beschlossen dass wir alle einen Fragen zum Schluss der nächsten Vorträge machen werden daher möchte ich Sie bitten Ihre Fragen zu notieren beziehungsweise Sie dann zum Schluss zu stellen als nächstes möchte ich Ihnen ein Aritekten paar vorstellen und zwar dass gerade eine sehr spannende Initiative auf die Weine gestellt hat die die ländlichen Regionen auf englisch Rural Regions stärken möchte Elisabeth Leitner aus Graz ist Lehrgangsleiterin im Bereich Architektur von der Epa Kärnten und ihr Lebenspartner Roland Kober der gewürdige Kärntner ist Gründer vom Verein Land Luft der Baukultur in ländlichen Räumen fördert und Geschäftsführer von Monk Konform ist mit Erasmus wollen die beiden in den nächsten Jahren das bereits bekannte und bewährte Auslandssemester Erasmus das Studierende Bekanntung ist aufs Land bringen in ländliche Regionen bringen und damit Studierende zusammen sein müssen nachdem die beiden heute verhindert sind klar weiß ich ja nicht bin ich zu hörbar das ist ich kann ganz normal von mir ganz normal ganz normal so und wird funktionieren bin ich jetzt wieder hörbar dann schau du zu aus von mir geht es nicht bin ich hörbar bei wo nein ok Christian kann sagen Ich kann nur den normalen Kanal abschalten, aber es wird in der Zentrum. Okay, der Ossi probiert sein Bestes, unsere Technik. Geht es jetzt wieder? Okay, wieder hörbar? Ja, sprich, okay. Gut, also als nächstes ein Architekten-Ehepaar, die ein Programm auf die Beine gestellt haben, das Erasmus heißt, nämlich angelehnt an das Auslandssemester Erasmus, das verliebt ist bei Studierenden und ihre Ideen, Gemeinden, ländliche Regionen und Studierenden zusammenzubringen. Die beiden möchten das in den nächsten Jahren testen und dann auch richtig auf breitere Beine stellen. Leider sind sie heute verhindert, aber wir haben uns ein Video aufgenommen. Es dauert circa eine Viertelstunde und wir möchten uns gerne anhören, wie die Idee entstanden ist und wie Erasmus funktionieren soll. Video bitte ab! Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Kongress. Wir sind das Erasmus-Team, sind sehr traurig, dass wir nicht live vor Ort sein können, freuen uns aber, dass wir mit diesem Video einen kleinen Beitrag leisten können mit unserer Vision zum ländlichen Raum. Und wir dürfen Ihnen unser Projekt präsentieren. Und ich starte hier mit die Präsentation. Gut, unsere Vision ist es, junge Menschen wieder verstärkt aufs Land zu bringen. Unsere Vision, da stellt sich die Frage, wer sind wir? Mein Name ist Elisabeth Leitner, ich habe bis vor kurzem im Seeboden in Kärnten gewohnt, wohne jetzt in Graz, bin sozusagen eine, die an vielen Orten zu Hause ist, Studiengangsleiterin der FH Kärnten, freiberuflich sehr viel für Baukultur tätig. Und mit mir in dieser virtuellen Sitzung ist Roland Kuber, ein langjähriger Lebensgefährte, Geschäftsführer von Nonkonform, Gründer des Vereins Landluft. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr vielen von Ihnen bekannt ist. Ein Mensch, der sich schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, für den ländlichen Raum einsetzt. Wir haben beide sowohl privat als auch beruflich eine starke Affinität zum Land. Das ist vermutlich auch das, warum wir uns von der ersten Sekunde an gemocht haben, als wir uns vor über 20 Jahren kennengelernt haben. Und haben immer wieder in diesen 20 Jahren gemeinsam, aber auch getrennt an ländlichen Visionen gearbeitet. Ich habe es schon erwähnt, Roland Kuber hat den Verein Landluft gegründet, ist auch bei den europäischen Toleranzgesprächen involviert und einer der Gründer. Und in Österreich und Deutschland in Kommunal- und Stadtentwicklungsprozessen tätig. Gemeinsam haben wir nicht nur die Affinität zum ländlichen Raum, sondern auch, dass Europa und der europäische Raum etwas ist, was uns sehr am Herzen liegt. Und das ist eigentlich das erste Projekt, das uns gemeinsam geprägt hat. Wir sind drei Jahre lang durch Europa gereist, gemeinsam mit 99 anderen jungen Architekturbüros und haben dort die unterschiedlichen Situationen und Ausgangssituationen junger Menschen, damals Architekturschaffender, kennengelernt und unsere Liebe zu Europa verfestigt. Wir haben uns immer wieder getroffen, wie ich schon erwähnt habe und in unterschiedlichen Konstellationen gearbeitet. Hier vielleicht noch zwei, drei Projekte zu meiner Person. Ich habe in der Lehre eine Initiative gegründet, Kulturhauptstadt 2024, die verbindet auch wieder den ländlichen Raum und die europäische Vision, weil wir uns die Frage gestellt haben, wo kann es sonst noch hingehen, außer in die österreichischen Metropolen. Und ich durfte 2019 als Obfrau den Verein Landluft von Roland Kube übernehmen. Er ist jetzt Vorsitzender des Beirats. Wir haben gemeinsam auch vor fast 15 Jahren die Ideenwerkstatt von Nonkonform gegründet. Roland macht es ja immer noch. Ich bin dann in die akademische Karriere sozusagen rübergegangen und habe mich dort fortgebildet. Und Roland Kube hat gemeinsam mit dem Team von Nonkonform diese Ideenwerkstatt, wo es um Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum geht, wirklich zur Expertise getrieben und ist dafür mittlerweile in ganz Europa bekannt und tätig. Hier ist ein Beispiel von Trofeiag, das jetzt auch für den Baukultur-Gemeinderpreis nominiert ist und hoffentlich in die nächste Runde kommt. Er hat hier Expertisen, die wirklich über den planerischen Kontext hinausgehen und darf immer wieder zu diesem Thema referieren. Die Projektidee von Horasmus ist in einer ganz speziellen Situation entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie gerade die Rettung neben mir hören, deswegen versuche ich das zu überbrücken. I'm sorry. Wie die Projektidee entstanden ist, das erzählt Ihnen am besten der Roland selbst, denn er war ja dabei. Bitte, Roland. Ich entteile, damit du wieder weitermachen kannst. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Wie ist die Projektidee entstanden? Ich durfte in Thüringen, das ist ein Bundesland in Deutschland, in der Gemeinde Ummerstadt, das ist ein ganz kleiner Ort, direkt an der Grenze zu Bayern, einen Vortrag halten. In diesen vor mir oder vor euch liegenden Gebäuden, das waren einmal Lehrstände, da war eine Bäckerei drinnen, weil dort haben sie ein Zentrum für Bauern, Bauberatung, Baukultur reingemacht in diesen Lehrstand. Und im Zuge dieses Vortrages bei der Eröffnung, übrigens ein sehr vorbildhaftes Projekt, wo man auch studieren kann, wo sie Zimmer gemacht haben, so eine Art multifunktionelles und interkulturelles Projekt, habe ich dann, das ist nämlich die Bürgermeisterin, eine tolle Person, diesen Menschen kennengelernte, Maria Trudkowitsch, ein Professor für Architektur in Coburg in Bayern. Und der hat mit mir gemeinsam einen Vortrag gemacht und dieser Vortrag hat sich beschäftigt mit dem Thema die Provinzstadt oder Provinzorte, Lehrern und Lehrraum, Stadt, Land. Und eines dieser Themen, die da drinnen vorgekommen sind in seinem Vortrag, waren rund 50 Handlungsempfehlungen, wie sich die ländlichen Räume in Deutschland verbessern können und sich entwickeln können, war das Aufs-Land-Semester. Das wurde so in einem Nebensatz erwähnt und ich sitze drinnen und denke mir, das Aufs-Land-Semester, eine großartige Formulierung, eine großartige Idee, das verknüpft vieles von dem, was man so immer im Kopf hat. Und bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mir gedacht, das müsste man weiter betreiben. Das ist im Hinterkopf geblieben und eines Tages, dann habe ich mir gedacht, das hat ein Potenzial für viel mehr, als nur ein Aufs-Land-Semester zu sein. Weil diese Aufs-Land-Semester, wo Leute oder wo Studierende in Gruppen hinausgehen, das gibt es ja schon, wir sollten das weiterdenken. Ich habe dann die Elisabeth angerufen und gesagt, ich glaube, ich weiß jetzt eine Verknüpfung zwischen der akademischen Lehre und den Landaktivistinnen und Aktivisten. Wir haben uns bei ein paar Gläsern Wein zusammengesetzt und haben das Ganze dann ins Leben gerufen. Diese Idee ist weiter gereift im Zuge dieser sozusagen nächtlichen Gespräche und wir sind auch immer wieder gegangen und gefahren mit dem Rad. Und irgendwann war dann klar, wie es gehen kann und der Name ist fast von selbst entstanden. Wir haben das Ganze in Orasmus gelandet. Wir bringen junge Leute aufs Land. Und zwar mit dem Kern, dass es Erasmus als Programm in Europa gibt. Aber Erasmus bedeutet, dass die jungen Menschen in die coolen, großen Städte und Metropolen fahren, ob das jetzt Madrid, Barcelona, Amsterdam oder Paris ist. Und sie kommen mit ganz viel Esprit zurück. Sie lieben diese Orte, wo sie hinreisen. Und wir haben gedacht, okay, wenn es ein Erasmus gibt, könnte es ja auch ein Rurasmus geben. Und das Rurasmus wäre, dass die jungen Studierenden in Europa in ländliche Orte fahren, dort ein halbes Jahr verbringen, vielleicht solche Impulse dort setzen, dass sie ausstrahlen, dass sie vielleicht auch wieder sozusagen zur Weiterentwicklung beitragen oder dass sie mit neuen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mehr so großen Vorurteilen zurückkommen an ihre Heimatuniversität und haben das Rurasmus genannt. Das heißt, Rurasmus ist eine Initiative für ein europäisches Aufs-Land-Semester als Ergänzung zum Erasmus-Semester. Also wir würden das nicht auf keinen Fall gegeneinander ausspielen, aber das Potenzial wäre, dass jede Gemeinde in Europa könnte ein temporärer Universitätsstandort dadurch werden. Das heißt, die jungen Menschen, die hier aufs Land gehen für ein Semester, bekommen eine neue Sichtweise auf dieses rurale Europa. Die Gemeinden kooperieren mit den Universitäten und den Fachhochschulen und sie werden dadurch eigentlich zur Ausbildung stehen. Wie funktioniert dieses Rurasmus? Es gibt eine Universität, eine Homebase mit dieser Universität und einem Ort, gibt es eine Art Kooperation. Die jungen Leute suchen sich entweder Themen oder Orte aus. Die Rurasmus-Plattform, die wir sozusagen gerade so ins Leben bringen, ist sowas wie dieser Pool, diese Vermittler und Verteiler, hat die Verteilerfunktion. Und dann strömen die jungen Menschen hinaus in die jeweiligen Orte, entweder allein oder gemeinsam, zu zweit, zu dritt, idealerweise interfachlich, das heißt nicht aus demselben Fach. Und beginnen dort, beziehen dort ein Zimmer, das die Gemeinde bereitstellt. Sie beginnen dort an der sozusagen Projektarbeit, egal welche Art von Projekt es ist. Sie beginnen dort einzutauchen, den Ort zu verstehen, die Region zu verstehen, an dem Ort weiterzutüfteln, ein Projekt vielleicht zu machen, interagieren mit der Heimatuniversität, gehen auch zu Gemeinderatssitzungen. Sie bekommen ECTS-Punkte, wenn sie bei einer Gemeinderatssitzung dabei sind. Dadurch werden auch die Barrieren abgebaut, die notwendigen und ein neues Verständnis erzeugt. Sie interagieren mit dem Rurasmus-Büro, das ihnen in der Arbeit hilft. Und am Ende dieser Arbeit des halben Jahres gibt es eine Art Übergabe des Ergebnisses in Form einer Ausstellung, in Form einer Schlusspräsentation. Und dann reisen die jungen Menschen wieder ab. Im Gepäck haben sie nicht nur ein Projekt, sondern auch 30 ECTS-Punkte. Das ist sozusagen die Währung, die sie dafür bekommen. Und am Land, in den Gemeinden gibt es eine Freude darüber, dass ein Stück Zukunft mitentwickelt worden ist. Ob das jetzt aus Sicht des Sozialen ist, ob das aus Sicht des Räumlichen ist, ob das aus Sicht der Wirtschaft ist. Irgendeine Spur werden die jungen Menschen hinterlassen. Sie gehen dann auf die Universität und kriegen dafür eben ein Rurasmus-Zeugnis. Was wir wollen, ist, wir wollen jungen Menschen einen neuen, lustvollen Zugang zum ruralen Raum ermöglichen. Wir wollen Vorurteile abbauen, wir wollen neues Vertrauen aufbauen und wir wollen die Möglichkeit bieten, die Zukunft aktiv und viel aktiver als bis dato mitzugestalten. Wenn Rurasmus als solches funktioniert, auf der akademischen Ebene ist das Ziel, dass wir das auch als Europarbeitersprogramm für Lehrlinge weiterentwickeln, damit auch Lehrlinge in Europa ihre Lehre in unterschiedlichen Regionen machen können. Wir haben diese Idee präsentiert bei den Tagen der Utopie. Das ist ein Zukunftsformat in Vorarlberg und wurden dort auch ausgewählt als eines der Projekte, wo wir Unterstützung bekommen, dass das auch Wirklichkeit wird. Und da sieht man die Zuschauer bei den Tagen der Utopie. Und im Zuge dieser Diskussion ist klar geworden, dass wir ein Potenzial haben. Und ursprünglich hätten wir einen großen Workshop organisiert in Salzburg im März. Das war aber mitten, also eigentlich fünf Tage bevor der Lockdown passiert ist. Und unter dem Titel der Wirkstätten der Utopie haben wir dann das Ganze anders organisiert. Und wie wir das organisiert haben, wird uns jetzt nochmal Elisabeth berichtet. Gut. Roland, du sorgst dafür, dass jetzt mein Bildschirm wieder sichtbar ist. Ist schon sichtbar. Wunderbar. Ja, wie es der Roland erwähnt hat, leider konnten wir uns nicht in Salzburg treffen. Deswegen haben wir sogenannte Stakeholder-Workshops gemacht. Wir haben sechs digitale Workshops im Juni abgehalten. Einerseits mit der Interessensgruppe der Hochschulen und Universitäten. Welche Hürden sind da zu meistern? Dann natürlich auch mit Gemeindevertreterinnen und Vertretern und auch mit Vertretern, Entschuldigung, der Institution Europa. Da haben wir unter anderem die Chance gehabt, auch mit einer Person zu sprechen, die zu den, nicht als Person, aber von der Institution her, zu den Gründern von Erasmus zählt. Und konnten dort vielen wertvollen Erfahrungsschatz in unser Projekt einbringen. Wir haben dann als Team eine Auswertungsklausur gemacht, um all dieses Wissen, das wir von den Menschen zur Verfügung gestellt bekommen haben, zu diskutieren und zu entscheiden, was nehmen wir mit auf die Reise und was bleibt sozusagen zurück. Und das dann auch in den letzten Wochen im Sommer in eine neue Vollversion unseres Konzeptes eingearbeitet. Und zusammenfassend vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Workshops. Es gibt eigentlich fast ausschließlich nur positive Resonanz. Also es gibt Details zu klären, aber für das Projekt an sich gibt es ganz, ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Am liebsten würden es alle gleich angehen, worauf warten wir noch. Nachdem wir das aber auch so aufsetzen wollen, dass es wirklich als universitäres Programm durchgeht, stellt das einer der größeren Herausforderungen dar, wo es eben um diese Äquivalenz von diesen 30 ECTS geht. Aber, das ist das Positive, bis zu der Zeit, wo das sozusagen ein offizielles EU-Programm werden sollte, gibt es fast an jeder Hochschule ein mögliches Horasmus-Schluckloch, wie man sozusagen aktuell auch schon ein Semester anrechnen könnte. Die Workshops haben auch ergeben, dass nicht nur Gemeinden die Partner sein können, sondern dass auch regionale Zusammenschlüsse wie Liederregionen, Tourismusregionen, Wirtschaftszusammenschlüsse Partner im ländlichen Raum sein könnten für das Horasmus-Projekt. Und wir an sich wollen das Projekt Horasmus in drei Phasen weiterentwickeln. Das ist die Pionierphase, die startet eigentlich ab kommendem Sommersemester, März, wo wir mit vorhandenen Ressourcen auf Universitäten, basierend auf dem Netzwerk, das wir haben, starten wollen in einer kleinen Runde, fünf Unis, fünf Orte, auch FHs natürlich, um aus diesen Erfahrungen nochmal Erkenntnisse zu ziehen, die wir dann in die Pilotphase implementieren. Die Pilotphase, hier angeführt 2023 bis 2026, soll ein EU-Projekt sein, wo wir mit mehreren europäischen Ländern und Institutionen, Gemeinden, Regionen dieses Projekt tatsächlich auf die Beine stellen wollen und dann natürlich noch in weiter Zukunft schauen, wie wir 2026 halten werden. Aber das wäre die Implementierungsphase, dass es neben Horasmus auch Erasmus gibt. Hier zusammenfassend und abschließend nochmal, Horasmus ist eine Initiative für ein europäisches Aufs-Land-Semester als Ergänzung zum etablierten Erasmus-Semester, beziehungsweise wird es vielleicht sogar ineinander fließen, weil es von den Fördersystemen aktuell auch möglich ist und sich eigentlich ergänzt. Oh je, jetzt ist es leicht verrutscht, das tut mir sehr leid. www.horasmus.eu ist unsere Homepage. Wir freuen uns sehr, wenn Sie diese Idee gut finden und vielleicht auch mitwirken wollen. Gehen Sie auf unsere Homepage, da kann man sich eintragen als Interessent, Interessentin, dann kriegen wir Ihre Kontaktdaten. Wir haben vor, mit Mitte bis Ende Oktober die aktuelle Version des Konzeptes auszusenden, um so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unser Projekt zu gewinnen. Das wäre es von meiner Seite, Roland. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwas super Wichtiges vergessen haben zum heutigen Zeitpunkt. Er schüttelt den Kopf, das freut mich. Wie immer souverän und am Punkt, bis auf die Schlussfolie, die ist uns passiert. Aber das soll jetzt keine Botschaft sein, als Europa auseinanderbricht, wo nur mal das E und das Uber anders ist, sondern eigentlich, dass wir das neu zusammenfügen und eigentlich eine neue Perspektive, neue Zukunftshoffnung für die Jungen, für die nächste Generation in die Köpfe bringen müssen. In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf viele, viele E-Mails, die wir uns eintrudeln werden, weil Sie mehr Informationen erfahren wollen. Genau, viel Spaß noch beim Kongress. Ciao. Ja, von Erasmus zu Ruhrasmus. Also wir hoffen und drücken wirklich die Daumen, dass diese engagierte Initiative trotz Verwaltungshürden in den nächsten Jahren auf Schiene kommt. Danke für das Video. Als nächstes freue ich mich, dass ich Ihnen zwei engagierte junge Frauen live aus dem Zoom vorstellen darf, die mit mir nun in einem Interview über eine weitere spannende Initiative berichten, die junge qualifizierte Menschen in ländliche Regionen bringt. Die beiden haben im Rahmen ihres Masterstudiums Social Design Arts as Urban Innovation sich mit der Thematik Ländlichkeit, ländliche Entwicklungen und der persönlichen Frage, wie können wir gut zurück aufs Land ziehen beschäftigt. Bin ich hörbar oder beschäftigt? Die beiden sind selbst in der Region in Viertel Hausruck aufgewachsen und sind zum Studieren und Arbeiten nach Wien gezogen. Und ich begrüße sehr herzlich die beiden Landprobe-Initiatorinnen Katharina Spahnlang und Magdalena Hubauer, die live aus der ersten Landprobe-Probewoche in Theiskirchen zugeschaltet werden. Hallo. Live aus dem Pfarrheim in Theiskirchen. Ah, wow. Aus dem Pfarrheim in Theiskirchen. In Theiskirchen. Sehr gut. Theiskirchen. Theiskirchen. Nicht Theiskirchen, sondern Theiskirchen. Genau. Ja, liebe Katharina, liebe Magdalena, zuerst einmal, was ist denn die Landprobe und wie ist diese Idee, eure Idee entstanden? Ich starte mal. Also die Idee ist entstanden innerhalb von einem Masterprojekt. Das ist schon kurz erwähnt. Wir haben Social Design studiert an der Angewandten. Und wir sind eben beide am Land aufgewachsen und dann eben zum Arbeiten und Studieren in die Stadt gezogen. Und uns hat beide so dieses Thema oder beschäftigt uns schon eine Weiche. Und so, boah, es wäre, also wir haben beide noch Bezüge zum Land und irgendwie ist das so, es wäre spannend, wieder aufs Land zu ziehen. Aber, und da kommen halt ganz viele Aber, so, es ist ja gar nicht so leicht, wieder Anschluss zu finden und irgendwie fällt der Schritt gar nicht so leicht. Und da haben wir uns viel mit dem beschäftigt, dass es irgendwie eine gewisse Schwere hat, das wieder aufs Land ziehen. Und es wäre auch sehr spannend, das einfach mal auszuprobieren oder mehr Leichtigkeit in die Thematik wieder reinzubringen. Und dadurch ist das Projekt Landprobe entstanden, wo Land schwer machen. Und dann haben wir uns, haben wir sie genannt, also Leute, die schon länger in der Stadt leben, aber sich mit dem Thema beschäftigen wollen, wieder aufs Land zu ziehen. Und die jetzt eine Woche da sind in Deiskirchen und Landleben ausprobieren auf unterschiedlichste Orten. Genau, im Grunde ist die große Frage unseres Projekts, wie kann man gut am Land ankommen oder kann man, wie kann man am Land ankommen, in einer kleinen Gemeinde ankommen. Wir haben uns stark auf soziale Faktoren vom Zurückgehen oder vom Gehen aufs Land beschäftigt. Es können ja Leute den Traum vom Land haben, die in der Stadt aufgewachsen sind und noch nie am Land gelebt haben. Und wir haben gesagt, es gibt schon sehr viele Projekte, die sich mit verschiedenen eher harten Maßnahmen beschäftigen, so im Bereich der ländlichen Entwicklung wie Infrastrukturausbau oder Jobmöglichkeiten und so weiter. Bei uns geht es auch ganz stark um die Frage, die eben auch unsere persönliche Motivation so ein bisschen war, aber auch sehr viele Personen, die in unserem Bekanntenkreis eben mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, von könnte wieder gut aufs Land ziehen. Und die ganz oft gesagt haben, eben dieses Aber, von dem die Katharina vorher gesprochen hat, war dann Aber, aber könnt ihr da Gleichgesinnte finden, weil meine Freunde sind eigentlich alle weggegangen. Und irgendwie, wer lebt da noch? Und deswegen haben uns wir in unserem Projekt vor allem so auf diese Frage gestützt, wie kann ich gut am Land ankommen und vor allem eben in einem sozialen Gefüge. Kann ich mir das vorstellen? Und es wirkt jetzt als erstes so, als wäre es vor allem für Leute, die aus der Stadt kommen und aus Land ziehen wollen. Aber was uns eigentlich viel mehr beschäftigt oder was wir uns im Laufe des Prozesses ganz viel draufgekommen sind, dass das Projekt auch ganz viel für Leute am Land eigentlich auch ist. So, wo wir einfach viel Stimmen auch hören von, boah, irgendwie es ziehen Leute weg und so viele Leute gehen und sie kommen nicht mehr zurück. Und was ist da eigentlich? Also sie aktiv mit dieser Frage auseinanderzusetzen und einfach auch Möglichkeiten zu schaffen, einfach auch aktiv als Gemeinde im ländlichen Raum von Österreich auch zu sagen, wir wollen eigentlich das und das anbieten oder wir wollen die Leute irgendwie jetzt uns wieder Druck holen oder herholen auch wieder. Und wie kann man das aktiver angehen oder was wird es dafür brauchen? Und oft haben wir gemerkt, so in Gesprächen auch, dass es da eine gewisse Starre irgendwie gibt oder dafür so, man weiß ja nicht, was man machen kann. Und das wollen wir einfach ausprobieren und schauen, was dabei herauskommt. Also es ist ein sehr experimenteller Ansatz auch, wo wir einfach gemeinsam mit anderen Leuten auch forschen. Also das heißt, das ist sowohl einerseits für Menschen, also Zuzügler, Zuzüglerinnen, aber auch für Menschen, die aus ländlichen Regionen stammen, für junge Leute, also die Einheimischen. Ihr seid ja jetzt mitten in der ersten Probewoche. Können Sie uns da vielleicht schon einen kleinen Zwischenstand berichten? Was ist da passiert bei euch? Wie ist die Stimmung vor Ort? Also was läuft da so ab, dass man sich das noch ein bisschen genauer vorstellen kann? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Wir haben im Vorhinein von der Gemeinde, also wir haben in der Gemeinde quasi dieses Projekt so schon bekannt gemacht. Wir haben irgendwie angekündigt, da werden Leute kommen. Sagt zu uns, was bei euch Andockpunkte sind. Und was sind eure Sehenswürdigkeiten? Das ist im Land ja oft irgendwie schwerer auffindbar wie in der Stadt, wo jeder weiß, wenn man nach Wien kommt, dann schaut man sich die Kirche an und diesen Park und da, da, da. Aber was sind eigentlich so diese Sehenswürdigkeiten? Oder wir haben es auch Kennenswürdigkeiten in der Kirche genannt. Und haben gesagt, das können sowohl Orte, Plätze, Räume, Veranstaltungen, Vereine oder auch Menschen sein. Und haben quasi damit so ein kleines Programmheft zusammengestellt mit Kontakten, Adressen, Telefonnummern von Leuten. Und das war so ein bisschen der Startpunkt für die Landschwärmerinnen, die gekommen sind und dieses Heft bekommen haben. Und dann einfach mal geschaut haben, was sie interessiert und sie bei Leuten gemeldet haben. Und es ist irgendwie, es ist kein Projekt, das jetzt forcieren sollte, dass die Leute in Thaiskirchen oder ins Innenviertel verlieben und da unbedingt klarziehen wollen. Sondern wir, uns ist irgendwie wichtig, dass es eigentlich ein künstlerisch-experimentelles Forschungsprojekt ist, haben wir das genannt. Und wir eigentlich die ganze Zeit die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen erheben und auch der Thaiskirchenerinnen. Und eigentlich interessiert uns am meisten, wie geht es denen damit, wenn sie jetzt wohin kommen in ein kleines Gefüge und dann tun sie da Welten auf. Dann merkt man plötzlich, ah, die Frau, bei der ich da jetzt war, die ist zu der verwandt. Ah, jetzt muss ich da anröpfen, ich kenne die Person überhaupt nicht, die kennen sie alle, schauen mir die alle an. Und wie fühlt sich dieses Ankommen in so einer kleinen Gemeinde an? Und was fühlt sich gut an? Was ist irgendwie schwierig? Und für die Gemeinde dann später, glaube ich, ist auch interessant, was könnte ein Learning daraus sein? Und wie könnte man diesen Angementsprozess von beiden Seiten erleichtern? Also, jetzt habe ich noch gar nichts von der Woche erzählt. Ja, also in der Woche, oder gerne von Ihnen auch noch eine Frage lassen, was sich schon alles ergeben hat. Was passiert jetzt gerade? Also wie ist gerade der Zwischenstand? Wie ist gerade die Stimmung bei euren Teilnehmerinnen? Möchtet ihr da uns ein bisschen was berichten? Also, die Stimmung ist äußerst positiv und sehr überraschend, was sich alles aufgetan hat, weil wir das ja eben, wie die Magda schon beschrieben hat, sehr frei aus. Wir haben jetzt kein klares Wochenprogramm strukturiert, sondern es den Leuten selbst überlassen, das zu machen, was sie interessieren würde. Natürlich so ein bisschen vorbereitet und wir stellen die ersten Kontakte her, so wir geben ihnen schon mal die Möglichkeit, was zu machen. Und da war es zum Beispiel so, dass dann Leute gesagt haben, sie würden gerne beim Chor mitmachen und beim Chor mal angerufen und gefragt, darf aber mitmachen. Dann gleich zur Chorprobe mitgegangen und danach noch zum Wirt und ewig lang sitzen geblieben und dann ins Quatschen kommen und so einen sehr alltäglichen Eindruck vielleicht kriegt auch. Der aber einfach auch, das war, kann ich mir überhaupt vorstellen, da den Anschluss zu finden, über was komme ich denn mit Leuten ins Gespräch. Und da hat es sich gleich ergeben, dass sogar gleiche Interessen da sind oder halt vielleicht auch nicht. Und dann hat es eben, das waren so die einen Punkte, was einem die Gemeinde anbietet und dann war es uns aber auch wichtig, wenn man wohin zieht, weil wir uns eben viel mit dem beschäftigt haben, wie ist das Ankommen, was braucht es für ein gutes Ankommen? Da braucht es nicht nur, dass ich etwas annehmen kann von einem anderen, sondern auch so meine eigenen Leidenschaften, was ich selbst vielleicht gerne mache, dort auch einzubringen. Und dann gibt es eben auch die Einbringungen von den Landschwermerinnen, die es auch gibt. Und zum Beispiel ist eine dabei, die Buchbinden anboten hat und gestern hat es einen Buchbindeworkshop gegeben. Und dann auch unterschiedlichste Leute aus der Kirchen dabei waren und gemeinsam halt das ausprobiert haben. Eigentlich war schon der halbe Chor dabei, weil sie vorher in der Chor. Und dann hat es eben auch ein Hike and Vogue gegeben, was halt sehr künstlerisch dann zum Beispiel war, wo eben getanzt und gewandert worden ist gemeinsam. Wo halt auch so die einen oder anderen vielleicht den Kopf geschüttelt haben und die anderen das halt sehr lustig gefunden haben auch. Und das war halt auch so ein Thema von so die eigenen Leidenschaften noch einzubringen oder die eigenen Interessen noch einzubringen und auch zu schauen, wie reagieren denn die Leute darauf? Wird das angenommen oder wird das auch nicht angenommen? Heute Abend haben wir dann noch einen Vortrag zu Precious Plastic. Das ist nämlich eigentlich auch lustig gewesen. Wir waren hinter uns jetzt gerade ein Teilnehmer hier, der bereitet gerade seine Präsentation, glaube ich, mittlerweile vor, am Abend eben zum Thema Precious Plastic. Der macht das in Wien und hat jetzt aber schon Bewohnerinnen, bei denen wir gestern zu Besuch waren oder bei denen er gestern zu Besuch war, davon erzählt, die dann irgendwie gesagt haben, ah super, da geht es doch gleich zum Altstoffsammelzentrum, weil da haben sie eh so viel Plastik schöpseln und das ist normalerweise sehr schwierig. Der wiederum ist mit der Vizebürgermeisterin verheiratet, die wiederum hat da gleich in der Gemeinde nachgefragt, worauf wir heute gleich wieder mit dem beim Altstoffsammelzentrum waren und sie dann eigentlich ganz viel Plastik abgeholt haben. Und gleichzeitig haben sie irgendwie schon Pressmaschinen ausfindig gemacht, eine Firma, die da im Ort ist. Und man sieht irgendwie, wie sie da, also wie halt eine Kommunikation in so einer kleinen Gemeinde läuft und das war schon sehr lustig. Und heute Abend gibt es dann seine Präsentation dazu. Genau, und das Plastik ist gesammelt worden, weil die Idee war, eine Mitfahrbankerl zu machen. Und das kann man ja nicht nur aus Holz machen, sondern halt auch aus so gepreisten Kunststoffplatten. Und da sind halt so Ideen gleich weitergesponnen worden. Und das war irgendwie so spannend, so miterleben, so da kommt der Neucher mit einer Art und Weise von einer Verarbeitungsmethode, die Recycling ist und gleich auch nicht recht spannend gefunden haben. Und dann kommt es von einem ins andere. Und das war irgendwie für uns so ein spannender Moment von, okay, da kommt der Neucher rein mit Ideen oder neuen Sachen. Und das macht gleich ganz viel auf. Oder es war halt für uns so ein spannendes Miterleben oder Mitbeobachten, wie das von einem zu anderen oder auch Zukunftsideen gesponnen werden von dem Baumhaus, das dann auch mit solchen Platten bestückt werden soll und neuen Designs und so weiter. Also genau, war für uns so ein spannendes Miterleben. Das hört sich interessant an. Das heißt, bei euch passiert ganz viel so sehr spontan und intuitiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Und vor allem irgendwie so nach dem alten Motto, beim Reden kommen die Leute zusammen. Das heißt, offline. Ist das richtig? Wie sehr ist denn das Offline wichtig bei eurer Initiative? Also wir haben es online jetzt nicht ausprobiert. Also ich sehe schon, dass, also für mich die spannenden Momente sind oft gar nicht, das heißt, wir haben uns auch gemeinsam Äpfel glaubt und sonst was. Und ich finde, die spannenden Momente, die ich erlebt habe, waren dann zum Beispiel am Küchentisch, wo halt dann noch ein gemeinsamer Äpfel glauben und der Erkenntnis von, boah, wir haben jetzt so fünf oder jetzt drei Stunden Äpfel glaubt und kriegen dafür 14,51 Euro beim Lagerhaus dafür. Und da wird halt diskutiert am Küchentisch, was heißt das eigentlich für die Landwirtschaft? Und welchen Bezug dazu das Nächstes wird dann diskutiert. Boah, wir haben halt so viel Leerstand in der Gemeinde. Und was habt ihr denn hier da für Ideen dazu? Und da kann man halt, ich finde, da einen Kaffee trinken und bei der Jausen, also nach dem gemeinsamen Tun, so das Erste, nach dem Ersten kennenlernen, kommen so die spannenden Sachen dann auf, weil wo man schon merkt, so dieses Offline und Dasein macht einen Unterschied. Also ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass wir jetzt in Wien sitzen würden alle und dann ein paar Leute hier im Dorf sind. Ich glaube, das wäre ganz anders. Und so passiert, so dieses Dazwischen, was da so passiert, in Zwischengesprächen ist oft das Spannende oder das, wo so neue Erkenntnisse oder neue Möglichkeiten einfach jetzt entstehen. Und es braucht schon, also zum einen geht es, glaube ich, hauptsächlich um diese Gespräche und diesen Austausch, der einfach stattfindet, wenn man sie sehr niederschwellig kennenlernt, wenn Leute in ihr Programm geschrieben haben, wir würden die Leute mal zum Äpfelglauben einladen. Und dann kommen die, es geht natürlich weniger jetzt ums Äpfelglauben wie jetzt ums Gespräch, aber es geht schon auch um diese Raumwahrnehmung. Also es würde online jetzt von dem her nicht so viel Sinn machen, dass Lebensraum oder Alltagsumgebung ja sinnlich wahrnehmbar ist. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Wir fragen die Teilnehmerinnen jetzt auch, wie sie ihre Wege verändert haben, wie sie diese Distanzen und die Weiten wahrnehmen, wie sie, ob das für sie Freiheit bedeutet oder ob das für sie irgendwie unüberbrückbare Hürden sind. Und was fehlt einem, wenn man hier seinen Alltag durch den Ort geht und dann gibt es keinen Kaffee, aber dafür trifft man den. Also es sind ganz viele so kleine Nuancen, die wir sehr spannend finden und die wir jetzt sammeln. Spannend. Also das heißt, es ist eigentlich Bestätigung für dieses hybride Format, das ja auch mit der Dorf-Uni gelebt wird. Online-Recherchen, Online-Übertragung, aber eben auch trotzdem zusammenkommen und dann Zwischengespräche, bei denen einfach viel passiert. Sehr spannend. Eine letzte Frage vielleicht noch an euch. Inwieweit glaubt ihr das mit euren Teilnehmerinnen? Also das ist ja auch ein Forschungsprojekt, das ja da zugrunde liegt. Inwieweit habt ihr da so die Hoffnung oder wie glaubt ihr das mit diesen Teilnehmerinnen, mit dieser Initiative, der ländliche Raum im Bereich der Bildung in Bewegung kommen kann? Also ich glaube, es ist ja die Frage, was aus Bildung gesehen wird oder was bezeichnet man als Bildung. Was wir halt ganz stark merken, ist so, dass voll viel Austausch passiert und dass dieser Austausch, der einfach im gemeinsamen Tun basiert, im gemeinsamen Herausfinden, halt auch ein voll wichtiger Teil von Bildung sein kann. Aber das ist halt erst möglich, wenn man sich halt aufeinander einlässt. Und das ist das, was wir so ein bisschen forcieren oder so ein bisschen triggern wollen, so dieses Aufeinander-Einlassen. Was braucht es dazu, dass man sich aufeinander einlässt, dass man einander zuhört, dass man neue Sachen, neue Gedankengänge auch irgendwo zulässt. Und wir haben jetzt keinen Bildungsanspruch an sich. Also das ist nicht das, was dieses Projekt jetzt forciert. Aber wir glauben, es passiert einfach. Also dadurch, dass Austausch passiert, erfordert man Neues oder erkennt man neue Sachen. Also wir haben jetzt nicht so den Anspruch, jetzt Bildung daherzubringen. Überhaupt nicht. Genauso wenig wollen wir jetzt auch die Leute, die da sind, irgendwie bilden. Aber es lässt sich nicht verhindern. Wir haben wirklich weniger Bildungsanspruch, um das geht es nicht vorrangig. Aber es ist ein großer Erfahrungsaustausch da und der ist aber auch wirklich auf beiden Seiten. Ich finde, es ist auch schwierig, dass man so sagt, die kämen jetzt Menschen aus der Stadt, die bringen jetzt die Bildung. So nehme ich das jetzt gar nicht wahr. Ich glaube, es ist für beide Seiten sehr interessant. Aber natürlich jetzt aus der Sicht der Gemeinde kann man schon Leute, die wieder Neues erzählen. Aber die Leute, die da sind, erfahren, nehme ich an, behaupte ich jetzt mal, auch sehr viel Neues. Und ich nehme sehr viel an. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Erkenntnisse nach dieser Woche und auch nach, wenn das Projekt weitergeht. Also ich denke mir, ganz viel Lernen passiert, auch informelles Lernen und herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen da, weil wir haben nach der nächsten Vortragenden dann noch eine Fragerunde, wo bestimmt auch an euch noch Fragen kommen. Ja, als nächstes haben wir die Stefanie Mose mit einem interessanten Input zum Thema Multilokalität als neuer Weg der Förderung der lokalen Wissensbasis. Die Stefanie hat ihre Masterarbeit auf der BOKU im Bereich Agrar- und Ernährungswirtschaft geschrieben mit dem Schwerpunkt Regionalentwicklung und ländliche Soziologie zum Thema Multilokalität. Und aus dieser Diplomarbeit, Masterarbeit, ist das Projekt entstanden. Stefanie ist inzwischen im Regionalmanagement Oberösterreich im Fachbereich Nachhaltigkeit und Umwelt tätig und zuständig für die Region in Viertelhausruck. Und sie macht also in dieser Region Agenda 21 Projekte mit Gemeinden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sitzt sie auch in Theiskirchen heute zu Hause. Und ich begrüße die Stefanie Mose ganz herzlich, die uns darüber berichtet, um was es bei den Multilokalen geht und was diese Menschen bewegt beziehungsweise was Gemeinden für die Multilokalen leisten können. Ja, hallo. Von meiner Seite aus einem anderen Eck aus Theiskirchen. Freut mich, dass ich da heute auch einen Input liefern darf zum Thema Multilokalität. Und danke für die umfassende, nette Vorstellung meinerseits. Dann kann ich nämlich volé in den Vortrag einsteigen. Das passt super. Und zwar geht es in unserem Projekt darum, wie Multilokalität, also das Leben und Arbeiten an mehreren Orten, eine Chance für eine Region sein kann. Und in diesem Fall die Region im Viertel Hausrug, das ist eben die Region, die ich als Regionalmanagerin für Nachhaltigkeit und Umwelt betreuen darf. Und das Projekt ist im Rahmen eines Agenda 21 Projekts entstanden, beziehungsweise damit man die Struktur vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann. Das könnte den einen oder anderen von Ihnen interessieren. Ich denke, dass ja doch einige Regionalentwicklerinnen beziehungsweise auch Gemeinden in den Reihen sitzen, die das spannend finden können, wie wer da ein Projektträger sein kann zum Beispiel. In unserem Fall ist es der Verein in Salzburg-Rege. Das ist unser Regionalverein, der als Projektträger fungiert und gemeinsam und wir quasi die operative Betreuung machen vom Regionalmanagement und als Projektpartner haben wir die Zukunftsakademie Oberösterreich mit an Bord, was für uns einfach eine ganz gute Unterstützung ist, weil man da einfach gewisse fachliche Vertiefungen, Schwerpunkte setzen kann und das Ganze nochmal von der Metaebene anschauen kann. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, welche Projektziele am Anfang gestanden sind. Wir sind jetzt so gegen Ende der klassischen Projektlaufzeit, wobei ich schon vorausschicken darf, dass das Projekt insbesondere in unserer intensive Netzwerkarbeit weitergehen wird in der Region, was uns recht freut. Ganz ein wesentlicher Akteur sitzt da in diesen Reihen, der Christian, Christian Fuchs, das kann man vielleicht auch an dieser Stelle dazu sagen, der da ganz ein wesentlicher Akteur und eben Multilokaler ist in unserem Projekt. Zu den Zielen, es war uns ein ganz wesentliches Anliegen, diesen Lebensstil der Multilokalität, das klingt irgendwie recht technisch und ist auch ganz vielen Gemeinden und Regionen nicht bewusst, was das eigentlich ist und vor allem, welche Chance und welches Potenzial so ein neuer Lebensstil für Regionen mitbringen kann. Ich glaube, gerade in dieser Runde oder heute geht es ja stärker um das Thema Wissen und Erfahrungsaustausch und ich glaube, gerade da können Multilokale eine ganz wesentliche Rolle spielen, weil sie eine ganz spannende Perspektive von außen auf eine Gemeinde, auf eine Region haben können. Damit aber Multilokale wirklich auch ihr Potenzial entfalten können, müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen anders sein als für Leute, die schon länger vor Ort sind oder immer vor Ort sind. Also die Bedürfnisse der Multilokalen war für uns ein wesentlicher Zettel. Sie haben jetzt gerade so ein ganz klassisches Beispiel kennengelernt, die Landprobe, das ist eben so ein so ein Thema oder ein so ein Projekt, das auch stark mit uns in Verbindung steht und da sieht man schon, welche spannenden Perspektiven einfach auch durch solche Projekte dann in den nennlichen Raum kommen können. Wichtig war uns natürlich auch, dass wir, abgesehen von den Bedürfnissen und der theoretischen Ebene, was braucht es, auch wirklich auf den Boden kommen. Deshalb haben wir versucht, pilothaft in zwei Modellgemeinden wirklich die Projekte auch auf den Boden zu bringen. Da sind wir jetzt so wirklich mit den Tränen. Also da gibt es noch nicht so die ganz fertigen Sachen, aber es entsteht. Also wir sind da dran. Es braucht einfach auch Zeit zum Wachsen. Ich denke mal, da sehen wir jetzt Plänzchen, die erst wirklich dann über die Jahre wirklich wachsen können, aber da braucht es einfach auch die entsprechende Basis. Und in diesen Pilotgemeinden jetzt stark um das Thema, um die Themen, also auch um Infrastrukturthemen, wo Gemeinden Möglichkeiten oder einen Handelsspielraum haben. Ich sage jetzt so Stichworte wie zum Beispiel, wie kann junges Wohnen oder wie kann mutilokales Wohnen ausschauen? Welche Informationen brauchen Multilokale, damit sie sich gut einbringen können? Also wie kann ich da gut Verbindung halten? Und natürlich auch so in klassischen Infrastrukturthemen wie Mobilität und so weiter. Genau. Und neben den Gemeinden als Zielgruppe war uns ganz, ganz ein großes Bedürfnis, auch dieses Netzwerk in der Region aufzubauen, also von und für Multilokale, weil wir auch ganz klar merken, als multilokale Person hat man ganz andere Anforderungen. Wenn man wieder zurückkommt in eine Region oder in eine Region kommt, wie kann man andocken? Wo sind die Gleichgesinnte? Und auf diese Andockstellen von und für Multilokale haben wir ganz klar den Fokus gelegt. Und vor allem aus diesen Netzwerken, die sie in dem Fall in unserem Projekt Stadtlandler nennen, möchte ich nachher noch ein bisschen was erzählen, weil wir da einfach wirklich, also die letzten zwei Jahre wirklich einiges veranbracht haben und wirklich da echt was Spannendes entstanden ist. Ja, warum ist dieses Thema jetzt eigentlich so interessant und so spannend? Hier geht es ganz viel um Dynamik und wenn man sich anschaut, was in einer Minute auf dieser Erde passiert, dass zum Beispiel 16 Millionen SMS verschickt werden und 21 Millionen WhatsApp und 2,5 Millionen Google-Anfragen und 900 Millionen Menschen noch immer ohne Toilette wehen müssen und 111 Menschen sterben und dafür 270 Kinder geboren werden und fast 100.000 Liter Wein getrunken werden in eine Minute, kann man sich ungefähr vorstellen, was einem ganzen Tag passiert, der was 1.440 Minuten hat. Und ich glaube, dieses Element der Dynamik ist einfach auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der sich in der Multilokalität widerspiegelt. Es geht als Schnelle, es wird als Mehr und entsprechend entwickeln sich auch unsere Lebensstile dynamisch weiter. Das spiegelt sich auch in den Megatrends wieder, die einfach auch wirklich auf unsere Gesellschaft und auf Individuen mittlerweile stark wirken. Und ich habe jetzt da oben, also das große Schaubild, das ich hier sehe, ist, da haben wir versucht, unser Projekt kompakt auf eine Art Drei-Seite zu packen. Das war ja eine große Herausforderung. Sollte aber trotzdem irgendwo einen Überblick verschaffen, wie viele Aspekte einfach in diesen Lebensstil rein spielen und angefangen eben von den Megatrends über diese persönliche Ebene der Multilokalen bis hin zu der lokalen Ebene der Gemeinden, würde ich das gerne an dieser Struktur dann auch ein bisschen quasi mit Ihnen besprechen oder Ihnen anhand dessen das Projekt zeigen wollen. Bei den Megatrends, wie gesagt, das wird östdynamischer und da spielen einfach ganz viele Megatrends rein. Das heißt, das ist jetzt der demografische Wandel. Es gibt nicht mehr diese klassische Biografie, dass man lernt in 50 Jahren im selben Unternehmen arbeitet, in Pension geht, sondern das Ganze wird viel dynamischer. Das drückt sich natürlich auch in der Individualisierung aus. Wir haben extrem viele Möglichkeiten, diese sogenannte Multioptionsgesellschaft, wir können uns extrem viel aussuchen. Auch das ist klassisch multilokal. Wir haben einfach ganz viele Möglichkeiten, deswegen nutze ich sie auch. Die Digitalisierung brauche ich glaube ich in dieser Runde nicht beschreiben, das erleben wir ja gerade alle im eigenen Leib und praktizieren wir ja da gerade ganz intensiv. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt für unser Netzwerk. Wir haben auch einige Videokonferenzen gehabt, also wir haben das schon vor Corona sehr genutzt und geschätzt, damit wir auch wirklich multilokale, die nicht vor Ort sind, gut partizipieren haben lassen können. Und ein dritten oder ein wesentlicher Aspekt, den ich noch rausgreifen möchte, ist einfach diese Wissensgesellschaft. Ich glaube, das ist eben auch in dieser Konferenz ein wesentliches Thema. Da geht es einfach ganz stark um diesen Wissensausstau Stadtland, was wir ein ganz starkes Bedürfnis der Multilokalen kennengelernt haben. Was bedeutet Multilokalität jetzt eben dieses Leben, Arbeiten, Schlafen, einfach nur sein an mehreren Orten, eben mindestens zwei Wohnsitzer zu haben. Und es hat diese Multilokalität schon in den verschiedensten Formen gegeben, sei es jetzt Algenwirtschaft, die Walzer, der Zimmermänner oder die Marktfahrer, aber diese Ausstiegungsformen sind jetzt viel fichtfältiger geworden. Und wenn man das statistisch ein bisschen runterbrechen möchte, wo ist das jetzt eigentlich wirklich ein relevanter Lebensstil? Das ist für uns auch immer wichtig im Regionalmanagement oder in der Regionalentwicklung, dass man einfach auch zeigen kann, dass das nichts ist, was so ein beiläufiges Phänomen ist, das nur so, also das quasi nicht relevant ist für den ländlichen Raum, das kann man nämlich mittlerweile nicht mehr behaupten. Statistisch erfassbar ist natürlich nur ein kleiner Anteil, das sind diejenigen, die einen Zweitgrundsitz offiziell quasi beleben, also die auch im Zweitgrundsitz gemeldet sind. Viel spannender sind oft diese sogenannten Kryptomultilokalen, diese Scheinmultilokalität, wo Leute zum Beispiel auf dem Sofa von Freunden leben oder ganz regelmäßig das Gästezimmer der Oma irgendwo bevölkern und diese Sparte oder dieser Bereich oder diese Gruppe geht weit über 20 Prozent hinaus und dadurch kann man schon sagen, dass das definitiv auch zahlenmäßig interessant wird. Und hier haben wir die Zahlen, die Sie hier sehen, das verzieht sich auf Oösterreich. Das ist eben ein Teil dieser Zusammenarbeit mit der Oösterreichischen Zukunftsakademie, wo eben über den Trendgericht im letzten Jahr, der geschrieben worden ist, auch wirklich versucht wurde, das statistisch zu erfassen zum Teil. Wie gesagt, also wenn wir jetzt so diese Meta-Ebene verlassen und uns wirklich auf die Multilokalen stürzen, wir haben das unter dem Titel oder dem Motto Multilokale Menschen kennenlernen zusammengefasst, da geht es ganz stark darum, dass wir uns jetzt im Netzwerk damit auseinandergesetzt haben, wer sind denn unsere Multilokalen eigentlich, welche Bedürfnisse haben die, welche Themen beschäftigen die. Und dazu haben wir eine Reihe von Workshops gemacht, das waren dann fünf intensivere Netzwerktreffen, wo wir an diesen Themen gearbeitet haben. Und da sind sozusagen, wie nennen sie die, Meta-Themen erarbeitet worden. Da geht es eben, Mobilität habe ich angesprochen, also die Leute werden immer mobiler, das ist ein ganz klares Kernelement des multilokalen Lebens, das auch sehr wesentlich ist, dieser Bedarf oder dieser Anspruch an die Flexibilität, also multilokale Leute müssen immer flexibel sein, weil sie einmal heute da und morgen dort leben und das bringt natürlich ganz viele Herausforderungen hinsichtlich Vereinbarkeit, sowohl im beruflichen Leben als auch im privaten. Also wir können dann Arbeit und Familie an mehreren Orten unter den Hut bringen sozusagen. Und was für multilokale definitiv ein Riesenthema ist, ist die Offenheit, damit man eben auch als multilokaler so sein darf, wie man ist und dass es ein Lebensstil ist, der was einfach akzeptiert wird. Und das ist, glaube ich, vor allem für den nennlichen Raum ein großes Thema und eine Herausforderung, aber auch eine Chance, wenn man das schafft, eben diese Offenheit zu zeigen und eben die Multilokalen mit ihrem Lebensstil so anzunehmen und durchaus auch von sehr profitieren zu können. Und natürlich auch das Thema, was ist eigentlich Heimat? Oder das beschäftigt multilokale auch sehr. Ja, und jetzt möchte ich einen kurzen Einblick in das Stadtlandernetzwerk geben, weil es schon sehr spannend war, wie wir gearbeitet haben. Und im Vorfeld noch kurz diese Motivlagen. Wie schon gesagt, es gibt diese berufs- und ausbildungsbedingte Multilokalität, also die klassischen Studenten, die man halt immer so im Kopf hat. Aber das geht natürlich weit darüber hinaus, weil wenn man an Familien- und Freizeitbedingte Motive denkt, geht es früher und darum, dass zum Beispiel eine Oma bei der Pflege oder beim Hütten der Enkelkinder in Wien hilft, obwohl sie vielleicht eigentlich im Inglied lebt und vielleicht ganz regelmäßig Zeit in Wien verbringt. Oder Freizeitbedingte Multilokalität, dass jemand einfach wirklich einen zweiten Sitz hat, wo er seinem Hobby nachgeht. Und das möchte ich auch noch kurz einwerfen. Wie gesagt, man hat ja meistens immer diese klassischen Studenten im Kopf, also die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35. Im Rahmen dieses Trendberichts haben wir aber versucht, uns ganz klar auf spätere Lebensphasen das anzuschauen, das Phänomen, weil eben das durchaus auch in der Rush Hour zwischen 36 und 60 ein Thema ist. Also das ist so klassisch, wo man mitten im Leben steht und einfach ganz viel jobbedingte Multilokalität ein Thema ist. Oder eben dann auch im zweiten Aufbruch, wo man dann vielleicht einfach wieder viel mehr Zeit hat nach dem klassischen Karriereende und da die Karriere dann nach der Karriere quasi starten kann. Oder eben wie gesagt diese Enkelbetreuungsdienste zum Beispiel. So, und jetzt schauen wir rein in unser Stadtlandler-Netzwerk, was da so los war. Ich habe vorher die Themen schon angesprochen, die wir ganz klar oder ganz im Prinzip gearbeitet haben. Das waren die flexiblen Arbeitsformen, die Bildungs- und Lernorte, die Multilokalen auch sehr wichtig waren. Also es ist wirklich viel darum gegangen, wir leben und arbeiten einfach an mehreren Orten. Deswegen muss man auch schauen, wie man einfach Lernen im ländlichen Raum schaffen kann. Oder jetzt junge Wohnen. Versuchen Sie mal im ländlichen Raum irgendwo eine klassische WG ausfindig zu machen. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Also da ist die Frage, wie kann man denn so neue Wohnformen da reinbringen in den ländlichen Raum. Und die Antragstelle habe ich auch vorher kurz erwähnt. Spannend war es dann, weil wir versucht haben, diese verschiedenen Phänomene des Multilokalen Lebens, also dieser Vielgestattlichkeit, dieser Vielfältigkeit ein Gesicht zu geben. Da haben wir einerseits mit Videos gearbeitet. Also wir haben ein Video erstellt von wirklich multilokalen Biografien, die wir da porträtiert haben. Und andererseits haben wir an sogenannten Personasilheten, die sehen Sie später noch, haben wir wirklich versucht, auch zu den multilokalen Ausbringungsformen in den verschiedenen Lebensphasen, die wirklich mit ihren Bedarfen und Bedürfnissen und mit ihrem Know-how, das sie geben können, einfach zu porträtieren, damit man sich als Gemeinde, als Region wirklich ein Bild machen kann, wie vielfältig Multilokalität ausschauen kann. Und das Ganze, der Ausfluss wird das sogenannte Denkwerkzeug Multilokalität sein, das wird ein Druckwerk oder wird ein Workbook werden für Gemeinden, mit denen wir in der Regionalentwicklung ganz aktiv an diese Zielgruppe in den Gemeinden herantreten wollen. Ja, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, wie unsere Arbeit im Netzwerk ausgestellt hat, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Man sieht hier eine Reihe von Netzwerktreffen, wo wir in verschiedensten Methodensettings gearbeitet haben. Da rechts oben sieht man natürlich eine klassische Videokonferenz, die wir ziemlich oft gehabt haben, da grenzt der Christian von der Wand hinten hervor. Und rechts unten sehen wir zum Beispiel, wir haben das genannt ab in die Sandkiste, wir haben versucht, da viel mit Design-Thinking zu arbeiten, also wirklich auch kreative Methoden anzuwenden, um spannende Ergebnisse zu bekommen. Was ich vielleicht da anergänzen möchte, uns war es ein Anliegen, dass die Multilokalen die Region auch wieder gut kennenlernen und spannende Orte in der Region kennenlernen. Und deshalb haben wir jeden Workshop an einem anderen interessanten Ort gemacht und ich glaube, das ist recht gut angekommen, weil das ist das, was die Katharina und die Magdalena vorher angesprochen haben, es geht oft nicht um diese Sehenswürdigkeiten, sondern um diese, gibt es keine Liebenswürdigkeiten oder so, oder das, was man halt irgendwie, also was nichts Besonderes ist, aber trotzdem für die Leute, die dort leben, einfach wesentlich ist und ich glaube, das war uns auch wichtig, dass ich das kennenlernen kann. Ja, ein wesentlicher Punkt war für uns, oder was auch spannend war, war unser Video-Workshop. Wie gesagt, wir haben drei multilokale Personen porträtiert und haben im Vorfeld schon einen gemeinsamen Video-Workshop gemacht, wo wir auch die Storyboards gemeinsam geschrieben haben und das merkt man einfach, das sind authentische Biografien, die einfach irrsinnig spannend sind, weil es von den Leuten kommen und so nichts dazu erfinden werden hat müssen, sondern es einfach ein echtes Leben ist, dass wir dann ein Video gegossen haben. und unten diese Personensilbetten sind eben die anderen Personas, die wir dann eben aus diesem Netzwerk, aus dieser Fülle an multilokalen lebenden Menschen entwickelt haben. Und zwar der Austausch auch sehr wichtig, der Lebensstil betrifft ja nicht nur das Innenviertel, logischerweise, das ist ja was, was mehr Regionen betrifft, aber es gibt auch in Steierkirchdorf eine Gruppe, die an dem Thema dran sind und mit denen haben wir letztes Jahr im November ein größeres Austauschstreffen gemacht. Auch da hat es wieder eine Live-Schaltung nach Wien gegeben, das war recht spannend, da war zum Beispiel der Franz Narada dabei und eben auch eine Gruppe von Multilokalen von uns, die dann von Wien aus zugeschaltet waren. Und was ich auch noch auf ein Thema, das ich unbedingt eingehen möchte, ist das Thema Multilokal-Arbeiten. Das war einfach ein Riesenthemenbereich, der die Multilokalen sehr stark beschäftigt, wie das funktionieren kann, dass man an mehreren Orten gut arbeiten kann, und auch lernen kann eigentlich. Und dazu haben wir dann nochmal zwei Vertiefungs-Workshops gemacht, wir haben das Multilokal-Arbeiten genannt, wo wir in zwei entstehenden Coworking-Spaces, das waren quasi Räumlichkeiten, die gerade in der Planungsphase sind, ganz explizit darüber nachgedacht haben, was brauchen wir in diese Coworking-Spaces, damit sie auch den Bedarfen der Multilokalen entsprechen. Und was uns sehr freut, das waren recht reale Projekte, weil es hatten wir nicht oft, dass wir in realen entstehenden Projekten mit konzipieren können, und das war da der Fall, ein Coworking-Space in Wien, im ersten Bezirk, der dort entstehen wird, da haben wir drüber nachgedacht, was da Multilokale brauchen, und einer in Ried im Inkreis, in einer unserer Modellgemeinden, im Haus der Nachhaltigkeit, in der Gießerei, wo eben auch ein Coworking-Space entstehen sollte, und ein Hotel, wo es so ein bisschen der Lernraum war dazu, und da war einfach ganz klar die Frage, was brauchen die Multilokale, damit sie dort gut arbeiten können, ich habe jetzt nur einen Auszug, die wir aus der Design-Thinking-Arbeit wieder mitgenommen, und nur so, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann, es ist einfach auch ganz stark darum gegangen, zum Beispiel, diese Stauraumeregale, was man da rechts unten sieht, das sollte recht groß dimensioniert sein, weil Multilokale nicht immer mit ihren ganzen Habseligkeiten von A nach B pendeln oder reisen wollen, dass man zum Beispiel auch ein Stauraum hat, damit man gewisse Sachen einfach dauerhaft verort lassen kann, also so ganz alltägliche Bedarfe sind einfach Thema gewesen, oder dass man zum Beispiel den Coworking-Space der für die 24-7 nutzen muss können, damit das einen Sinn macht für Multilokale, weil die ja nicht immer so klassische An- und Abreisezeiten haben. Genau, also eben dieses Element der Flexibilität, was da einfach auch wieder stark zu tragen kommen ist. Ja, das war jetzt quasi so ein Einblick in diese Themenbereiche, die Multilokale einfach ganz stark auch bewegen und da beschäftigen und wo es einfach auch Lösungen braucht oder Antworten braucht oder wo wir nach Antworten gemeinsam gesucht haben und nach wie vor einfach auch suchen. Und wie gesagt, wir haben natürlich auch konkrete Modellgemeinden, die mal versuchen, das am Boden zu bringen beziehungsweise eben das Stadtlandernetzwerk, was auch weiterhin bestehen wird. Und da haben wir eben immer versucht, diese wesentlichen Themen herauszuarbeiten, wo wir einfach jetzt konkrete Anknüpfprojekte schon sehen oder wo sich schon etwas entwickelt. Das Multilokal verbinden, da geht es eben ganz viel darum, dass natürlich ein Breitbandanschluss im ländlichen Raum einfach irgendwann zur Grundinfrastruktur gehören wird müssen. Und auch das Verbindung halten mit Informationen ist ein großes Thema. Also wo kriege ich die Informationen, die das Multilokale braucht, um mich gut einbringen zu können. Multilokal arbeiten habe ich schon angesprochen. Multilokal andocken ist auch ein großes Thema. So neue Formen der Beteiligung muss ich immer vor Ort sein, geht eben auch was über Videokonferenzen. Und auch so dieses Thema, wie gestalten wir Freiräume für Kreativität, Innovation, damit wirklich auch dieses Know-how, das die Multilokalen mitbringen, gut und flexibel auch im ländlichen Raum am Boden kommen kann. Also Stichwort eben Otello, Coworking Spaces, welche Anforderungen haben wir in diesem Bereich. Und beim Alltagsleben ist es sicher eine sehr große Herausforderung, weil es ganz oft mit klassischen Infrastrukturthemen verschnitten ist. Das auch mal im Bereich Mobilitätsformen natürlich ergänzend zum öffentlichen Verkehr sind da große Fragestellungen, weil Multilokale ganz oft, also wenn ich aus der Stadt komme, oft einfach kein Auto besitzen und auch nicht haben wollen. Also das ist ein ganz klares Bekenntnis zum autofreien Leben oft. Und da ist einfach die Frage, was gibt es denn im ländlichen Raum, abgesehen vom privaten Pkw. Aber da gibt es einfach viel, da kommen einfach viele Ideen auch in Richtung Sharing-Modelle herein und auch da glaube ich, können sich Gemeinden dann auch spannende Inputs holen. Großes Thema ist auch Kinderbetreuung. Wie kann ich denn temporär eine Kinderbetreuung auch organisieren? Und wie gesagt, diese Frage des flexiblen Teilzeitwohnens, haben Sie jetzt genannt, also wenn ich eben auch nur temporär vor Ort bin, wo kann ich denn unterkommen oder wie kann ich denn wohnen, wenn ich jetzt vielleicht nicht bei meinen Eltern wieder im Kinderzimmer unterschlüpfen will? Also zum Arbeiten hat zum Beispiel einer unserer Multilokalen gesagt, wo kann ich denn, also ich möchte zurückkommen in die Region und möchte nicht an meinem Kinderschreibtisch gefesselt sein und trotzdem hier vor Ort arbeiten können. Ich glaube, das trifft es in dem Fall ganz gut zu dem Thema Arbeiten. Genau. Ja, wie gesagt, unsere Stadtlandler, wo sind unsere Anknüpfungsprojekte, wo geht es konkret weiter? Wie gesagt, die zwei Modellgemeinden in Teilskirchen haben wir jetzt schon gehört, also ein Projekt außer Ausfluss ist für uns auch definitiv die Landprobe in Teilskirchen, wo man das Ganze auch wieder in einer anderen Form auch konkret ausprobiert. Die Katharina und die Magdalena sind zum Beispiel auch über die Stadtlandler-Netzwerk auf die Modellgemeinde Teilskirchen gestoßen, also da sehen wir auch, welche Synergien sich hier ergeben aus verschiedenen Projekten, was uns sehr freut. Und in den Gemeinden hat es natürlich auch Workshops gegeben mit den Multilokalen vor Ort zu den verschiedenen Themen, die wir jetzt eh schon angesprochen haben. Und die Stadtlander, das Netzwerk ist gerade dabei, dass sie wirklich auch versuchen, dauerhaft aktiv zu sein und eine regionale Plattform aufbauen wollen, die eben eine Art virtuelle, reale Andungsstelle für Multilokale in und aus der Region sein soll. Und dadurch einfach hier eine dauerhafte Verbindung auch entstehen kann. Genau. Ja, wie gesagt, natürlich hat auch uns Corona nicht ausgelassen und deswegen hat es dann einige Netzwerktreffen eben in virtueller Folge gegeben. Das hat mir eh schon super funktioniert. Glücklicherweise haben wir dann noch ein Präsenzabschlusstreffen im Sommer machen können, was recht schön war. und in den Modellgemeinden haben wir uns eben stark mit diesen Themen Wohnen in der Verbindung halten eben, wie schon gesagt, auseinandergesetzt. Da sehen wir auch noch zwei Bilder. Und ich denke, man gerade für Gemeinden ist es einfach eine irrsinnig reiche Quelle an Perspektiven von außen und Know-how von außen, was man einfach anknüpfen kann und anzapfen kann. Wie gesagt, also jetzt so aus der Regionalentwicklungsperspektive versuchen wir jetzt die Ausflüsse des Projekts im Denkwerkzeug Multilokalität zusammenzufassen. Das wird ein Workbook, das eben ein Kompass, eine Orientierung für Gemeinden und Regionen sein soll, um sich eben dieser Zielgruppe proaktiv nähern zu können. Also wir versuchen dieses Workbook wirklich mit praktischen Arbeitsmaterialien und Methoden auszustatten, damit man mit dem wirklich gut arbeiten kann. Es gibt einerseits mit dieser Person natürlich einen guten Überblick über diese Formenvielfalt und sollte eben auch trotzdem dann eben dieses Arbeitsmaterialien und Methoden geben, um mit den Multilokalen konkret arbeiten zu können. Nur so ganz kurz, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, an welchen Aspekten wir uns da orientieren oder welche Fragen da im Raum stehen. Also ich glaube auch gemeint, ich muss ganz klar am Anfang die Frage stellen, warum ich mich eigentlich mit Multilokalen beschäftige bin, also was habe ich da für Motivation. Dann kommt schon ganz klar zum Tragen, bin ich überhaupt bereit, mich mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen, also da kommt für mich das Element der Offenheit ganz klar herein, also träume oder lasse es zu, dass die Multilokalen vielleicht andere Ideen reinbringen, die jetzt noch nicht so oder die vielleicht jetzt nicht so, die wirklich über den Tellerrand ausschauen und ich das einfach zulassen kann, dieses Neue. Dann natürlich eine große Herausforderung ist, wie finde und erreiche ich den Multilokalen Menschen, also da sind Gemeinden sehr gefordert, was so Kontakthalten und Verbindung halten betrifft. Hier versuchen wir mit unserem Workbook wirklich ein Methodenrepertoire und Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Verfügung zu stellen, um das wirklich bewerkstelligen zu können. Das ist sicher am Anfang eine große Herausforderung, dass man wirklich die Kontakte zur Verfügung hat. Und dann natürlich die Frage, wer sind eigentlich meine Multilokalen in der Gemeinde, was brauchen die, was können die uns bieten, wo finden man gute Synergien und Schnittstellen und eben abschließend, was können denn vielleicht auch konkret umsetzen, damit ich deren Lebensstil unterstützen kann und dann eben auch von deren Know-how profitieren kann und dass man einfach voneinander wirklich auch profitieren und von dem Lebensstil grundsätzlich profitieren kann. Ja, ich glaube, ich habe eine Punktlandung geschafft. Dankeschön fürs Zuhören und alles Weitere glaube ich jetzt eh in der Fragerunde bin ich sehr schnell durchgerauscht. Das Projekt hat mir viel, viel mehr zu bieten. Ich habe versucht, einen groben Überblick zu geben und möchte auch noch auf unsere Projektpage hinweisen. www.insalzachregio.at habe ich da vergessen, Entschuldigung, Schrägstrich Multilokal, wo man sämtliche Infos zum Projekt erfindet und Detailinformationen zu Themen und Workshops, was so rausgekommen ist. Genau. Dankeschön. Ja. Danke, liebe Stefanie, für deinen umfassenden Vortrag und den Einblick, was Stadtländler, Multilokale einbringen können, was sie bewegt und überhaupt, dass du dich auch auf einer wissenschaftlichen Basis mit diesem Thema, speziellen Thema auseinandersetzt, das für uns auch sehr relevant ist bei der Dorf-Uni. So, nun aber zu unserem abschließenden Fragenblock, den ich versprochen habe. Wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde Zeit und ich schaue jetzt mal in meiner Runde hier in Graz, ob es da Fragen gibt. Ich soll zuerst die anderen fragen. Wie schaut es aus in Obergrafendorf? Franz, gibt es Fragen aus Obergrafendorf? Ich soll zuerst die anderen fragen. Wie schaut es aus in Obergrafendorf? Franz, gibt es Fragen aus Obergrafendorf? Mein Name ist Peter Scholzer-Hümmel, wir nennen uns ein Motto und ich habe eine Frage zu diesem Stadt-Landern-Netzwerk. Wie wird die konzentrieren? Sondern zuerst die anderen Fragen? Wie schaut es aus in Obergrafendorf? Franz, gibt es Fragen? Kann man sagen, ist da der Alterschnitt? Könnten Sie die Frage nicht mehr wiederholen? Jetzt ist ganz schlecht verstanden. Die Frage bitte noch mal wiederholen. Gemischt von der Altersstruktur und auch die Frage, wie wird dieses Netzwerk am Laufen gehalten? Da muss es ja auch, wie wir heute schon gehört haben, sicher Kümmerer geben, die das immer wieder zusammenholen, dieses Netzwerk. also ich habe den ersten Teil jetzt nicht hundertprozentig gehört, aber ich glaube, es ist um die Altersstruktur der Gruppe gegangen und um das, wie das Netzwerk am Laufen gehalten wird. Also diese Altersstruktur des Stadtländer-Netzwerks ist natürlich vorwiegend definitiv im Bereich der jungen Erwachsenen, also ich würde jetzt mal sagen zwischen 25 und 30, wobei ich schon definitiv sagen will, dass wir konkret, insbesondere im zweiten Aufbruch interessierte Leute dazugebracht haben, also das haben wir gemerkt, die Rush ist die schwierigste Gruppe, die wirklich zeitlich am limitiertesten ist, der zweite Aufbruch, sprich so klassisch nach der Pension, da haben wir Aktive dabei, die sie vielleicht nicht so ganz klassisch ins Netzwerk oder immer in der Netzwerkarbeit dabei sind, aber ganz intensiv dann, wenn so konkrete Themen sind, so gerade beim Coworking zum Beispiel, die sich dann da ganz stark engagieren, also das ist definitiv was, die sich dann auch thematisch oft einbinden lassen. Und zu der Frage, wie wird es am Laufen gehalten, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und hat uns sehr stark beschäftigt, was passiert nach diesen zwei Jahren Projekt Laufzeit und da war es dann so, dass wir natürlich uns sehr gefreut haben, wie auch so Netzwerk dann, also wir haben diese Frage auch ganz klar in der Projektarbeit gestellt, wie machen wir weiter nach den zwei Jahren und wir freuen uns jetzt sehr, dass im Sommer oder sie jetzt gerade eigentlich diese Strukturen gerade festigen. unser Kern-Team gefunden sind sieben Leute aus diesem Stadtlander Netzwerk, die ganz klar sagen, sie wollen weitermachen und dort gibt es jetzt auch wirklich eine Gruppe, die das einfach forciert und das Thema weiter treibt, aber das ist definitiv die Frage, wer kann der Kümmerer oder die Kümmererin sein und diese Frage muss geklärt sein, weil sonst klar ist, dass das nur ein Anstoß gewesen wäre und das nicht in der Form weitergegangen wäre, also das ist sicher immer eine ganz wichtige Frage, wo wir jetzt das Glück haben, eben wie ich vorher schon erwähnt habe, der Christian Fuchs, der in unserer Runde ist, dass der da eine ganz wichtige Person ist und eben da dieses Netzwerk auch unterstützt beziehungsweise da eine wesentliche Kümmererfunktion übernehmen wird, eben mit diesem Kern-Team von sieben Leuten. Nachdem die Stefanie den Christian gerade angesprochen hat, möchte ich zum Christian schwenken. Christian, möchtest du auch noch was beitragen beziehungsweise uns Fragen aus dem Chat, also auch vielleicht zu den anderen Vorträgen, zu den anderen Inputs, gibt es da was von deiner Seite? Gerade den Ton eingeschalten? Genau, es gibt jetzt noch keine Fragen aus den Chats, es waren klarerweise spannende Vorträge, aber mir scheint keine offenen Fragen. Wir hatten, ja, bitte, dann haben wir noch eine Frage aus Graz von der Brigitte Grazwald. Ja, ich habe das auch sehr spannend gefunden, dass ihr euch mit der Frage Multilokalität und Stadt-Land- Beziehungen so wissenschaftlich beschäftigt, weil ich habe diese Erfahrung auch gemacht, ohne wissenschaftliche Reflexion, den Großteil meines Lebens am Land gelebt, bin dann in die Stadt gegangen, an die Uni, politische Initiativen und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Sprache, um den Menschen, mit denen ich früher zusammengelebt habe, zu sagen, zu erklären, was mache ich da jetzt eigentlich in Graz und gleichzeitig hat mich das, was die dort gemacht haben, nicht mehr so interessiert, irgendwie war es fast so eine Erfahrung wie in abgeschwächter Form, wo die Emigrantinnen oft berichten, zu einer Kultur gehört man nicht mehr dazu und zu der anderen, aber auch nicht so richtig. Habt ihr solche Erfahrungen, könnt ihr da was sagen dazu? Da war auch an die Stefanie. Ja, also da kann man definitiv was sagen dazu, weil gerade, also das war recht schön, wir haben uns eben gerade in der Netzwerkarbeit am Anfang da recht viel Zeit genommen, um uns über solche Diskussionen oder auch solche Diskussionen einfach auch einzulassen, wie es einfach auch geht, wenn man dann eben so ein mutilokales Leben führt. Und wie sie das beschreiben, also so dieses, man gehört da und dort nicht so dazu oder insbesondere oft ist das am Land eine große Herausforderung, weil man so als Staddinger, ich sage es jetzt mal ganz salopp, bezeichnet wird und da gewisse Hemmschwelle einfach auch da ist, das war definitiv zu beobachten, deswegen, deshalb ist auch für uns das Thema der Andogstellen ein ganz wesentlicher Punkt, weil es einfach ganz klar darum geht, dass man eben nicht so alleine da steht mit diesem Gefühl und dass man deshalb in der Region Andogstellen braucht, wo man Gleichgesinnte kennenlernt und es ist dann einfach emotional leichter wieder anzudocken, weil dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt zwingend in meiner Heimatgemeinde so diese Community, aber zumindest habe ich es in der Region und das ist glaube ich da ganz ein wichtiger Mehrwert, um auch emotional wieder gut anzukommen. Also das war definitiv ein großes Thema und das war dem Multilokalen ein großes Bedürfnis und eine große Erleichterung eben diese Erfahrung zu machen, es gibt andere so wie mich, die doch irgendwo im ländlichen Raum auch leben wollen, aber vielleicht eben nur temporär hier sind oder eben temporär wieder in der Stadt sind und die brauchten einfach die Community vor Ort, der es ähnlich geht, damit man einfach wirklich auch gut emotional ankommen kann. Also das können wir definitiv bestätigen und war ein Riesenthema, ja. Also dieses eben, das Gefühl der Heimat, wo ist das eigentlich? Und wir haben uns auch ganz intensiv damit auseinandergesetzt, also das war definitiv ein wichtiger Punkt. Genau. Danke, liebe Stephanie. Das war jetzt glaube ich auch ein schöner Schlusspunkt. Wir haben jetzt eine Punktlandung mit 6 Uhr. Es gibt keine Fragen mehr aus Obergrafendorf. Falls es auch aus dem Chat jetzt keine Fragen mehr aufgetaucht sind, dann würde ich gerne, möchte ich gerne diesen Blog schließen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen im Chat, bei allen Teilnehmerinnen in den verschiedenen Standorten, aber auch bei unseren Vortragenden, die uns wirklich ganz spannende Einblicke in interessante Projekte gegeben haben. Wir haben jetzt glaube ich 30 Minuten Pause, bis wir dann in die Abendeinheit gehen, wo es dann um Erkenntnisse, Reach-outs aus dem heutigen Tag weitergeht. Gibt es noch irgendwas organisatorisches, wichtiges seitens dem Franz oder können wir Pause machen? Gut, danke schön. Herzlich willkommen zum letzten Blog unserer heutigen Konferenz oder unseres heutigen Konferenztags, dem Reach-out-Event. Wir alle sind sehr inspiriert, erschöpft, weil sehr viel heute gesagt wurde, sehr inspirierende und spannende Vorträge, die ich, Franz Narater und danach noch Christine Berndal in den nächsten 20 bis 30 Minuten versuchen zusammenzufassen, für all jene, die erst jetzt zuschalten oder auch Teile des heutigen Tages verpasst haben. Danach werden wir zu drei Außenstellen schalten und mit ihnen vertieft über ihre Situation, über ihre Bildungssituation in ihrer Region oder Gemeinde zu sprechen. Wir sind nachher Gleisdorf, Pressbaum und Vöcklerbruck. Der Standort in Friesach ist uns leider ausgefallen. Ich möchte gleich direkt einmal an Franz Narater übergeben, weil er hat diesen Tag eröffnet mit einem Vortrag und bitte dich, Franz, in Obergrafendorf kurz zusammenzufassen, was du gesagt hast, ehe ich dann auf den Vortrag von Anke Strüber und von Gerhard Mathis eingehen werde. Bitte, Franz. Also ich habe heute so quasi die Eröffnung für dieses Event gemacht. Das Event, dass ich auf eine ganz fundamentale Weise am Anfang mit der Frage nach der Bildung im ländlichen Raum, Moment, nach der Frage nach der, kriegt ihr den Ton jetzt? Können Sie mich hören? Ja, der Ton ist da. Aha, der ist, okay, wir haben ein bisschen technische Probleme. Die Frage nach der Bildung im ländlichen Raum ist eingebettet in die Frage nach der Zukunft des ländlichen Raums und die Frage nach der Zukunft des ländlichen Raums wird heute noch sehr widersprüchlich beantwortet, aber die Menschen, die hier versammelt sind bei diesem virtuellen Event, die Menschen, die die Dorfuni für eine interessante Sache befinden, die glauben an die Zukunft des ländlichen Raums und was mir sehr wichtig war, war zu zeigen, dass die Zukunft des ländlichen Raums auch dadurch determiniert wird, dass wir neue und noch nie dagewesene Werkzeuge haben, den Raum zu überwinden und so etwas wie ein zunehmendes, ich sage jetzt mal urbanes Leben im ländlichen Raum zu entfalten. Also das, was bis jetzt sozusagen Privileg der Städte war, Bildung ist dadurch, dass wir dieses digitale Tool haben, auch in einem noch nie dagewesenen Ausmaß für den ländlichen Raum möglich und es gibt sehr, sehr viele Gründe und ich habe einige davon zusammengefasst, den ländlichen Raum auch als Lösung zu betrachten für die vielen Krisen der Gegenwart. Wobei ganz klar ist, dass der ländliche Raum in einer Wechselbeziehung, in einer Polarität zu den Städten steht und aber nicht mehr nur in dem Sinn, dass er für die Städte jetzt der Lebensproduktionsraum ist, sondern er ist tatsächlich Lebensraum und er ist auch Zufluchtsraum für Menschen, die eigentlich zunehmend am Ticht des Rest der Städte leiden. Und die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten im ländlichen Raum hängen sehr, sehr stark davon ab, wie offen Menschen sind, dass im ländlichen Raum, dass Menschen auch aus den Städten zurückkommen und teilnehmen an der Kreierung von diesen neuen Möglichkeiten und Bildung spielt eine zentrale Rolle, wenn es wirklich darum geht, äquivalente Standards mit Städten zu erreichen. So weit einmal. David? Ja, danke Franz. Was danach Anke und Anke Strüber und Gerald Mathis gesagt haben, möchte ich jetzt gar nicht trennen, sondern die beiden haben sich mit zwei unterschiedlichen Positionen, einerseits aus der stadtgeografischen Perspektive von Anke Strüber und dem Regionalentwickler Gerald Mathis. Also wir kehren jetzt in die gute alte Zoom-Technik zurück, nachdem wir einige experimentelle Ausflüge unternommen haben. Ja, David wird vielleicht später noch berichten, sobald es wieder einigermaßen läuft. Wir haben, nachdem Anke Strüber und Gerald Mathis ihre Perspektiven auf den inneren Zusammenhang von städtischer und ländlicher Entwicklung gerichtet haben und die schmähliche Vernachlässigung des ländlichen Raums, wobei wirklich bei, wie soll ich sagen, ein zunehmendes Interesse zu konzertieren ist, überall in der Wissenschaft. Wir haben dann eine Region vor dem Vorhang gebeten. Wir haben eine Region vor dem Vorhang gebeten, die sich selbst als Bildungsregion versteht und wir haben einfach einmal gezeigt, indem wir diese Region sozusagen in einigen Rollen, Facetten und auch Aktionen sich selbst präsentieren haben lassen, was eigentlich möglich ist, wenn wir die Notwendigkeit von Bildung nicht nur verstehen, sondern auch damit in die Lage uns versetzen, die soziale Kohäsion. Es wurde irgendwann einmal gesagt, Bildung, das ist eigentlich etwas, wofür man am Abend ausgehen sollte. Also es sollte zum Event werden. Es sollte aber auch sozusagen die vielfachen Bedürfnisse der Menschen im ländlichen Raum befriedigen helfen. Wir haben gezeigt, dass oder diese Region hat gezeigt, dass es dazu sowohl einer atmosphärischen Wertschätzung von Bildung bedarf, als auch einer Infrastruktur. Diese Infrastruktur wurde uns vorgeführt. Es gibt mittlerweile in elf Gemeinden dieser Region multifunktionelle Zugangsräume. Wir von der Dorfuni haben uns natürlich total gefreut, weil das ist genau das, was wir uns eigentlich von ganz Österreich erträumen, dass wir Zugangs- und Lernorte in Gemeinden vernetzen können, miteinander vernetzen können, dass dieser virtuelle Impuls eben auch dazu führt, dass Menschen ihn gemeinsam sozusagen erleben und dadurch auch eine Inspiration für gemeinsames Handeln gewinnen. Das wurde noch abgerundet durch einen fulminanten Vortrag eines Bürgermeisters aus der Region, der uns gezeigt hat, wie sehr digitales Lernen alles auf den Kopf stellt, was wir bisher über Bildung gewusst haben oder geglaubt zu wissen haben, dass es aber nicht auf die hundertprozentige Digitalisierung ankommt, sondern auf das sinnvolle Miteinander, das mit einem Cocktail verglichen, den man mixt zwischen der Virtualität und der Realität. Ich glaube, dem ist kaum was hinzuzufügen und ich möchte jetzt wieder zurückgeben nach Graz. Hoffentlich habt ihr eure Probleme schon gelöst. Graz ist abgestürzt. Ich referiere jetzt einfach statt dem David ein bisschen, was Gerhard Mattis gesagt hat. Er hat uns Dinge gesagt, die in ihrer Klarheit und ihrer Prägnanz uns wirklich erstaunen haben lassen. Er hat uns sechs Postulate gebracht für die Bewusstseinsbildung für den ländlichen Raum. Zunächst hat er allerdings uns dargestellt, dass die größte Anzahl von Menschen, die, wenn sie könnten, ihren Wohnort frei wählen könnten, nämlich 44 Prozent, also das ist eine deutsche Umfrage, ähnliche Umfragen gibt es auch in Österreich, sich eher in kleinen Dörfern und Gemeinden niederlassen wollen. 33 Prozent in kleinen und Mittelstädten, also sehr, sehr erstaunlich. Und es ist von Gerhard Mattis darauf hingewiesen worden, dass die ganze Entwicklung des ländlichen Raums noch immer sehr fehlorientiert ist, nämlich auf der einen Seite eine Landwirtschaftsförderung, die den Löwenanteil der finanziellen Mittel schluckt und auf der anderen Seite eine integrierte Politik für den ländlichen Raum namens Daseinsvorsorge, in der aber das allerwesentlichste Element fehlt, nämlich die Wirtschaftsentwicklung. Er nannte die Wirtschaftsentwicklung das Stiefkind der Regionalentwicklung. Während also Städte in immer dringlichere Probleme geraten, durch die Dichte, durch die Landflucht, die in den letzten Jahren schon, nicht erst durch Corona, immer unangenehmere Folgen gezeigt hat, müssten Stadt und Land an einem Strang ziehen, um diese Probleme zu lösen. Aber dazu muss sich das Fördersystem, noch das Finanzierungssystem total ändern. Seine sechs Postulate in Kürze. Erstens Schaffung produktiver Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Arbeitsplätze in zumutbarer Entfernung sind die Grundlage der Daseinsvorsorge. Und das verdient mehr Aufmerksamkeit und Forschung. Zweitens Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit. Jetzt einmal auch auf dem Gebiet diese Arbeitsplätze zu schaffen. Drittens ein Verkehrswesen, das eine optimale Pendlerqualität auch im regionalen Nahraum erlaubt. Viertens natürlich Breitband und Internetversorgung als zentraler Standortfaktor. Immer noch hinkt der ländliche Raum trotz aller Telekom- und Breitbandmilliarden der politischen Ankündigungen hinten nach. Fünftens. Die Entwicklung auf dem Land muss von innen herauskommen. Die endogenen Potenziale müssen aufgeweckt werden. Wir brauchen Psychogramme von Standorten, wo wir die engagierten Menschen sozusagen auch identifizieren, die sich aktiv betätigen wollen. Derzeit herrscht noch natürlich von Vorarlberger Perspektive besonders krass sichtbar ein Obrigkeitsdenken und ein kontinuierliches Jammern vor. Sechstens wiederum interkommunale Zusammenarbeit, diesmal aber nicht nur für Arbeitsplätze, sondern auch alle Fragen Wohnraum, Freizeit, Versorgung, Daseinsvorsorge ist nur auf kleinregionaler Ebene durch die Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden wirklich zu lösen. Und das ist eigentlich der Rahmen, in dem der ländliche Raum vielleicht mehr Zukunft hat als heutzutage. Wie schauen wir in Graz aus? Bitte. Wenn man mich hört und wenn man mich sieht, kann ich gerne fortsetzen. Also dieses Zusammenspiel zwischen Stadt und Land, weil das eine bedingt das andere und umgekehrt, wenn ich auch an Matis Vortrag denke, dass man, kann man den Ton ausschalten, dass man, dass man denn als Stadt, wo ja auch die Kritik von Gerald Matis war, dass der Fokus vieler auch Forschungsarbeiten sehr stark auf die Stadt fokussiert ist, müsste eigentlich die Stadt einen Fokus oder eine Unterstützungsleistung für den ländlichen Raum geben. Und während Gerald Matis sehr stark auch von der ökonomischen Perspektive oder von der Standortfrage gesprochen hat, hat sich Anke Strüber vom Institut für Geografie und Raumforschung an der Uni Graz, Stadtgeografin, mit der Konstituierung dieser beiden Räumlichkeiten beschäftigt. Also was macht das städtische aus und was macht das ländliche aus, beziehungsweise auch diese beiden Kombinationen, so wie ihr Vortragstitel auch heißt, das urbane Dorf. Das heißt, diese Qualitäten, die urbanen Qualitäten, die Städte aufweisen, auch zu übertragen oder zu denken, wie das im ländlichen Raum funktionieren kann. Sehr modern ist jetzt der Begriff der Smart City, neu aufkommend, ein EU-Programm, die smarten Dörfer, die smarten Villages, auf die jetzt Anke selber nicht eingegangen ist, aber trotzdem der Gedanke, was müssten wir von den Smart Cities ad acta legen, um tatsächlich auch smarte Dörfer zu haben. Es ist auch mehrmals, darauf wird nachher Christine Berndal noch eingehen, auch gesprochen worden, dass man nicht alles digitalisieren muss und so ist auch die Smart City als Entwicklungskonzept oder auch als raumplanisches Konzept eher auch immer mit Vorsicht zu genießen. Die Frage ist immer, wer profitiert von welchen Räumlichkeiten? Wer hat denn die Möglichkeit auf ein Recht auf Stadt, setze ich dabei auf die Untersuchung oder auch auf das Konzept von Henri Lefebvre aus dem Jahr 1968 berufen, der gemeint hat, dass jeder Mensch in der Stadt ein Recht auf Teilhabe hat an den urbanen Qualitäten, die wir genauso auch in den ländlichen Raum, also auch ein Recht auf Land oder auf das ländliche übertragen können. Das heißt, Zugang zu den wichtigsten Dienstleistungen, zu den Basisinfrastrukturen, zu den kulturellen Angeboten einer Stadt, aber auch das Recht auf Differenzierung, nämlich man muss sich nicht in einer Einheitsmasse bewegen, sondern man kann seinen eigenen Lebensstil finden. Und zu guter Letzt die Aneignung. Das heißt, wem gehört die Stadt, wem gehören einzelne Infrastrukturen, wem gehört der Raum, wer darf ihn wie nutzen? Und das ist auch eine Grundfrage, wenn es darum geht, Disparitäten abzubauen, egal ob es zwischen dem städtischen oder dem ländlichen ist oder innerhalb der Stadt, wo es auch große Unterschiede gibt, wer Zugang zu welchen Möglichkeiten hat. Das gleiche kann man später auch auf die Bildung übertragen, aber das wird nachher Teil von Christines Zusammenfassung sein. Dann haben wir noch ganz kurz eben erwähnt, welche Möglichkeiten, sagen wir auch die Digitalisierung oder das Smarte im städtischen und im ländlichen hat. Nämlich die Smart City hat eine Gefahr, nämlich dass die ganzen digitalen Angebote, die sehr stark auch mit einem Nachhaltigkeits- oder mit einem grünen Etikett versehen werden, eher einen Rebound-Effekt erzeugen. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn man Carsharing nutzen kann, dass es nicht zwangsläufig dazu führt, dass man weniger fährt, sondern dass man eher geneigt ist, günstig oder preiswert auch zum Spaß herumzufahren. Und selbst wenn es auf E-Mobility ist, sind es trotzdem die Infrastrukturen, die dafür benötigt werden. Umgekehrt hat sich noch ein plädiert, wenn wir für Smart Villages denken, die ja, wie Gerald Mattis gesagt haben, auch nur Utopien sind, solange man auch nicht die Grundvoraussetzungen dafür schafft, wie den Breitbandausbau etc., plädiert sich sehr stark für einen Commons-basierten Ansatz. Das sind Commons, Commons sind, man sagt auch Gemeindgüter dazu, Dinge, die man gemeinsam produziert, schafft und erhält. Das heißt, eine Art Plattform, Peer-to-Peer, wo nicht große Konzerne, wie in der Share Economy oder auch andere Anbieter, das eher aus dem Prinzip der Geldwertschöpfung tun, sondern tatsächlich auch Bedürfnisse im ländlichen Raum zu haben. Das heißt, diese Möglichkeit, auch in weniger dicht besiedelten Gebieten, sich auch wiederum sozial zu begegnen. Wir haben nachher in der Diskussion noch einige Beispiele gehört, die wir nachher in der Dokumentation sehen können, die vor allem die Mobilität, zum Beispiel Modelle wie den Bürgerinnenbus, wo solche Gemeinschaftsdienstleistungen von der Bevölkerung durch freiwillige Arbeit organisiert werden. Plattformen können in dem Sinn dabei unterstützen, das sind auch Plattform-Commons, im ländlichen Raum hier etwas zu bewegen. Das kann man auch nicht nur auf die Mobilität beziehen, sondern auch auf den Bereich Care, Pflege, diverse soziale Dienstleistungen, die es gibt. Und das wäre auch insofern eine Chance, weil natürlich der Markt für die meisten Anbieter im ländlichen Raum eher unattraktiv ist, als im städtischen. Und eins hat sich auch hervorgehoben. Bei all den Themen oder bei all den Diskussionen von wachsenden Städten und da kann man durchaus das Gefühl haben, oder Matis zustimmen, was das urbane Dorf ausmacht. Man möchte sich nicht in einer anonymen Masse bewegen oder nicht nur, sondern man sucht sich dann doch auch wiederum das Kretzel, die Kieze, die Bezirke oder Stadtteile, wo man sich kennt. Graz, ein Beispiel, ist eben der Stadtteil Lend. Also man fühlt sich dort eigentlich wie in einem Dorf. Und die Vorteile aus beiden werden wir sehen. Auch hier hat Anke natürlich keine definitive Antwort gehabt, aber es wird an uns liegen, hier Möglichkeiten zu suchen, um urbane Qualitäten in den ländlichen Raum zu bringen, umgekehrt weiter dafür zu sorgen, dass rurale, ländliche Gewohnheiten auch in der Stadt verankert werden, ohne den Nebeneffekt zu haben, zu einer Gentrifizierung, also zu einer Aufwertung beizutragen, die ärmere Bevölkerungsgruppen verdrängen würde, was wiederum dem Recht auf Stadt oder auch dem Recht auf Land widersprechen würde. Das waren so die wesentlichen Punkte und ich würde noch Christine bitten, den letzten Block, einfach zu mir kommen, Ja, zum Block, letzten Block, Bildung und Regionalentwicklung. Wir haben von Klaus Thiel gehört, dass das österreichweite Programm Lernende Regionen, das ist so eine Erfahrung, dass die Politik sehr wohl Anstöße geben kann, Anstöße schaffen kann, damit Bildung, Erwachsenenbildung in den Regionen aktiv werden kann. Es war so ein Basisprogramm von der Landwirtschaft in diesem Fall ausgegangen, weil LIDA ist ein Landwirtschaftsprogramm. Es ist ein wesentlicher Impuls, wurde aber sehr unterschiedlich umgesetzt. Also manche Regionen haben sich da ziemlich reingehängt. Die Projekte, die 2008 und 2009 begonnen haben, wurden weiterentwickelt. Es gibt sie zum Teil immer noch. Manche haben das vielleicht auch halbherzig gemacht, also unterschiedliche Erfahrungen. Es hat sich aber verselbstständigt. Mein Wunsch wäre, also ich habe selber in dem Programm auch zum Teil mitgemacht, dass man das ausweitet, auch auf zivilgesellschaftliche Initiativen, um auch hier verstärkt Partizipation in ihrem vollen Ausmaß zu ermöglichen. Also nicht nur, dass die Leute ihre Ideen einbringen, sondern dass sie auch wirklich mitbestimmen können, wann, wie Bildung und was Bildung, welche Art von Bildung passiert, so wie das in der Dorfuni auch angedacht ist. Ja, dann hat man die Initiative RORASMUS. Spannende Initiative von einem Architektenpaar. Die Inhalte sind bei mir jetzt noch nicht ganz klar. Geht es speziell um Architektur in diesen Programmen, also in dem RORASMUS-Semester oder wird es auch verstärkt auf verschiedene Dinge ausgeweitet, auf verschiedene Disziplinen. Ich glaube, wenn es gut angegangen wird, kann es für mich eine ganz spannende Initiative sein, um Studierende, für Studierende, aber auch für die Gemeinden, um Erfahrungen zu sammeln, Studierende, die ja irgendwie doch sehr stark theorielastig, sehr stark akademisch unterwegs sind, vielleicht auch ein Stück weit weg von dem Elfenbeinturm und ich glaube, es kann auch ganz gut Vorurteile auf beiden Seiten abbauen, Forschung, aber auch in den Regionen. Die Landprobe, Katharina Spahnlang und Magdalena Hubauer, für mich ein super schönes Beispiel, was wirklich passieren kann, wenn man junge Menschen unterstützt, quasi aus sich heraus eine Initiative auf die Beine zu stellen. Ein sehr schönes Beispiel, wenn man ihnen Gehör verschafft und vor allem, was für mich die Frage, die ihnen so offen bleibt, wie schaffen wir es, wie können wir es schaffen, dass weitere junge Menschen strategisch ihre Ideen einbringen dürfen, entwickeln dürfen und damit auch Jobs für sich bekommen können oder eben Projekte und auch ihr Leben in Zukunft finanzieren können. Also, dass auch Jobperspektiven daraus entstehen. Auch ein Beispiel dafür, man muss nicht alles digitalisieren. Sie haben das ja sehr schön erklärt, wie was so in den letzten Tagen entstanden ist, in dieser Probewoche. Es braucht vor allem auch hybride Konzepte, also Menschen, die sich in echt treffen, damit etwas Spannendes entstehen kann. Online ist wohl auch eher ein Kommunikationsmittel, aber auch ein Mittel, um die Dinge zu verbreiten. Stefanie Moser mit der Multilokalität, Oberösterreichische Initiative. Sehr spannend, das aufzugreifen und strategisch zu entwickeln. Das heißt, was brauchen Stadtländler, was brauchen Menschen, die multilokal sind? Eigentlich etwas Phänomen, das es schon lange und schon immer gibt, aber das jetzt wirklich wissenschaftlich von ihr angegangen wird und auch in ein praktisches Projekt gut auf den Boden gebracht wird. Welcher Segen es sein kann, wenn junge Menschen ihre Wissen und ihre Erfahrungen auch wirklich in ihre Region oder auch in anderen ländlichen Regionen einbringen können? Das heißt, der Appell an die Gemeinden, geht es auf die Abgewanderten zu oder auch eure Zweitwohnsitzer, weil die haben auch ganz viel zu sagen und ganz viel einzubringen und Multikulturalität entsteht auch durch das Aufbrechen zum Beispiel jetzt sehr klassische Paarbeziehungen, wie wir das jetzt merken. Also es gibt immer mehr Fernbeziehungen, es gibt immer mehr Lebensabschnittspartnerschaften, die auch ganz viel Multilokalität bedingen. Also in verschiedenen Lebensphasen, nicht nur, wenn man jung ist, sondern in allen Phasen. Also das soweit meinerseits. Das war im Wesentlichen, was heute passiert ist und ich möchte jetzt zu den Außenstellen schalten beziehungsweise zu Konstanze Weiser, weil wir haben bis heute eine Umfrage gemacht und die herumgeschickt und einigen Gemeinden, um einfach Antworten zu bekommen, wie deren Situation, wie schon beschrieben, ist im Bereich der Bildung. Und hierfür wird Konstanze Weiser von Greenscales Austria jetzt ein paar Beispiele, aber ein paar Antworten liefern. Wir haben drei Fragen gestellt, aber das macht am besten wirklich Konstanze. Ja, ich muss jetzt noch schauen, dass ich mein Screensharing schaffe. Ähm, sofort. Okay. Seht ihr meinen Bildschirm? Ihr habt keinen Ton von mir? Okay. Dann mache ich mal einen Versuch, das Headset wieder auszuschalten. Ist jetzt besser mit dem Ton? Ja, ja, aber wir haben wieder eine Kopie. Okay. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Headset. Okay. Ja, wir haben einige Außenstellen gehabt. Wir haben das einfach nur im Überblick dargestellt. Also das war zum einen in Friesach in Kärnten, Gleisdorf in der Steiermark, Freisbaum, also in Niederösterreich, aber bei Wien in der Nähe, Gutenstein auch in Niederösterreich, St. George am Kreisberg, Nessebach bei Graz, Maisau, Vöcklerbruch. Da waren ganz viele Impulse von dort und sogar jemand aus den Niederlanden. Und auch einige individuelle Beiträge, die sind jetzt nicht alle vor. Ja, aber nur damit ihr eine Idee habt und ich mag auch schon zur ersten Frage gehen und zwar, welche Form und welche Inhalte von Bildung können gewährleisten, dass die Gemeinde, die Kleinregion, das Dorf, das seine gegenwärtigen und zukünftigen Bewohnerinnen lebendig bleibt und genügend Menschen einander bei dieser Aufgabe wechselseitig unterstützen. Also diese Frage ist an alle Teilnehmerinnen und Interessierten geschickt worden und auch von ganz vielen beantwortet worden und wir haben jetzt versucht, also der Christian und ich, das zu klastern. Zum einen in Bezug auf die Formen und ich zoome jetzt ein bisschen rein, damit ihr ein bisschen was seht. Zum einen war die Antwort aus Vöckler-Agra so niederschwellig und einfach wie möglich, ohne große Erklärung über die Form und die Hintergründe, sondern so, dass man einfach am besten gleich ins Tun kommen kann. Beziehungsweise ein Wunsch aus Maisau, dass es auch in Form von Unterhaltung sein kann, also wie ein Tabsruz oder Kabarett mit Filmen oder einfach niederschwelligem Austausch dieses Wissens. Beziehungsweise dass gemeinschaftliche Erlebnisse die wichtigsten Bildungsmomente sind, wenn sie fördern die Solidarität, wie das Grundlage für unser Geschehen und wie volles Zusammenleben ist. Und das ist egal, ob das jetzt Natur, Natur, Kultur oder Musikerlebnisse oder auch bei Sport- oder Sozialprojekten Sachen sind. Es war auch so, es braucht in Bezug auf non-formale Bildung ganz viele Diskussionsformate oder Workshops, Bürgerbeteiligungsplattformen, einfach einen Dialog statt dem Monolog und bis in frontalen Bildungsformaten. Beziehungsweise also der Wunsch nach einem Marktplatz kreativer Räume, im Kulturzentrum oder Bauernhöfe, wo man einfach nur fallweise wieder in Schulen und dass man einfach auch anders denken lernt. Und eine Aussage war, ein gutes Team, das Zusammenarbeit und sich gegenseitig unterstützt, ist wirklich das Kernelement für jedes Bildungsangebot. Ich denke, wir sind jetzt gerade da dabei, mit euch diesen Kern zu legen, weil wir im Kern-Team einfach noch jede Menge Unterstützung, die brauchen können. Ich bin jetzt ein Stück zu weit, ich muss noch, aha, die Inhalte sind jetzt irgendwie verloren gegangen, vielleicht kommen sie noch, ich gehe trotzdem zur Frage 2. Was kann und möchte eure Gemeinde, eure Dorfregion dafür tun, dass insbesondere junge Menschen in den Ort oder in der kleinen Region bleiben oder nach dem Studium wieder zurückkommen? Also welchen Lehrboden brauchen sie in ihrer eigenen Zukunft und damit die aller anderen zu gestalten? Und was kann die Bildung dazu beitragen? Das war oder ist die zentrale Frage der Dorfregion, glaube ich, also nicht nur die Jungen, aber generell, was kann diese Bildung dazu beitragen? Und es sind wirklich ganz viele Fragen eingegangen. Zum einen, ich zoom wieder rein, was zum Bleiben veranlasst sind auf jeden Fall die Freunde und die Gemeinschaft, aber auch der Raum einfach, wo man sich auch mal zurückziehen kann, die Natur und die Menschen in den Vereinen und das fängt sich schon von klein auf an. Beziehungsweise es war dann ein ganzer Cluster, also dieses Bleiben und welchen Lehrboden es braucht, da war so ganz viel zu diesen kurzen Wegen und auch gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, rückgleichen Parks, beziehungsweise dass die Stadt einfach die Räume bieten muss, in denen Begegnungen und öffentliches Leben möglich sind. Und ja, da geht es um Stadtgestaltung und wie dieser Lebensraum attraktiv sein kann und dass diese jungen Leute einfach auch einen Platz brauchen, um zu gestalten, also mit Kunst und Struktur beziehungsweise auch eine Förderung von leistbarem Wohnraum. Also das war auch ein ganz wichtiger Punkt beim, also was hilft, um wieder zurückzukommen, das ist also die leistbare Wohnmöglichkeit und Arbeitsplätze beziehungsweise einfach Pendelmöglichkeiten und eine gute Internetanbindung, damit man auch Homeoffice machen kann. und natürlich auch Bildungsangebote, damit sie die Menschen befähigt, selbstreflexiert und respektvoll mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen umzugehen und eine bessere Information zur Beteiligung der Bevölkerung, dass auch die Stärkung von Orten und Stadtkernen im Sinne einer aktiven Bürgerbeteiligung bei Agenda 21 gelebt werden kann und ja und dann nochmal also Bildungsangebote sind auf jeden Fall ein zusätzlicher Anreiz in der Region zu bleiben oder zurückzukommen. Ein Beispiel war dieser Film von Theresa Düsselberger »Weiß das Dorr« den ihr unter zukunftsorte.de findet, wo sie einfach ganz viele positive Beispiele zeigt, wie das Leben in Gemeinden nachhaltig zu verbessern wird. Ja und ich merke jetzt, ich habe einen Punkt übersprungen, ich bin nämlich nicht an die Außenstellen gegangen, um diese Frage zu erzielen. Ich stoppe mal kurz meinen Bildschirm, weil wir haben eigentlich gesagt, wir wollen schauen, ob aus den Außenstellen noch weitere Impulse kommen können. Können Sie mich also raushalten und den Christian rein? Das wäre jetzt wieder Plan gewesen. noch Fragen aus den Außenstellen gibt. Ich möchte nicht online sein, weil der ist ja nicht den ... Gibt es Fragen oder Ergänzungen aus Pressbaum, aus Vöckler-Buck oder aus Gleisdorf? Ja. Wir fangen in Gleisdorf an. Euer Ton ist nicht gut. Und Gibt es jetzt besser? Ja. Also, dass wir vom Reden zum Tun kommen müssen. Nicht besser. Dafür konkrete Probleme Lösungen nicht im Austausch mit anderen sozusagen direkt zur Umsetzung führen. Das wäre für Gleisdorf ein Anges. Das wäre zu Frage zwei haben wir auch die Idee, dass als Nervosen die Vision, die Gemeinde eine Vision entwickelt wird, welche Funktionen, welche Aktivitäten braucht eine nachhaltige Wirtschaft und aus dieser Vision Bildungsangebote und Förderungen für neue Aktivitäten überlegt. Das wäre doch attraktiv in der Zukunft und auch für die Leute Räume für die Räume für Räume für die Begegnung von jungen Anbietern. Dabei auch den Verkehr bedenken, den öffentlichen Raum nicht einfach für dich in Anspruch auf Menschenplatz oder Menschenplatz Last zu sagen. Vielen Dank für diese Ergänzungen aus Gleisdorf. Möchte jetzt ihr Pressbaum oder Vöcklerbuck noch hinzufügen? Geht's darum, dass wir einfach jetzt so wie die anderen was dazu sagen? Wir sind die jenigen, die das initiiert haben im Pressbaum. Wir sind alle Mitglieder von einem Wohnprojekt, einem gemeinschaftlich organisierten Wohnprojekt. Wir sind erst vor zwei Jahren hier eingezogen. Damit fühlen wir uns nicht in der Lage, Interessen der Bevölkerung zu repräsentieren. Wir sind heute dabei, um erst mal von der Infrastruktur, von der technischen her auszutesten. Für mich war spannend, wenn wir das erste Mal die Bevölkerung bewerben und schauen, dass von Pressbaum Menschen, die schon länger da leben, herkommen und sich beteiligen. Dann bin ich gespannt, was auf der Agenda im Vordergrund steht. Vielleicht weil die ganze Zeit der Begriff Bildung fällt. Das ist eine prinzipielle Überlegung von mir. Für mich wäre es einfach wichtig, all jene Leute, die am Bildungsweg verloren gegangen sind, die Bildung nicht als etwas erfahren haben, das sie irgendwie stärker macht. Dass man versucht, Konzepte zu entwickeln, dass man genau diese Leute reinholt und es schafft, Bildung, wie auch immer man den Bildungsbegriff als ein selbststärkendes Gut zu erfahren. Aber ich komme leider nicht aus der Praxis, das sind einfach nur Trinklwelle überlegen. Ich habe jetzt die Zusammenfassung mitverfolgt und mir beim Wort niederschwelliger Zugang an gemeinschaftliche Erlebnisse in Richtung Bildung. Ich bin Vertreter von einer Ausbildungsinstitution der HTL und wir bieten berufsbildende Ausbildung an im Raum Fücker Bruck und ich glaube das Ziel der Fragen war jetzt wie hält man Personen in der Region und ich bin da jetzt eigentlich anderer Ansicht dass das nicht niederschwelliger Zugang sein muss und gemeinschaftliches Erlebnis sondern ich glaube dass er in die andere Richtung gehen muss was auch Oberösterreich jetzt mit einer Maschinenbau Universität wieder macht dass man also vom Zentralraum Wien wegkommt dass die Ausbildung ich sage es mal jetzt so in den ländlichen Raum bringt wenn man jetzt Oberösterreich im Vergleich zu Wien als ländlichen Raum bezeichnet also dass eher der Zugang zu Bildung oder Hochkarätiger sein also hochkarätiger Bildung Zugang haben soll im ländlichen Raum wir bieten das zum Beispiel mit der FH Mitweide an wo wir in Völkerbuck im Prinzip einen FH Abschluss anbieten und zudem gehört natürlich auch in der Region danach dass die Leute in der Region Holzplätze finden also es ist lieber und nett wenn man gute Ausbildung hat aber wenn man natürlich keinen Job findet dann muss man wieder eher in einen Zentralraum ziehen und das glaube ich sind für mich die wesentlichen Sachen die Leute in der Region halten zudem gehört natürlich dazu dass man ja Reitband ausbaut und möglichst schnellen Zugang schafft um auch wie wir es jetzt in der Corona Zeit gehabt haben Distance Learning betreibt aber das glaube ich das war im ersten Punkt für mich was man ein bisschen aufgestoßen ist wo man sagt okay gemeinschaftliche Erlebnisse das ist jetzt ein bisschen noch gespielt also für mich geht es eher in die andere Richtung dass man schauen muss dass man die Ausbildung höherwertiger macht die im ländlichen Raum angeboten wird und zudem natürlich dann auch Betriebe ansiedeln kann oder auch Betriebe ansiedelt von den Gemeinden jetzt Betriebs Ansiedlungsprogramme schafft die dann auch Arbeitsplätze bieten also oder das was mir jetzt bei der Zusammenfassung so in den Sinn gekommen ist danke ich würde gerne was sagen dazu ich wollte dazu sagen ich wollte dazu sagen es ist es wird hier natürlich sichtbar dass es auch Unterschiede zwischen Regionen gibt ich war zum Beispiel aus der Steiermark kommend doch in Oberösterreich ziemlich erstaunt welche Dichte es an mittelständischen Betrieben im ländlichen Raum zum Beispiel unlängst im Raum Volker Bruck wo wir unser Dorf Unit Team Meeting hatten welche es gibt also das heißt natürlich sind die Erfahrung Hintergründe verschieden was vielleicht ein bisschen kritisch ist wenn man sagt ich mache eine hoch spezialisierte Ausgebung du hast eine Ausbildung und dann finden die Menschen vor Ort keinen Job das ist eigentlich eine Problematik und es müsste etwas dazu kommen vielleicht möchte ich das nicht stehen lassen ohne aufgelöst zu sein vielleicht ist die Frage was dazu kommen muss auch ein bisschen die Problematik der Dorf Uni danke Dankeschön Konstanze und danke Herr Franz für diese Ergänzung ich möchte mich an die Konstanze noch fragen was wir an Antworten von der Umfrage zur dritten Frage bekommen haben die dritte Frage war ja in Anbetracht diese Ziele was könnte die Dorf Uni dabei für eine Rolle spielen und welche Themen Formate und Partner und Gemeinden Netzwerke Expertisen oder Personen als Referentinnen wünscht ihr euch von der Dorf Uni und ich habe vergessen ja Entschuldigung ich muss es dann schnell machen damit ich euch das eideln kann jetzt so jetzt geht es jetzt ja dazu sagen möchte ich noch zu dem vorherigen also es ist jetzt einfach nur eine Auswahl die ich vorgelesen habe aber es war natürlich diese Arbeitsplatzthematik und dass man das unbedingt braucht auch ein ganz wesentlicher Punkt der dabei war das war jetzt nur vielleicht ein bisschen untergegangen ok so und die Antworten waren auch hier sehr zahlreich wir haben wieder versucht zu klastern in die Formate die Themen und die Organisation beziehungsweise die Partnerinnen wobei ich da mal reingehe also bei den Themen war es so dass ein Punkt war junge Menschen für die Erstellung von Projekten zu unterstützen beziehungsweise also die Themen ganz klassisch sprechen wirklich von Gesundheit Umwelt Politik oder irgendwelchen neuesten Erkenntnissen in die Zukunft altern oder den globalen Zusammenhängen und Verhaltens also Auswirkungen auf unser Verhalten in Bezug auf die Umwelt Politik also Wasserbewirtschaft die ganze Klimaproblematik Nährungssicherheit Versorgung lokale Wertschöpfung beziehungsweise war auch eine Frage oder eine Aussage es wäre wertvoll zu erfahren die unterschiedliche Generationen von Menschen in einer Gemeinde voneinander lernen können und es war auch ganz viel in Richtung Demokratie erleben oder Photovoltaik altes Handwerk neu interpretieren und vernetzen von traditionellen und neuen Angeboten also zum Beispiel in Hoteller und in Resercafés die Dorfuni wurde dann auch mit ganz vielen Bereichen als Hebel um wichtige Projekte zu entwickeln als Netzwerk um den unmittelbaren Lebensraum beziehungsweise die Region mitzugestalten und Veränderungen beherrschen zu können der Wissensausfausch war ein großes Punkt die Synergien mit Gleichgesinnten so da die Vernetzung bilden zu können mit Kommunikationsplattform ja die Vernetzungsrolle kommt ganz oft besitzt es auch als ein Möglichmacher um eventuell auch schon bestehende Angebote an neuen Orten oder neuer Inhalt an bekannten Plätzen zu implementieren und eine Stärkung der Zivilgesellschaft die da erhofft wird beziehungsweise bei den Partnern da war also ganz stark aus Holgerbrock auch die Kooperation mit den Othello Notes im Resercafé auch mit den Gewerbetreibenden oder mit dem Stadtmarketing die Wirtschaftskammer im Sinne einer Förderung von nachhaltigen Lebensweisen und von Lebensschonung beziehungsweise als klassische Partner natürlich die Gemeindepolitik als Unterstützer der Ideen und auch als Pensionsgeber innovative Unternehmen vor Ort die Nachbargemeinden auch um das Ganze gesamt regional und interkommunal zu denken und auch Projekte umzusetzen also gerade von Verkehr und Mobilität aber genauso gut Personen und Expertinnen aus dem Bereich der Wissenschaft der Bildung der Innovation Forschung um auch Vorzeigeprojekte aus anderen Gemeinden und Regionen mir so allgemein verständlich machen worum es da geht und dieses gemeinsame Miteinander tun zu motivieren und die Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen also das ist sicher eine Möglichkeit die ganz stark ist dass man die Chance hat über die Dorf um diese Best Practice Beispiele zu teilen dass man einfach dann sich im Vorbild nehmen kann und sagen okay das geht ja bei uns auch das war eh schon heute mal ein Thema ja also ich denke ihr kriegt das nachher alles und es macht jetzt keinen Sinn glaube ich dass ich das alles vorlese aber also diese Kooperationsmöglichkeiten und Zusatzangebote um also die Ziele der Region noch besser zu erreichen und ein Aspekt war auch also das Franzisien-Netzwerk also ist ja schon ähm zum Teil entwickelt und also versucht diesen Austausch untereinander zu fördern und Gemeindenprojekt zu initiieren ähm da geht's auch darum einfach dieses breite fächerte Wissen einfach zu teilen innerhalb innerhalb und außerhalb des Netzwerks und ähm die Dorfhunde sollte sich ein Partner aus dem Bereich der anerkannten Erwachsenen die Loseinrichtung in das Boot holen ja ich würde mal wieder übergeben und der Ende das Screensharing danke wieder fürs Teilen Konstanze und auch die Frage hier an die Außenstellen möchtet sie noch was ergänzen oder haben sich Fragen aufgetan ja Vöcklerbruck meldet sich ja hallo aus Vöcklerbruck ähm ich habe jetzt gemerkt ich befinde mich gerade selber in einem Bildungsprogramm in dem ich jetzt diese Veranstaltung hier beiwohne ich bin Stadträtin in Vöcklerbruck Stadträtin für Umwelt, Energie und Gesundheit ähm und ich glaube die Gemeinden die Kommunen die sollten erkennen ähm welche Chancen sich durch die Dorf-Uni für sie hier überhaupt erst ermöglichen und ähm ich glaube äh hier gibt es noch kein keine Bewusst äh kein Bewusstsein in vielen Gemeinden also ich habe das heute hier auch erst kennengelernt sehe darin aber eine gewaltige Chance äh für für die äh dörflichen Strukturen wobei sich Vöcklerbruck hier äh wahrscheinlich gerade in einer Zwischenzone befindet weil wir sind eine Bezirkshauptstadt wir haben äh dörfliches Umfeld aber eigentlich einen kleinen sehr urbanen und lebhaften Raum wir befinden uns hier im offenen Kunst- und Kulturhaus wenn sich so quasi die Bevölkerung selber erarbeitet äh erstritten erkämpft hat also hier ist sehr viel Selbstinitiative in Gang hier ist auch das Othello beheimatet Transition Group ähm und Kunst und Kultur äh hat hier auch seinen Raum um es noch einmal kurz zu fassen das Bewusstsein in den Kommunen muss glaube ich geschärft werden dass es so etwas gibt wie Dorf-Uni ähm und dass es eine Riesenchance ist und vielleicht gelingt das auch über bestehende Strukturen die es schon gibt die die Gemeinden kennen wie das sind die Klima- und Energiemodellregionen die KEMS oder auch die LIDER-Projekte ähm weil das sind Strukturen die kennen wir in der Gemeinde äh in unseren Funktionen und vielleicht kann man so auch die Niro-Chat legen danke vielen Dank ja äh gibt es noch Ergänzungen für Gleisdorf oder in Pressbaum ich möchte vielleicht eine Vision für Vögnerbruck vorlesen von auch einem Teilnehmer der aber nicht hier ist er hat geschrieben eine Gruppe interessierter Menschen entwickelt ein Konzept für Gemeinwesenarbeit und ein Konzept für eine Volkshochschule neu Rufzeichen ich lasse das so stehen aber ich mir denke das möchte ich noch beitragen danke ich glaube in Gleisdorf wolltet ihr auch schon was ergänzen ja wenn man mit dem mit der Vernetzung äh und dem vom Reden zum Tun sozusagen verknüpfen dann kommen wir zu sozusagen einer Vernetzung mit Beispielen die schon funktionieren und vor allem auch Geschichten wie das gelungen ist das Beispiel dass man sozusagen diese Geschichte der Leute die etwas umgesetzt haben von Anfang an hören kann und auch welche Schwierigkeiten sie überwunden haben und vor allem wie sie anfangen haben weil das oft das Hauptproblem ist vielleicht identifizieren welche Kompetenzen nötig sind für den Erfolg und dann über die doch Uni die anbieten oder auch existierende Bildungsangebote weiterleiten oder vernetzieren ist schon gesagt worden haben wir auf jeden Fall die Zusammenfassung von Frankfurt gut dann gehen wir wieder weiter vielen Dank danke von Gleisdorf und Pressbaum möchtet ihr auch noch was ergänzen abschließend also mir würde nur eine Frage interessieren an diejenigen die schon Erfahrungen haben mit dem Aufbau so einer örtlichen Gruppe welche Kanäle sind da besonders wirksam auf welche Art und Weise sind Interessenten aus der Bevölkerung im Ort ansprechbar gewesen geworden das würde mich interessieren ich glaube das das Thema haben wir morgen auf die Tagesordnung gesetzt wir haben wir haben wir haben also hier einen ausgezeichneten Referenten mit vielen Erfahrungen in der kommunalen Bildungsarbeit den von Schlierbach von Späß und wenn wir diese Frage jetzt einfach für morgen aufheben das ist eine Motivation alle diese Fragen ungeklärten Fragen zur Dorf-Uni wollen wir morgen eine nach der anderen durchgehen und ich hoffe dass wir am Ende ein bisschen glüger sind ja darf ich nochmal zurückgeben zu euch ja gern ja dann stelle ich die Frage morgen neu oder hören ich da morgen sonst gibt es von unserer Seite jetzt geben sonst nicht los schon fertig dürfen wir noch Fragen stellen sehr gerne diese ganz vielen klugen Ideen die da jetzt so schön zusammen getackt sind oder zusammen getragen worden sind wo finden man die später nochmal auf der Dorf-Uni Seite posten natürlich wird es ein bisschen dauern das Ganze auch wieder technisch aufzubereiten beziehungsweise eben morgen werden wir sowieso auch vertieft noch einmal auf heute Bezug nehmen können vielleicht nutze ich die Möglichkeit gleich um noch einmal ganz kurz zu sagen was morgen passieren wird morgen ab 10 Uhr wird es keinen Stream mehr geben außer eben für die Impuls Vorträge aber wir werden hauptsächlich über Zoom arbeiten und dort uns im Rahmen von Workshops näher mit den Fragen befassen zum einen eben von Michael Navadows-Laski emeritierter Professor an der TU Graz wie sich virtuelle Inputs für die Aktivierung von Bildungsarbeit und Entwicklungsprozesse vor Ort einsetzen lassen im zweiten Teil wie können Bildungs- und Entwicklungsprozesse zwischen Gemeinden auf Distanz organisiert werden also eigentlich einer der Hauptfragen wofür die Dorfone als interkommunale Schnittstelle steht und dann noch die Frage mit welchen Methoden können wir das Ganze machen um diese Vernetzung auch fruchtbar auf fruchtbaren Boden zu stellen und am Nachmittag also am späteren Nachmittag geht es dann wirklich auch um die Frage der Organisationsform was ist der rote Leitfaden wer sind die Akteure und was ist die Rechtsform oder auch die Finanzierung von einer Dorfone weil einer der größten Herausforderungen ist es immer und das hat sich heute für mich gezeigt um auch ein gleiches persönliches Resümee zu ziehen dass natürlich die Bildungslandschaft sehr divers ist sehr unterschiedliche Akteure die eine unterschiedliche räumliche Wirksamkeit haben nicht nur virtuell sondern auch analog sie ist auf der lokalen Ebene aktiv regional bundeslandweit bundesweit oder auch international und da gibt es sehr viele Verschränkungen und auch jetzt da die paar Kommentare die jetzt in den Außenstellen von den Außenstellen gekommen sind zeigt auch wie unterschiedlich Zugänge sein können wie spezifisch gewisse Regionen gut aufgestellt sind wie andere nicht gut aufgestellt ist oder das hängt natürlich auch immer vom Aspekt an abgesehen vom Standland Aspekt das heißt wir haben sehr viele Ebenen und auch die Dorfwunde wird nicht die Allheilösung sein sondern sie wird aus verschiedenen Bausteinen bestehen je nachdem wie sie die unterschiedlichen Akteure gestalten also ich kann auf jeden Fall sagen dass diese breite Vernetzung Richtung Chem Richtung Lieder wenn wir es in die Regional und dann natürlich auch im städtischen Bereich sehen ein sehr großes Thema ist weil ich erinnere mich zurück an die erste Konferenz letztes Jahr war die Schule als Impulsgeberin für eine Gemeindeentwicklung damals von Schule im Ort von Judith Zeuchmeister war die Initiative und diese Fragen vor allem wie kann es gelingen dass wir lokal oder auf regionaler Ebene einerseits wirklich diese Veränderungsprozesse anstoßen können und dafür ist natürlich das Know-how Bildung in sehr weit gefassten Begriff egal ob es formal von Kindergartenschule Hochschule ist ob es informell ist über Workshops über diverse Kurse Weiterbildungsangebote Berufsqualifikation oder ob es auch nonformal ist nämlich das alltägliche ah ich habe es verwechselt das informell ist das alltägliche ein Museumsbesuch heute auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen Zeitung lesen voneinander lernen also da gibt es sehr viele Aspekte und die Relevanz aber wo müssen wir anfangen das ist einer der zentralen Fragen und wir fangen mit einem relativ kleinen Netzwerk an und unser Ansatz ist im Sinne der Kooperation nicht zu wachsen um andere zu verdrängen sondern vielleicht auch die größte Herausforderung ist es wie kann man wirklich diese unterschiedlichen Sprachen wie wenn man sagt Volks wenn man bestehende Bildungsinstitutionen nennt ich bin heute schon sehr müde und sie neu denkt Volkshochschule Volkshochschule oder Volkshochschule neu Universität Neudenken mit Erasmus oder Leipzig bestehen weil natürlich auch Anke Strüber gesagt hat nicht alles kann man digital machen sondern es geht vor allem darum auch diese persönlichen Anwesenheiten haben das heißt diese unterschiedlichen Denkschemata diese unterschiedlichen Zugänge miteinander auch kompatibel zu machen das ist einer der zentralen Herausforderungen in meinen Augen und damit würden wir auch eben was auch hinter dem Symposium steht zu einigen Umsetzungs oder zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen und von dem das Ziel 4 die hochwertige Bildung das Ziel 11 die nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung und das Ziel 17 vor allem die Partnerschaft unter diesen Zielen und ich glaube mit diesem Motor kann man auch relativ gut die anderen Ziele erreichen und natürlich müssen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden und das ist die nächste Frage warum es bei der Dorfone nicht um Bildung geht Bildung ist das Zentrum aber es geht aus was erwächst aus dieser Bildung welche Möglichkeiten bieten wir und das ist zumindest einmal das Schlusswort aus Graz und wird noch den Franz vielleicht auch noch einmal aus Obergrafendorf bieten noch seine Sicht der Dinge zu machen und dann werden wir vermutlich eine Viertelstunde früher aufhören um einfach den Abend zu genießen und morgen fit zu sein um 10 Uhr in Zoom wer das noch mitbekommt und noch nicht eingeloggt ist oder sich nicht registriert hat tut das auf der Dorfone.at und bekommt noch den Link zugeschickt für die Teilnahme morgen bitte Franz ja ich habe fast nichts hinzuzufügen außer dass wir lernen voranschreiten das heißt auch das was wir heute gemacht haben ist ein beständiger Versuch diese hybride Form auszuloten und zu schauen was macht Sinn wie können wir Menschen vor Ort einbeziehen lokale Lernprozesse fördern und die Kraft der Vernetzung und Kooperation für das Konkrete vor Ort ausnutzen und auch wenn es interessanterweise jetzt nur drei Außenstellen war irgendwann habe ich von 25 getäumt aber so hat sich doch gezeigt dass wir auch den Gesetzen der Aufmerksamkeit unter Medien unterworfen sind das heißt wir können auch von Fernsehen wir können auch von visuellen Medien sehr viel lernen wir haben auch neue Tools wir haben zum Beispiel mit einem MyReport gearbeitet wo wir Impulse sehr rasch in ein visuelles Bild sozusagen auch was die Konstanze vorgeführt hat einbauen können unser derzeitige Stadion ist ein Versuchsstadium und wir laden alle ein aus diesen Versuchen zu lernen die Dorfuni besser zu gestalten und wirksam zu gestalten und dafür ist auch der morgige Tag dass wir das jetzt im Detail systematisch aufbauen danke und ich freue mich wenn morgen viele teilnehmen und gerade vielleicht auch noch Freunde die ihr habt ein dazu zu stoßen danke und ich wünsche einen schönen Abend aus Obergardendorf und bis morgen vielleicht noch ganz zum Abschluss wirklich noch den Menschen danken die hinter dieser heutigen Veranstaltung gestanden sind einfach an dir Franz der Konstanze dem Christian der Cornelia den Ossi der Graz die Technik gemacht hat den Michael dann bei euch in Obergardendorf die Technik bin heute schon leider sehr müde der Brigitte Kratzwald und der Christine Berntaler natürlich auch euch den Außenstellen die es immerhin geschafft haben dass wir doch nicht alleine sind in Graz und Obergardendorf das euch zugeschaltet hat und ja wir lernen und morgen geht es dann weiter schönen Abend Applaus Applaus und bis zum nächsten Mal